Kapitel 1, 1. Teil Einleitung Hallo, mein Name ist William und ich trainiere, seit ich 13 Jahre alt bin. Ich war ein typisches durchschnittliches dickes Kind, das in der Schule verspottet und gemobbt wurde. Ich hatte einen Kopf voller Angst, Depression und Scham. Ich hatte Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen oder anderen Menschen in die Augen zu schauen. Ich schämte mich, ich war angewidert davon, in den Spiegel zu schauen und ich hasste mein Leben. Aber eines Tages hatte ich genug und fing an, in meinem Zimmer die Gestütze zu machen. Alles in meinem Leben begann sich zum Positiven zu verändern. Ich gewann Selbstvertrauen, Lebenswillen, Visionen, Träume und begann, Mädchen anzuziehen. Als ich größer und stärker wurde, wurde aus dem schikanierten Kind ein Tyrann. Fitness hat mir alles gegeben. Es baut meine persönliche Integrität auf und jeder neue Tag treibt mich immer noch an, Großes zu erreichen. Ich glaube, viele Menschen können sich mit meiner Geschichte identifizieren. Deshalb habe ich dieses Projekt, God of Natural Bodybuilding, gestartet. Dank des digitalen Zeitalters kann ich mehr Menschen und sogar weltweit beeinflussen. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass wir diese Möglichkeit haben, uns von anderen weiterzubilden und uns selbst zu motivieren. Wenn sie sich niedergeschlagen fühlen und Probleme haben, ist dies das richtige Hörbuch für sie. Männer sind nur dann glücklich, wenn wir etwas aufbauen. Wir brauchen immer ein Ziel und eine Mission. Vielleicht kann Fitness ein Teil ihrer Mission werden. Unser Ziel ist nicht ein Ziel, sondern eine Reise, die der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist. Wenn wir nicht kommunizieren, existieren wir nicht. Ich glaube, dass jeder intelligente Mensch sich mit anderen teilen muss. In der Highschool hatte ich eine Klassenkameradin, die nur schweigsam war und von der niemand wusste, wer sie war, weil sie Angst hatte, sich anderen mitzuteilen, weil sie all diese negative, giftige Scham in ihrem Kopf hatte. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, ihre Dämonen zu besiegen und endlich der Mensch zu sein, der sie immer sein wollten. In diesem Podcast werde ich dir alles über Fitness beibringen. Du wirst also nie mehr für teure Trainer bezahlen müssen, keinen beschissenen Diäten folgen, nicht mehr auf den Betrug von Nahrungsergänzungsfirmen hereinfallen. Und mit diesen Informationen werden sie alle Kenntnisse, die den Körper und das Vertrauen des griechischen Gottes zu bauen nimmt haben. Obwohl ich nicht sicher bin, ob ich es als Podcast bezeichnen kann, weil ich gerade mein Buch lese, in dem alle Fitnessthemen behandelt werden, die für eine gesunde Einstellung und einen gesunden Körper wichtig sind, wie Diäten ergänzend Ausbildung, Periodisierung des Bodybuilder Jahres, Essstörungen, Psychologie des Sportlers, Genetik, Doping, Dehnung, Regenerierung und im Grunde alles, was sie wissen müssen, um sich um ihren Körper zu kümmern. In diesem Podcast wird es nur eine Folge in jeder Sprache geben, aber für weitere Inhalte solltest du auf jeden Fall mein YouTube oder Instagram besuchen, wo ich manchmal reden über Fitnessreisen oder etwas aus meinem Leben posten werde. Ich habe beschlossen, diesen Podcast in den meisten europäischen Sprachen zu veröffentlichen. Denn meine erste Sprache ist sehr klein. Nur 5 Millionen Menschen können sie sprechen und ein sehr kleiner Prozentsatz dieser 5 Millionen interessiert sich für Fitness. Auch wenn die meisten Menschen Englisch sprechen können, ist es angenehmer, etwas in der eigenen Muttersprache zu hören. Und der zweite Grund ist, dass ich ein stolzes Mitglied der Europäischen Union bin und wir nur zwei Länder haben, deren Amtssprache Englisch ist. Und mir liegt wirklich am meisten an unserer Union mit dem Rest der Welt. Ich bin kein Amerikaner. Wir haben unterschiedliche Kulturen, Sprachen und eine unterschiedliche Geschichte, aber in den letzten Jahren haben wir es geschafft, zusammenzuarbeiten und uns in der Welt zu behaupten. Und ich bin wirklich stolz darauf, wie weit wir gekommen sind, und ich möchte dies unterstützen, indem ich meinen kleinen Wert in die Gesellschaft einbringe und meinen Respekt für alle unsere Länder zeige. Natürlich ist es nicht möglich, dies in allen unseren 28 Sprachen zu tun, aber in den meisten schon. Das kann auch für die globale Reichweite von Vorteil sein. Es heißt, wenn ich Spanisch und Englisch spreche, sollte ich in der Lage sein, mit 80% der Weltbevölkerung zu kommunizieren. Mal sehen, wie viel Prozent der Weltbevölkerung meine Geschichte hören und von meinen Worten betroffen sein wird. Ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich das Gefühl hatte, dass mein fast 10-jähriges Wissen im Sport genug ist, um es mit anderen Menschen zu teilen. Ich habe ihnen nichts zu verkaufen. Ich gebe ihnen nur kostenlose Informationen, für die ich bezahlen und mit extremem Aufwand lernen musste. Ich hoffe, dass das zu hören dabei hilft, zumindest einige Fehler zu vermeiden, die ich auf meiner Fitnessreise gemacht habe. Ursprünglich habe ich damit angefangen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich der Gesellschaft einen gewissen Nutzen bringen und etwas tun muss, das nicht nur Geld und Status, sondern auch Bedeutung hat. Denn Freiheit zu wollen und von Krypto zu leben ist schön, aber wenn jeder nur das tun würde, wer bliebe dann noch übrig, um etwas aufzubauen? Und das ist, was ich beschlossen habe, zu bauen. Motivation für Menschen an schweren Tagen. Ein kleines bisschen Hoffnung. Ich wollte nie ein Mensch sein, der sich nur um Geld und andere Dinge kümmert, doch in den letzten Jahren habe ich begonnen, mich zu diesem Menschen zu entwickeln, der im Rattenrennen dem Geld nachjagt. Dies ist also mein Fitnesskind und mein Vermächtnis an die Gesellschaft. Ich glaube wirklich, dass Fitness eine Idee des Gleichgewichts zwischen Körper und Geist ist, die das Leben jedes einzelnen Menschen verbessern kann. Es ist die Idee, unaufhörlich Fortschritte zu machen, harte Dinge zu tun, seine Träume und Leidenschaften zu leben und die harte Reise zum großen Ziel zu genießen. Es geht nicht nur darum, Gewichte zu heben. Es geht um etwas viel Tieferes. Fitness ist ein notwendiger Bestandteil des Lebens eines jeden Menschen, der gut aussehen oder gesund sein will. Ich glaube, dass jeder Erwachsene zumindest eine Art von Ess- und Bewegungsgewohnheiten entwickelt haben muss, um stark und fit zu bleiben. Aber in diesem modernen Zeitalter, in dem jeder nur versucht, ihnen etwas zu verkaufen, ist es schwer zu wissen, was richtig ist. Ich biete ihnen zehn Jahre Erfahrung im Sport an, und zwar kostenlos. Ich habe ihnen nichts zu verkaufen und möchte nur, dass meine Geschichte gehört wird. Entschuldigung für Fehler in der Aussprache, aber Englisch ist nicht meine erste Sprache und nicht einmal eine zweite. Wenn sie sich das anhören, werden sie eine Art des kritischen Denkens über ihr Leben und die gesamte Gesundheits- und Fitnessbranche entwickeln. Es wurde speziell dafür entwickelt, im Fitnessstudio oder beim Spazierengehen gehört zu werden, damit all die Wissenschaft, die Theorie und die Motivation durch die helle Musik nicht so langweilig werden. Ich hoffe, es gefällt euch und wenn ja, lasst es mich bitte auf Instagram wissen, ich freue mich über jedes Feedback. Kapitel 1, 2. Teil Einleitung Alle Rechte vorbehalten Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder durch ein Informationsspeicher- und Abrufsystem, reproduziert oder verändert werden. Leitfahrten zum Durchlesen Mein Bruder, zuerst möchte ich dir dafür danken, dass du Vertrauen in mich gesetzt und mein Buch gekauft hast. Nun, nicht genau ein Buch. Eine Reihe von Büchern. Als ich anfing zu schreiben, hatte ich vor, diese Bücher einzeln für ein paar Cent zu verkaufen. Jeder Teil ist gleich wichtig, auch wenn man nicht oft davon hört. Auf ihrer Fitnessreise werden sie sich früher oder später mit allem aus diesen Büchern beschäftigen müssen. Es gibt keine Diät ohne hartes Training und andersherum. Aber Diät und Training sind nicht die einzigen Teile der Fitness, auch wenn kein anderer Trainer über andere Teile spricht. Vielleicht, weil sie denken, dass sie sinnlos sind oder zu viel Angst haben, darüber zu sprechen, also lügen sie stattdessen einfach. Diese Informationen, die in dieser Buchreihe enthalten sind, sind so wertvoll, dass ich sie schon mein halbes Leben lang gesammelt habe. Niemand hat mir jemals diese Dinge gesagt, die sie hier lesen werden. Niemand hat mir etwas erklärt. Jeder Trainer, den ich jemals hatte, sagte, Oh, hier ist dein Essungsplan und dein Trainingsprogramm und jetzt halt die Klappe und hör zu. Ich denke, das ist der Ansatz, den die meisten Trainer haben. Aber das ist völlig falsch, denn Fitness ist nicht etwas, das man ein paar Monate lang macht und dann aufgibt. Es ist ein Lebensstil, bei dem es, wenn man einmal damit angefangen hat, kein Zurück mehr gibt. Es ist also sehr wichtig, alle in diesen Büchern enthaltenen Prinzipien zu kennen und zu verstehen. Es ist umwerfend, wie niemand es den Leuten einfach erklären würde. Aber ich schwöre, dass sie nach der Lektüre dieser Bücher alles über Fitness verstehen werden und selbst wissen, wie sie ihr gesamtes Fitnessprogramm anpassen können, ohne etwas anderes zu lesen. Du wirst niemals für teure Trainer bezahlen müssen oder dich von Influenchen verarschen lassen. Ich sage nicht, dass dies alles menschliche Wissen ist, dass es in Sachen Sport gibt, aber es ist mein Wissen, das ich mir über Jahre hinweg angeeignet habe. Du wirst die meisten Dinge verstehen, wenn es um Körperfunktionen und sportliche Leistung geht, aber vor allem wirst du eine Art des kritischen Denkens entwickeln. Das ist das Wichtigste, denn sie werden in der Lage sein, selbst zu erkennen, was wahr ist, was eine Lüge ist und was gut oder schlecht ist. Durch die Lektüre dieses Buches wirst du viele Informationen erhalten, aber du wirst auch eine Denkweise entwickeln, die ich habe, wenn ich lese oder neue Informationen über eine Sportart erhalte. Mit dieser Denkweise werden sie in der Lage sein, zu entscheiden, was sinnvoll ist und was nicht. Denn das meiste, was in der Literatur, in Lehrvideos oder von Influenchen in den sozialen Medien gezeigt wird, ist purer Bullshit. Sie versuchen nur, dich zu manipulieren, damit du dich schlecht fühlst und ihre Produkte oder Dienstleistungen kaufst. Aber du musst selbst denken. Ich weiß, dass das manchmal schwierig sein kann, wenn man kein Grundwissen über die menschlichen Körperfunktionen hat. So kann buchstäblich jeder irgendeinen Blödsinn erzählen und du wirst es glauben, nur weil er irgendwie aussieht. Das Aussehen spielt keine Rolle. Bildung, Verstand und Erfahrung schon. Merke dir das. Ich werde Themen wie gesunde Ernährung, progressives Training, Sportpsychologie, Doping, Hormone, Sportergänzungen, Regeneration, Dehnung, Motivation, Denkweise und vieles mehr behandeln. Wie du siehst, geht es also um viel mehr als nur um Ernährung und Training. Sobald sie diese Dinge verstanden haben, können sie sich immer weiterbilden. Du musst diese Bücher chronologisch durchgehen, damit du das meiste davon verstehst. Aber diese Bücher sind nicht nur für Anfänger geeignet. Sie sind für jeden gedacht, der bereits trainiert und bereit ist, alles zu tun, um das natürliche Potenzial seines Körpers auszuschöpfen, ohne zu verbotenen Substanzen zu greifen. Hier finden sie buchstäblich alles, was sie wissen müssen, um das ästhetische Aussehen und das Selbstvertrauen der alten griechischen Götter zu erlangen. Wenn sie systematisch durch diesen Prozess gehen Jahr für Jahr jeden Tag werden sie in der Lage sein, ein Athlet mit einem schönen Körper, Funktionalität und starke Gesundheit zu werden. Es tut mir leid, wenn sie einige grammatikalische Fehler oder Unvollkommenheiten in der Stilisierung des Textes finden werden, aber Englisch ist nicht meine erste Sprache und nicht einmal die zweite. Wichtig ist, dass sie verstehen, was ich sage. Ich habe nichts studiert, um Schriftstellerin, Vermarkterin oder Designerin zu werden, sondern als Lehrerin und Fitnesstrainerin. Ich habe also alle Rechte, Menschen in diesem Bereich zu unterrichten. Ich wollte einfach nur normalen Menschen helfen und meine Geschichte teilen. Wenn du also ein Klugscheißer bist und mich hasst, behalte es für dich ein bisschen über mich und meine Webseite. Als ich ein Kind war, habe ich Kampfsport betrieben. Ich habe jeden Tag trainiert, war aber nie der Beste darin. Im Alter von 13 Jahren habe ich dann vom Kraftsport erfahren. Ich habe mich sofort verliebt. Es wurde zu meinem Ziel und meiner Leidenschaft. Es war etwas, wofür ich jeden Tag aus dem Bett kam. Es half mir, aus vielen schwierigen Lebenssituationen herauszukommen. Als ich 17 war, war ich bereits zweimal Landesmeister im Kraft-Dreikampf. Im Alter von 18 Jahren hatte ich so viele Muskeln, dass ich in der offenen Gewichtsklasse zwischen Männern antreten musste. Ich hatte eine kranke, psychopathische Athleten-Mentalität. Mir war alles andere egal, außer Bodybuilding. Ich hatte eine Menge Essstörungen und psychische Krankheiten, aber ich habe diesen Dämonen ins Gesicht geschlagen. Also beschloss ich, das zu ändern. Ich wollte also der ultimative Athlet werden, der gut aussieht und einen funktionellen Körper hat. Ich musste meine Anstrengungen, wie ich in mein neues Ziel steckte, auf die Probe stellen. Also fuhr ich eines Tages nach einer 12-Stunden-Schicht in der Fabrik. Ich bin 75 Kilometer auf einem rostigen Fahrrad gefahren, weil ich ins Fitnessstudio musste. Dann habe ich meinen Tiefpunkt erreicht und wäre fast gestorben. Der Sport hat mir mentale Stärke und Selbstvertrauen gegeben, hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin, und mir den Willen gegeben, alles auf der Welt zu tun. Und das gleiche kann er auch für sie tun. Jetzt möchte ich mehr als alles andere den Menschen helfen, ihre bestmögliche Version von sich selbst zu werden. Ich wünschte, ich hätte jemanden wie mich oder etwas wie dieses Buch gehabt, als ich anfing. Niemand hat mir gezeigt, wie ich all die dummen Fehler vermeiden kann. Ohohoa und ich habe den Marathonlauf in weniger als 5 Stunden beendet. Habe 300 Kilogramm in der Hocke geschafft, 310 Deziliter, 180 BP. Ich habe alles erreicht, was ich jemals im Sport wollte, und jetzt ist es an der Zeit, meine Erfahrungen weiterzugeben. Aber am wichtigsten ist, dass ich das Leben immer genieße. Lift Vorteile vertrainieren Sie und essen Sie clever. So, wie Sie es für den Rest Ihres Lebens tun wollen. Kapitel 2. MVP Ergänzung Leitfaden Erster Teil von Kapitel 2. Einleitung Hör zu, Bruder, ich will mich nicht verbiegen, aber ich habe mein ganzes Leben lang Sport getrieben. Bevor ich mit Wettkämpfen anfing, lernte ich die Theorie. Du musst im Fitnessstudio ein System haben, wie bei allem im Leben. Wie jede Fähigkeit kann man es lernen. Im Jahr 2016 habe ich alle verfügbaren Bücher über Bodybuilding-Prinzipien, Training und Ernährung gelesen. Ich bin ein zertifizierter Fitnesstrainer, Ernährungsberater und Bodybuilding-Trainer. Ich habe von den besten Trainern in meinem Land, aber auch im Ausland gelernt. Ich lernte von Namen wie Kiro Makopoulos, Michael Krizanek, Richard Schinke, Philipp Kotzna, Lukas Rubik, Milan Zadig, Sophie van Ostenbrugge, Gainsby Brains, Kamil Dusitschowski, Peter Tipek-Buy. Alle Profisportler, die ich genau beobachtet habe, haben von ihnen gelernt und wurden von ihnen geguckt. Die in diesem Buch beschriebenen Dinge sind nur die Spitze der Pyramide, die aus Atemtraining, guter Ernährung und Regeneration besteht. Nahrungsergänzungsmittel für Naturtalente sind definitiv keine Steroide. Sie können also keine magischen Ergebnisse erwarten. Tatsächlich können sie von ihnen nur sehr wenig Hilfe erwarten. Sie machen nur 5% des gesamten Bodybuilding-Schemas aus und sie kommen gut ohne sie aus. Sie sind nicht notwendig. Aber wenn sie es sich leisten können, können sie sehr nützlich sein, wenn sie die richtigen auswählen und wissen, wie man sie benutzt. Wenn du das nicht weißt, wirfst du dein Geld in den Müll und fütterst die großen Konzerne, die sie propagieren. Bodybuilding-Ergänzungen sind Nahrungsergänzungsmittel. Sie sind kein Nahrungsersatz. Das bedeutet, dass sie nur eine Ergänzung zu ihrer bereits perfekten Ernährung sein können. Aber wenn ihre Ernährung beschissen ist, werden sie das nicht ändern. Werden häufig im Bodybuilding, beim Gewichtheben, bei gemischten Kampfsportarten und in der Leichtathletik verwendet, um eine Zunahme der mageren Körpermasse zu fördern. Bodybuilding-Nahrungsergänzungsmittel können Inhaltsstoffe enthalten, mit denen geworben wird, um die Muskeln, das Körpergewicht und die sportliche Leistung einer Person zu erhöhen und den Körperwertanteil einer Person zu verringern, um die gewünschte Muskeldefinition zu erreichen. Zu den am häufigsten verwendeten gehören, proteinreiche Getränke, Pro-Workout-Mischungen, zwei verzweigt kettige Aminosäuren, Glutamin, Arginin, essentielle Fettsäuren, Kreatin, HMB, Molkenprotein, Smar und Produkte zur Gewichtsabnahme. Nahrungsergänzungsmittel werden, entweder als Einzelpräparate oder in Form von Stacks, verkauft, proprietäre Mischungen verschiedener Nahrungsergänzungsmittel, die als synergetische Vorteile vermarktet werden. Beim echten Bodybuilding kommt es vor allem auf die Genetik an und darauf, wie viele Medikamente sie zu nehmen bereit sind. Das ist eine Tatsache. Wenn ihnen jemand etwas anderes erzählt, dann lügt er. Sie wollen dir irgendwelche Trainingsprogramme oder Diäten verkaufen, die angeblich die magische Zutat sind, mit der du deine Ziele mit Sicherheit erreichen wirst. Kein Bruder sagt ihnen, sie sollen sich verpissen. Sie wollen nur dein Geld. Du musst dir den ganzen Scheiß selbst beibringen und ihn in deinem täglichen Leben anwenden. Niemand wird das für dich tun. Es gibt keine Wunderpille. Es gibt sie, aber sie kann dich umbringen oder dir neue Muskeln verschaffen. Diese Leute nehmen sie und legen sie dir direkt ins Gesicht. Sie sind sauber. Scheiß auf sie, Bruder. Du musst logischerweise wissen, dass es keinen Weg gibt, ohne Drogen wie ein von Superman zerfetzter Alien auszusehen. Der Körper hat seine Grenzen. Sei zufrieden mit dem, was du aus eigener Kraft erreichen kannst und wie du aussehen kannst. Vergleiche dich nicht mit anderen. Es ist dein Körper, wenn sie ihren versauen wollen, indem sie diesen Scheiß nehmen, um vorübergehend gut auszusehen, lass sie. Denn am Ende des Tages gewinnen natürliche Bodybuilder immer. Du kannst dein ganzes Leben lang gut aussehen, ohne Höhen und Tiefen und ohne deinen Körper zu versauen. Als ich an Wettkämpfen teilnahm, habe ich monatelang versucht, Saft zu trinken, weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt. Es war die schlimmste und die beste Zeit meines Lebens, aber ich nehme diesen Scheiß nie wieder, und das sollten sie auch nicht. Die meisten Leute im Fitnessstudio sind 99%. Sie haben keine Genetik und werden nie leistungssteigernde Drogen nehmen. Sie sind wie ich. Sie wollen einfach nur gut aussehen, sich gut fühlen und verdammt viel Spaß im Leben haben. Sie wollen nicht wie ein Mönch leben, nur weil sie anfangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Der Punkt ist, dass die meisten der beliebten Trainer verdammt gute Gene oder eine kranke psychopathische Einstellung haben und ihre Methoden nicht auf normale Menschen anwenden können. Deshalb bin ich ein gutes Beispiel für einen Trainer für eine normale Person. 3. Ich bin ein ganz normaler Typ, der gearbeitet hat und es geschafft hat, ein gutes Aussehen zu erreichen, was du auch kannst. Ich werde nicht zu sehr auf das Thema Genetik eingehen, denn das ist in einem anderen E-Book enthalten. Ich sage das alles nur, um zu beweisen, dass ich ein Coach für natürliche Bodybuilder ohne Genetik bin. Ich habe keine Genetik und nehme keine Drogen. Jedes Gramm Muskelmasse, das ich mir zugelegt habe, ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und harter Arbeit. Ich sehe nicht optimal aus, aber ich bin gesund und funktionstüchtig in jeder Sportart. So sehen in der Regel auch professionelle Trainer aus, wenn sie es nicht auf der höchsten Ebene schaffen, konzentrieren sie sich darauf, anderen Menschen zu helfen. Das Aussehen eines Fitnesstrainers ist so irrelevant, dass es sogar schmerzt, dass Menschen eine Person wählen, der sie nur aufgrund ihres Aussehens vertrauen. Denn das Aussehen beweist nicht, dass er Wissen oder Erfahrung hat und normalen Menschen helfen kann. Diese Art von Instagram-Coaches würden auch dann fantastisch aussehen, wenn sie jeden Tag McDonalds essen und nur wenig Sport treiben würden, weil es genetisch bedingt ist. Sie könnten es buchstäblich alles falsch machen und trotzdem Ergebnisse erzielen. Dies ist nicht die Art von Person, von der sie lernen wollen. Sie wissen in der Regel nicht einmal, was sie tun. Sehen sie sich die Trainer von Phil Heard, Michael Krizanek, Big Rami oder sogar Schwarzenegger an. Diese Leute sind Top-Bodybuilder, die an der Spitze glänzen, aber wer ist wirklich hinter den Kulissen? Ihre Trainer wissen so viel über Bodybuilding, dass nicht einmal Ärzte so viel über den menschlichen Körper wissen. Sie sehen nicht besonders aus, sie sind nicht berühmt, aber sie sind die Köpfe dieser Spitzensportler, die sie so aussehen lassen, wie sie sind. Das ist es, was ich bin. Eine Person mit einem Haufen Wissen, die dich wie einen schlechten Motorfucker aussehen lassen kann, wenn du befolgst, was ich sage. Ich betrachte Bodybuilding als ein Hobby, einen Lebensstil und eine Quelle des Glücks. Schauen Sie sich nur diese Trainer an. Schau, wie sie aussehen. Nichts Besonderes, aber ein Haufen Wissen. Punkt 4 5 Leute wie Joe Weider, Alexander Chlovic, Chad Nichols oder Honey Rambod stehen hinter den Kulissen. Ich hoffe, ich habe meinen Standpunkt bewiesen. Ich bin kein Top-Body-Bilder, der Weltmeister ist. Ich bin ein Trainer, der Menschen lehrt, sie zu ihrem Besten selbst zu machen und sie verdammt gut aussehen zu lassen. Ich habe Leute auf Wettkämpfe vorbereitet und sie haben gewonnen. Ich habe ihnen geholfen, Gewicht zu verlieren, Muskeln aufzubauen und Selbstvertrauen zu gewinnen. Ich werde nicht ihre Bilder wegen der Privatsphäre Gründe zu offenbaren, aber der Punkt ist, dass die Scheiße, die ich lehren sie und sagen, nur funktioniert und wenn sie gehen, um es zu folgen sie gehen, um Ergebnisse zu haben. Bodybuilding ist ein leichter Sport, der auf Ästhetik, Gesundheit, Muskel- und Kraftaufbau und die langfristige Erhaltung eines niedrigen Körperwettanteils abzielt. Wenn jemand regelmäßig ins Fitnessstudio geht und zumindest ein paar der oben genannten Ziele verfolgt, betreibt er Bodybuilding. Wie in verschiedenen Sportarten, gibt es auch hier verschiedene Methoden und Mittel, um diese Ziele zu erreichen. In diesem Sport kann man das Aussehen und die Funktionsweise des Körpers auf der Gesundheits- und Bewegungsseite verändern, wenn man wirksame Maßnahmen ergreift. Es ist ein langfristiger Prozess, der gewisse Grenzen hat und bei jedem Menschen unterschiedlich lange dauert. Jeder Körper hat seine Grenzen. Diese Grenzen, die der Körper hat, werden durch die Genetik, das Alter, das Geschlecht und die Ausgangslage, von der der Sportler ausgeht, definiert. Wir haben diese Mittel, die wir nutzen können, um diese Ziele zu erreichen. Die erste Diät, zweiten Krafttraining, dritter Supplementierung, vierter Regeneration. Ideal ist es, wenn alle vier Aspekte für eine optimale Körper- und Gehirnfunktion im Einklang sind. Dieses Training ist nach Bodybuilding-Prinzipien für eine ideale Muskelbelastung und größtmögliche Fortschritte in kürzester Zeit konzipiert. In diesem Kapitel geht es um Nummer 3. 6. Wenn Sie die Einleitung gelesen haben, können Sie einfach zu jedem Teil in diesem Buch springen, wo Sie etwas lernen müssen. Es ist nicht notwendig, alles über alle Ergänzungen zu lesen. Aber Sie sind alle hier beschrieben, und wenn Sie wissen wollen, welche wirksam sind und welche nicht, lesen Sie einfach alles. Wenn Sie mehr an anderen Themen interessiert sind, gehen Sie einfach zum nächsten Kapitel über. Zweiter Teil des zweiten Kapitels. Nahrungsergänzungsmittel mit echtem Nutzen, Multivitamine und Multimineralienmischungen Multivitamin und Multimineralienmischungen Die Hauptaufgabe eines Multivitamins besteht darin, Ernährunglücken zu schließen und dafür zu sorgen, dass die Menschen ihren Tagesbedarf an unterversorgten Nährstoffen wie Vitaminen und Mineralien decken. Die Einnahme von Multivitaminen ist für jeden wichtig, auch für Menschen, die keinen Sport treiben. Die Wahrscheinlichkeit, alle für die gesunde Funktion des Körpers erforderlichen Vitamine über die Nahrung zu erhalten, geht gegen Null. Die Lebensmittel, die wir heutzutage essen, auch wenn sie wirklich gesund sind, enthalten nur wenige Mikronährstoffe, weil sie chemisch hergestellt werden. Sie können daraus komplexe Kohlenhydrate für Energie, Proteine für den Muskelaufbau und gesunde Fette für die gute Funktion des Herzens und aller Organe gewinnen. Aber man kann definitiv nicht alle Vitamine in der gewünschten Menge erhalten. Jedes Jahr gibt es immer weniger Mikronährstoffe in unserer Nahrung. Früher, als die Menschen sich noch natürlich und ohne chemische Zusätze ernährten, war es möglich, all diese Stoffe aus einer abwechslungsreichen Ernährung zu gewinnen. Um zu verstehen, wie wichtig das ist, werde ich im Folgenden kurz auf alle Vitamine und Mineralien und ihre Funktion im menschlichen Körper eingehen. Wie wählt man nun ein gutes Multivitaminpräparat für sich selbst aus? Das Wichtigste ist, dass es alle Vitamine und Mineralstoffe in der empfohlenen Dosierung enthält. Was auch immer auf der Packung empfohlen wird, ist für Menschen, die sich nicht bewegen. Das heißt, wenn in der Packungsbeilage steht, dass man zwei Tabletten pro Tag nehmen soll, muss man vier nehmen. Am besten ist es, die Einnahme auf mehrere Dosen über den Tag zu verteilen. Zum Beispiel zwei am Morgen und zwei vor dem Schlafen gehen. Siebender Grund dafür ist, dass Ihr Körper diese Vitamine schneller verliert, wenn Sie eine schwere körperliche Arbeit haben oder regelmäßig Sport treiben, was zu einer geschwächten Immunität und vielen anderen Problemen führen kann. Um gesund zu bleiben und ein optimales Umfeld für den Muskelaufbau im Körper zu haben, sollten Sie den Vitaminspiegel im Blut hochhalten. In den ersten Jahren, in denen ich trainiert habe, hat mir niemand gesagt, wie wichtig das ist. Alle sagten nur, nimm einfach Eiweiß und Pcha zu dir, dann ist alles gut. Nun, die Wahrheit ist, dass man genügend Proteine mit der Nahrung zu sich nehmen kann, aber Vitamine können das nicht. Also war ich ununterbrochen krank, fühlte mich müde und hatte eine gefährlich weiße Haut. Als ich meinen Vitaminhaushalt in Ordnung gebracht hatte, fühlte ich mich viel besser und stärker. Die Zusammensetzung eines idealen Multivitamins sollte in etwa so aussehen. Ich werde hier keine bestimmten Produkte vorstellen. Ich möchte für niemanden Werbung machen, und der Sinn der Lektüre dieses Buches ist, dass Sie selbst zwischen den Produkten wählen können. 8-9 Vitamine und Mineralstoffe, die für das Funktionieren des Körpers notwendig sind. Es gibt 13 lebenswichtige Vitamine und viele Mineralstoffe, die der Körper für eine optimale Gesundheit benötigt. Vitamine werden von Lebewesen hergestellt, während Mineralstoffe in der Erde vorkommen. Karotten zum Beispiel produzieren Beta-Karotin, das der Körper in Vitamin A umwandelt. Mineralien wie Eisen und Kupfer sind in Erde und Gestein zu finden. Vitamine sind viel empfindlicher als Mineralien und können durch Hitze oder Alter zersetzt werden, und sie sind organisch. Mineralien sind anorganisch, was ihre chemische Form einfacher macht als die von Vitaminen. Das bedeutet, dass sie auch durch Kochen abgebaut werden. Während alle Vitamine vom Körper benötigt werden, sind nur einige Mineralstoffe für die Ernährung notwendig. Beispiele für notwendige Mineralstoffe sind Calcium, Chrom, Kupfer, Iod, Eisen, Magnesium, Mangan, Phosphor, Kalium, Schwefel, Natrium und Zink. Mineralstoffe und Spurenelemente sind vor allem in Fleisch, Getreide, Fisch, Milch und Milchprodukten, Gemüse, Trockenobst und Nüssen enthalten. Besonders im Bodybuilding. Ohne sie könnten die Muskeln nicht funktionieren. Jedes einzelne von ihnen hat verschiedene Funktionen im Körper, aber wenn es um Bodybuilding geht, ist ihre wichtigste Funktion die Muskelkontraktion und die Optimierung der Hormonproduktion. Mineralien Calcium ist notwendig für starke Knochen und Gesundheit, wird für die Blutgerinnung benötigt und hilft den Nerven, Nachrichten zu senden und den Muskeln, sich zusammenzuziehen. Eisen, das für den Sauerstofftransport im Blut notwendig und für die Energiegewinnung aus Nährstoffen wichtig ist, ist ein essentieller Mineralstoff, der in einigen Lebensmitteln wie magerem Fleisch und Meeresfrüchten, Nüssen, Bohnen und angereicherten Lebensmitteln natürlich enthalten ist. Magnesium ist ein Kofaktor in mehr als 300 Enzymsystemen, die verschiedene biochemische Reaktionen im Körper regulieren, darunter die Proteinsynthese, die Muskel- und Nervenfunktion, die Blutzuckerkontrolle und die Blutdruckregulierung. Magnesium wird für die Energieproduktion benötigt. 10 Chrom trägt dazu bei, dass der Blutzucker aus dem Blutkreislauf in die Zellen transportiert und dort als Energie genutzt wird und dass Fette, Kohlenhydrate und Proteine in Energie umgewandelt werden. Kalium hilft den Nerven zu funktionieren und den Muskeln, sich zusammenzuziehen. Es trägt dazu bei, dass ihr Herzschlag regelmäßig bleibt. Außerdem trägt es dazu bei, dass Nährstoffe in die Zellen gelangen und Abfallstoffe aus den Zellen ausgeschieden werden. Eine kaliumreiche Ernährung hilft, einige der schädlichen Auswirkungen von Natrium auf den Blutdruck auszugleichen. Zink, ein Nährstoff, der überall im Körper vorkommt, unterstützt die Funktion des Immunsystems und des Stoffwechsels. Zink ist auch wichtig für die Wundteilung und den Geschmacks- und Geruchssinn. Natrium ist sowohl ein Elektrolyt als auch ein Mineralstoff. Es trägt zur Aufrechterhaltung des Wasser- und Elektrolytgleichgewichts im Körper bei. Natrium ist auch wichtig für die Funktion von Nerven und Muskeln. Mangan hilft dem Körper bei der Bildung von Bindegewebe, Knochen, Blutenrinnungsfaktoren und Sexualhormonen. Außerdem spielt es eine Rolle im Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, bei der Kalziumaufnahme und der Blutzuckerregulierung. Mangan ist auch für eine normale Gehirn- und Nervenfunktion erforderlich. Phosphor ist wichtig für die Bildung von Knochen und Zähnen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Verwertung von Kohlenhydraten und Fetten im Körper. Außerdem benötigt der Körper es, um Proteine für das Wachstum, die Erhaltung und die Reparatur von Zellen und Geweben herzustellen. Wenn sie schwitzen, verlieren sie Mineralien, insbesondere Natrium. Deshalb ist es gut, wenn man sie vor oder während des Trainings trinkt. Die Vitamine B und C sind wasserlöslich und wandern leichter durch den Körper als fettlösliche Vitamine. Wasserlösliche Vitamine werden nicht im Körper gespeichert, sondern müssen kontinuierlich mit der Nahrung zugeführt werden. Bei übermäßiger Einnahme werden wasserlösliche Vitamine über den Urin ausgeschieden. Elf die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K binden sich im Magen an Fett und werden dann im Fettgewebe und in der Leber gespeichert. Diese Vitamine werden nicht ohne weiteres ausgeschieden, und wenn sie im Übermaß angenommen werden, können sie sich im Körper anreichern und zu unerwünschten und möglicherweise gefährlichen unerwünschten Wirkungen führen. Antioxidantien sind Substanzen, die einige Arten von Zellschäden verhindern oder verzögern können, indem sie freien Radikalen entgegenwirken, Chemikalien, die Zellen schädigen können. Freie Radikale sind Verbindungen, die Schaden anrichten können, wenn ihr Anteil im Körper zu hoch wird. Sie werden mit zahlreichen Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs. Ihr Körper verfügt über körpereigene Antioxidantien, die die freien Radikale in Schach halten. Sie sind immer dann leicht erhöht, wenn sie etwas Ungesundes tun, zum Beispiel trinken, rauchen, schlechtes Essen zu sich nehmen oder sogar Sport treiben. Deshalb ist es wichtig, dass sie genügend Antioxidantien in ihrem Körper haben. Beispiele für Antioxidantien sind die Vitamine A, C und E, Beta-Carotin, Lycopin und Zellen. Antioxidantien wird einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen zugeschrieben, die von der Verringerung der Alterserscheinungen bis hin zur Vorbeugung bestimmter Krebsarten und der Alzheimer-Krankheit reichen. Obwohl Antioxidantien, die von Natur aus in Obst, Gemüse und Getreide vorkommen, zur Vorbeugung bestimmter Krankheiten beitragen können, hat die Forschung nicht gezeigt, dass hohe Dosen von Antioxidantien-Ergänzungen Krankheiten verhindern. Die Ergebnisse klinischer Studien sind uneinheitlich, aber die meisten haben enttäuschende Ergebnisse erbracht. Vitamin A Vitamin A ist weithin für seine Bedeutung für gutes Sehen bekannt, unterstützt aber auch das Immunsystem und ist für eine gesunde Schwangerschaft notwendig. Vitamin A-Mangel ist in den Vereinigten Staaten selten. Er ist weitgehend ein Problem der Entwicklungsländer. Vitamin A kann sowohl aus pflanzlichen als auch aus tierischen Quellen stammen. Zu den pflanzlichen Quellen gehören grünes Blattgemüse sowie orangefarbenes und gelbes Obst und Gemüse. Zu den tierischen Quellen gehören Leber, Lachs und Vollmilch. Vitamin A wird auch angereichertem Getreide zugesetzt, ist Bestandteil der meisten Multivitaminpräparate und ist als eigenständiges Ergänzungsmittel erhältlich. 12. Vitamin B Die Familie der Vitamine des B-Komplexes besteht aus 8 Vitaminen, von denen jedes eine andere wichtige Funktion im Körper ausübt. B1-Thiamin produziert Zellenergie aus der Nahrung, wird für die Synthese von DNA und RNA benötigt. Getreide Vollkorngetreide Angereichertes raffiniertes Getreide Kartoffeln, Schweinefleisch, Meeresfrüchte, Leber- und Kidnaju-Bohnen B2-Repoflavin hilft dem Körper, Energie zu produzieren, beeinflusst Enzyme, die Muskeln, Nerven und Herz beeinflussen. Getreide Vollkorngetreide Angereichertes raffiniertes Getreide Angereichertes Brot Milchprodukte Leber- und grünes Blattgemüse B3-Niasin-Energieproduktion Trägt zur Gesunderhaltung von Haut, Nervensystem und Verdauungssystem bei Leber, Fisch, Hühnchen, mageres rotes Fleisch, Nüsse, Vollkorngetreide, getrocknete Bohnen und angereichertes raffiniertes Getreide B5-Pantotensäure trägt zu normalem Wachstum und Entwicklung bei Ist in fast allen Lebensmitteln enthalten B6-Pyridoxin hilft beim Abbau von Eiweiß Trägt zur Gesunderhaltung der roten Blutkörperchen, des Nervensystems und von Teilen des Immunsystems bei Fisch, Leber, Schweinefleisch, Huhn, Kartoffeln, Weizenkeime, Bananen und getrocknete Bohnen B7-Biotin hilft beim Abbau von Eiweiß und Kohlenhydraten Unterstützt den Körper bei der Hormonbildung Erdnüsse, Leber, Eigelb, Bananen, Pilze, Wassermelone und Grapefruit B8-Folsäure, Folat hilft den Körperzellen bei der Bildung und Erhaltung der DNA Wichtig für die Produktion roter Blutkörperchen Grünes Blattgemüse, Leber, Zitrusfrüchte, Pilze, Nüsse, Erbzen, getrocknete Bohnen und Weizenbrot B12-Cobalamin spielt eine Rolle für das Wachstum und die Entwicklung des Körpers sowie für die Nervenfunktion Eier, Fleisch, Geflügel, Schalentiere, Milch und Milchprodukte Vitamin B9-Folsäure kann helfen, Missbildungen des Gehirns und der Wirbelsäule zu verhindern, die als Neuralroteffekte bekannt sind Es wird empfohlen, dass alle Frauen, die schwanger werden können, 400 McG-Folsäure pro Tag aus angereicherten Lebensmitteln oder aus Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen Vitamin B12 ist wichtig für die Funktion und Entwicklung der Nerven Ein Mangel kann Symptome wie Taubheit, Schwäche, Schwierigkeiten beim Gehen, gelbliche Haut und Gedächtnisverlust hervorrufen Ältere Menschen, Vegetarier, Veganer und Menschen, die sich einer Operation zur Gewichtsreduktion unterzogen haben, sind gefährdet, einen Vitamin B12-Mangel zu entwickeln 13 Vitamin C ist für das Wachstum und die Reparatur von Geweben in allen Teilen des Körpers notwendig Vielleicht haben Sie in der Erkältungs- und Grippesaison auch schon Werbung gesehen, in der die Vorteile von Vitamin C angepriesen werden Aber diese Behauptungen sind nach wie vor Gegenstand heftiger Diskussionen Obwohl die Forschung zeigt, dass Vitamin C-Präparate das Risiko einer Erkältung bei den meisten Menschen nicht verringern kann die regelmäßige Einnahme von Vitamin C-Präparaten dazu beitragen, die Dauer der Erkältung zu verkürzen und den Schweregrad der Symptome zu verringern Die Einnahme von Vitamin C-Präparaten nach Beginn der Erkältungssymptome scheint nicht hilfreich zu sein Zu den Lebensmitteln mit hohem Vitamin C-Gehalt gehören Zitrusfrüchte, Erdbeeren, Blaubeeren, Brokkoli, grüne Paprika, Spinat und Tomaten Vitamin D die in den letzten 10 Jahren durchgeführten Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass Vitamin D nicht nur für den Aufbau starker Knochen sorgt sondern auch eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung einer Reihe schwerwiegender langfristiger Gesundheitsprobleme wie Osteoporose, Herzkrankheiten, einiger Krebsarten und Multiple Sklerose spielen kann Vitamin D ist sowohl ein Nährstoff in der Nahrung als auch ein Hormon, das unser Körper durch Sonneneinstrahlung bildet Es ist wichtig für die Knochengesundheit, da eine seiner Hauptfunktionen darin besteht, dem Körper bei der Aufnahme von Kalzium zu helfen Nur wenige Lebensmittel sind von Natur aus reich an Vitamin D Die besten Vitamin D-Quellen sind fetter Fisch, wie Lachs, Thunfisch und Makrele, angereicherte Milchprodukte und Frühstücksflocken Vitamin E wird für die Zellkommunikation, zur Stärkung des Immunsystems und zur Bildung roter Blutkörperchen benötigt Ähnlich wie Vitamin D den Körper bei der Verwertung von Kalzium hilft, hilft Vitamin E dem Körper bei der Verwertung von Vitamin K Früher glaubte man, dass die Einnahme von Vitamin E-Ergänzungen auch einer Reihe von Krankheiten vorbeugen könnte, darunter Herzkrankheiten, Krebs- und Alzheimer-Krankheit Die derzeitige Forschung liefert jedoch kaum Beweise dafür, dass die Einnahme von Vitamin E-Präparaten diesen Krankheiten vorbeugt, und die Risiken und Vorteile der Einnahme von Vitamin E sind noch unklar Vitamin E kommt natürlich in Lebensmitteln vor und ist in einigen angereicherten Lebensmitteln enthalten Die empfohlene Tagesmenge an Vitamin E erhalten Sie durch den Verzehr einer Vielzahl von Lebensmitteln wie Pflanzenölen, Nüssen und Samen, grünem Gemüse und angereicherten Getreidesorten 14 Vitamin K ist ein Sammelbegriff für eine Reihe von Verbindungen, die dem Körper helfen, Proteine zu bilden, die für die Blutgerinnung notwendig sind Aufgrund dieser Funktion wird Vitamin K verwendet, um die gerinnungsfähmende Wirkung von Blutverdünnern umzukehren, wenn zu viel davon verabreicht wird Aus diesem Grund müssen Menschen, die Blutverdünner einnehmen, vorsichtig sein, wie viel Vitamin K sie zu sich nehmen Vitamin K wird auch Neugeborenen verabreicht, die von Natur aus nicht genug davon haben, um Gerinnungsproblemen vorzubeugen Vitamin K ist in Blattgemüse, Kreuzblütengemüse, Fisch, Leber, Fleisch und Eiern enthalten Ausgewogene Ernährung und Multivitaminpräparate Der Schlüssel zum Ernährungserfolg Das Wichtigste, was sie sich merken müssen, ist, dass sie jeden Tag ein Multivitaminpräparat einnehmen, und schon sind sie gesund Wie ich bereits sagte, sind sie im Bodybuilding besonders wichtig Sie helfen beim Wasserverlust, bei der Proteinsynthese, bei der Muskelkontraktion und bei der Energieproduktion An der es ihnen aufgrund der erhöhten körperlichen Aktivität möglicherweise mangelt Dritter Teil von Kapitel 2 Nahrungsergänzungsmittel mit echtem Nutzen Proteinpulver Wenn Sie mehr wissen wollen, buchen Sie mich für ein Coaching Die Verdauung von zu viel Fleisch, Eiern und Milchprodukten kann schwierig sein Deshalb werden Proteinpulver verwendet Um mehr Abwechslung in Ihre Ernährung zu bringen Nun gibt es zu viele Proteinpulver auf dem Markt Also welches sollte man nehmen? Hydro? CFM? ISO? Konzentrat? Vegan? Oder welches? Jedes einzelne von Ihnen hat einen anderen Zweck und wird für unterschiedliche Dinge verwendet Es gibt also nicht die eine perfekte Lösung Man muss nur wissen, wofür man es verwenden will Das werde ich Ihnen jetzt erklären Verstehen Sie, es ist nichts Besonderes Es ist einfach nur Protein, stell dir vor, es ist wie Hühnerbrust, aber es ist ein Shake mit Schokoladengeschmack Molkenprotein ist im Grunde genommen ein Protein, das aus Milch hergestellt wird Milch besteht aus zwei Proteinen, Casein und Molke Molkenprotein kann vom Casein in der Milch getrennt werden oder als Nebenprodukt bei der Käseherstellung entstehen Molkenprotein gilt als vollständiges Protein, da es alle essentiellen und nicht-essentiellen Aminosäuren enthält Es enthält nur wenig Laktose Der Verzehr von Molkenprotein ist mit vielen Vorteilen verbunden, und die Forscher finden ständig neue mögliche therapeutische Eigenschaften Hier erkläre ich, welche Vorteile das sein könnten Unterstützung der Gewichtsabnahme In einer Studie mit 158 Personen, die in der Zeitschrift Nutrition and Metabolism veröffentlicht wurde, verloren diejenigen, die Molke zu sich nahmen, deutlich mehr Körperfett und bewahrten mehr fettfreie Muskeln als die Probanden, die das Kontrollgetränk zu sich nahmen Antikrebs-Eigenschaften In der Zeitschrift Anti-Centure Research wurden vielversprechende Ergebnisse für die Verwendung von Molkenproteinkonzentrat in der Krebsbehandlung veröffentlicht Weitere Forschungen sind erforderlich Senkung des Cholesterinspiegels In einer Studie, die im British Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, erhielten 70 übergewichtige Männer und Frauen zwölf Wochen lang Molkepräparate und es wurde eine Reihe von Parametern gemessen, wie zum Beispiel Lipid und Insulinspiegel Sie stellten fest, dass, in der Molkegruppe im Vergleich zur Casein-Gruppe in Woche 12 ein signifikanter Rückgang des Gesamtcholesterins und des LDL-Colesterins zu verzeichnen war Asthma Asthma Molkenprotein könnte die Immunreaktion bei Kindern mit Asthma verbessern Eine kleine Studie mit elf Kindern, die im International Journal of Food Science and Nutrition veröffentlicht wurde, ergab, dass Kinder mit Asthma, die einen Monat lang zweimal täglich 10 Gramm Molkenprotein zu sich nahmen, eine bessere Immunreaktion zeigten Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen Eine im International Daily Journal veröffentlichte Studie ergab, dass Getränke, die mit Molkenprotein angereichert waren, den Blutdruck bei Patienten mit Bluthochdruck deutlich senkten, auch das Risiko, eine Herzerkrankung oder einen Schlaganfall zu entwickeln, war geringer Verringerung der Gewichtsabnahme bei Menschen mit HIV Eine in der Fachzeitschrift Clinical and Investigative Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass Molkenprotein dazu beitragen kann, die Gewichtsabnahme bei HIV-positiven Patienten zu verringern Vorteile für die Leber Die Leber benötigt Eiweiß, um sich selbst zu reparieren und Fette in Lipoproteine umzuwandeln, d. h. in Moleküle, die den Abtransport von Fetten aus der Leber unterstützen In einer Studie mit elf fettleibigen Frauen trug die Einnahme von 60 Gramm eines Molkenproteinpräparats dazu bei, das Leberfett innerhalb von vier Wochen um etwa 21% zu reduzieren Molke hilft, die Leber zu reinigen und die Leberenzyme zu senken Klingt gut, oder? Es gibt verschiedene Arten von Molkenprotein, die auch unterschiedliche Namen haben Im Wesentlichen werden sie nach der Art der Herstellung und der Geschwindigkeit der Aufnahme benannt 17 Molkenproteinkonzentrat Hier haben wir die einfachste aller Molkenproteinarten, das Konzentrat Es ist am billigsten, hat die schlechteste Qualität und die geringste Absorptionsfähigkeit Am besten wird es tagsüber verwendet, wenn es mit Lebensmitteln gemischt oder gekocht wird Um es zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick darauf werfen, wie Molke, unabhängig von der Art, hergestellt wird Man beginnt mit Milch Ein Gerinnungsmittel wie Lab oder eine Säure wird zugesetzt, und der feste Anteil trennt sich von der Flüssigkeit Dieser feste Bruch wird entnommen, um zu Käse oder Casein verarbeitet zu werden, und die Flüssigkeit, die zurückbleibt, ist die Molke Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich um Molkenkonzentrat Es ist reich an vollständigen Proteinen, enthält aber auch etwas Fett und Zucker in Form von Laktose Interessanterweise enthält dieses Fett zahlreiche äußerst nützliche Nährstoffe, die eine gesunde Immun- und Herzkreislauffunktion unterstützen Molken-Isolat teuer, aber beste Aufnahmefähigkeit und Qualität Am besten in einem kurzen Zeitraum vor dem Wettkampf oder nach dem Training zu verwenden Um die Proteinkonzentration in ihrer Molke zu erhöhen, gehen einige Hersteller bei der Verarbeitung noch weiter Es werden verschiedene Techniken angewandt, um den Großteil des Fetts und des Zuckers aus der Molke zu entfernen, sodass hauptsächlich Eiweiß zurückbleibt Auf den ersten Blick mag dies eine gute Sache sein, aber erinnern Sie sich an all die praktischen Nährstoffe, die sich hinter dem Fett verbergen? Die sind jetzt auch weg Tatsächlich werden durch diese Verarbeitung manchmal einige Aminosäuren aufgespalten und sind für den Körper schwerer verdaulich Die zusätzliche Arbeit, die in diesen Produkten steckt, bedeutet auch, dass die Kosten steigen Molken-Hydrolysat kann in sehr hohen Dosen extrem schnell verdaut werden und ist am besten nach dem Training zu verwenden Einige Unternehmen verwenden Hitze, Säure, Enzyme oder eine Kombination davon, um einige der Bindungen, die die Aminosäuren zusammenhalten Absichtlich aufzubrechen Dadurch können diese Nährstoffe schnell vom Körper aufgenommen werden Das Problem dabei ist, dass Molke bereits schnell vom Körper aufgenommen wird Der Unterschied, der durch diese zusätzliche Verarbeitung entsteht, ist marginal, aber der Preisanstieg ist alles andere als gering Was übrig bleibt, ist ein viel teureres Molken-Protein, das nur wenig besser ist In der Regel wird Molken-Hydrolysat durch die Verarbeitung auch bitterer, sodass es mit Aromen und anderen Zusatzstoffen aufgemotzt werden muss 18-Milch-Protein Diese Art von Molken-Protein ist ein wenig verwirrend Bei diesem Produkt, das manchmal vage als Milch-Protein bezeichnet wird, handelt es sich in der Regel nur um eine Mischung aus Molke und Casein, entweder als Konzentrat oder als Isolat Im Allgemeinen finden Sie diese Bezeichnung nur bei Produkten, die mehrere Proteinquellen verwenden Da die Bezeichnung nichts über die tatsächliche Mischung aussagt, können Sie sich kein klares Bild von der tatsächlichen Qualität dieses zweideutigen Milch-Proteins machen Cross-Flow-Mikrofiltrations-Protein Das CFM-Verfahren ist ein völlig chemiefreies, hochwertiges Herstellungsverfahren, bei dem keramische Filter eingesetzt werden, um Laktose, Fett und andere unerwünschte Stoffe zu entfernen und das Protein effektiver zu isolieren Im Grunde ist es das beste Protein, das man verwenden kann Es ist nicht zu teuer und wird bei niedrigen Temperaturen hergestellt, sodass alle Mikronährstoffe erhalten bleiben Casein-Protein Es macht wirklich keinen Sinn, dieses Produkt zu kaufen Es sollte vor dem Schlafengehen eingenommen werden, da es sehr lange braucht, um verdaut zu werden, und es wird nur langsam an den Körper abgegeben Aber während der Nacht sollte sich die Verdauung ausruhen und kein Protein verdauen Du kannst stattdessen Hüttenkäse oder Quark essen und ihn einfach mit etwas Molke mischen, um den gleichen Nutzen zu erzielen Es gibt viele pflanzliche Eiweißpulver Sie sind gut geeignet, um ihre Ernährung ab und zu abwechslungsreicher zu gestalten Allerdings sind die Aminosäuren in diesen Mischungen unterrepräsentiert Sie bieten also keinen vollständigen Nahrungsersatz Ehrlich gesagt würde ich sie nur verwenden, wenn ich mich vegan ernähren würde, aber das wäre ein ungesunder Müllhaufen Sie können nach demselben Verfahren hergestellt werden Es gibt zum Beispiel Soja-Isolat, Soja-CFM, Soja-Konzentrat und so weiter Ich empfehle wirklich nicht, besonders Sojaprotein zu verwenden Besonders bei Männern, da es den Östrogen, Prolaktin und Progesteronspiegel erhöht Was für den männlichen Körper sehr schädlich sein kann Hier sind Beispiele für verschiedene Proteine Rindfleischprotein, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Erbsenprotein, Hanfprotein 19, es ist Müll, kaufe es einfach nicht Das einzige, was außer Milch oder Rinderprotein Sinn macht, ist getrocknetes Eiweiß Eiklar, wenn du wegen des hohen Cholesterinanteils im Eigelb nicht täglich Eier essen willst, ist das super für dich Es bietet ihnen alle Vorteile des Eierverzehrs, aber sie müssen es nicht einmal zubereiten Eiprotein ist die beste Proteinquelle, die es auf der Welt gibt Besser als alles andere, besser als Milch Es enthält alle Aminosäuren in einem sehr hohen Anteil an anabolen Aminosäuren, die im Bodybuilding benötigt werden, wie Leuchin, Isoleuchin, Walin und Laginin Vierter Teil des Kapitels 2 Nahrungsergänzungsmittel mit echtem Nutzen, Kreatin Kreatin ist das leistungsstärkste Supplement im Bereich des natürlichen Bodybuildings Es ist das einzige Supplement, das sich direkt auf die Muskelhypertrophie auswirkt Seine Wirkung ist ähnlich wie die von anabolen Steroiden, aber natürlich funktioniert es auf eine ganz andere Weise Denn Steroide sind Hormone oder giftige Chemikalien, die sehr gefährlich sind Aber Kreatinin ist vollkommen sicher, es ist einfach eine Substanz, die natürlich in den Muskelzellen vorkommt Es ist nicht einmal 5% so stark wie anabole Steroide, aber dennoch das stärkste Supplement, das ein natürlicher Bodybuilder einnehmen kann Als ich es zum ersten Mal nahm, nahm ich nach einem Monat 5 Kilogramm zu, ohne meine Ernährung oder mein Training zu ändern Normalerweise reagieren die Leute nicht so gut drauf, aber das ist wiederum eine Frage der Genetik Es kann ihnen helfen, Wasser in den Muskelzellen zu halten, was sehr nützlich sein kann, wenn man bedenkt, dass Muskelzellen hauptsächlich aus Wasser bestehen Genauer gesagt zu 75% aus Wasser Im Bodybuilding sollte jeder Wasser aus dem subkutanen Gewebe fernhalten, um gesund zu bleiben und die Organe nicht zu belasten Menschen, die viel Wasser speichern, können sich selbst eine Menge Probleme mit Organ oder Hormonen bereiten Aber das ist ein zu spezielles Thema Kreatin hält Wasser in den Muskelzellen, was sie größer, voller und stärker machen kann Es ist nicht so, wie viele Leute denken, dass es Wasser unter der Haut hält Es hat nur einen sehr geringen Einfluss darauf, wie viel Wasser sie unter der Haut halten Um zu verstehen, was ich sage, füge ich zwei Bilder bei 20 ersten Personen mit Wasser unter der Haut 2. Person mit wenig Wasser unter der Haut, aber mit vielen Muskeln 1. Verursacht durch schlechte Essgewohnheiten Hormonelle Probleme, hohen Salz- oder Zuckerkonsum, Fettleibigkeit, mangelnde Bewegung 2. Gute Essgewohnheiten, normaler Salz- und Zuckerkonsum, gesunder Körperfettanteil, sportliche Betätigung Wasser in den Muskeln und nicht unter der Haut halten 21 Ein weit verbreiteter Mythos über Kreatin ist, dass es unsicher für die Nieren ist, weil es Wasser einlagert Das ist totaler Blödsinn und wird normalerweise von Leuten gesagt, die keine Ahnung haben, wie der Körper funktioniert Hör nicht auf diese Duckmäuser Du hast deinen eigenen Kopf, Bruder Wenn du dich also wie Müll behandelst, wirst du Wasser unter der Haut halten, nicht mit Kreatin Was ist diese magische Substanz eigentlich? Kreatin ist eine Aminosäure, die vor allem in den Muskeln und im Gehirn vorkommt Die meisten Menschen nehmen Kreatin über Meeresfrüchte und rotes Fleisch auf, allerdings in Mengen, die weit unter denen liegen, die in synthetisch hergestellten Kreatinpräparaten enthalten sind Auch die Leber, die Bauchspeicheldrüse und die Nieren können etwa 1 Gramm Kreatin pro Tag herstellen Der Körper speichert Kreatin als Phosphokreatin vor allem in den Muskeln, wo es zur Energiegewinnung genutzt wird Daher wird Kreatin oral eingenommen, um die sportliche Leistung zu verbessern und die Muskelmasse zu vergrößern Außerdem wird Orals Kreatin zur Behandlung bestimmter Gehirnstörungen, neuromuskulärer Erkrankungen, kongestiver Herzinsuffizienz und anderer Erkrankungen eingesetzt Topisches Kreatin kann zur Behandlung alternder Haut verwendet werden Die Forschung zur Verwendung von Kreatin bei bestimmten Aktivitäten und Erkrankungen zeigt Kraft, Muskelgröße und Leistung Die orale Einnahme von Kreatin kann es einem Sportler ermöglichen, bei Wiederholungen oder Sprints mehr Arbeit zu verrichten, was zu einem größeren Zuwachs an Kraft, Muskelmasse und Leistung führt Kreatin wird häufig von Sportlern verwendet, die intermittierende Aktivitäten mit hoher Intensität ausüben, die eine schnelle Erholung während des Trainings und des Wettkampfs erfordern Verletzungsvorbeugung Orals Kreatin kann die Häufigkeit von Dehydrierung, Muskelkrämpfen und Verletzungen von Muskeln, Knochen, Bändern, Sehnen und Nerven verringern Seltene Kreatinstoffwechselsyndrome Bei Kindern mit bestimmten Kreatinmangelsyndromen kann eine orale Kreatinergänzung einige Symptome verbessern Kognition und Gehirngesundheit Eine Kreatinergänzung könnte die Leistung bei kognitiven Aufgaben verbessern, insbesondere bei älteren Erwachsenen Sarkopänie und Knochengesundheit Eine Proteinergänzung könnte dazu beitragen, dem altersbedingten Rückgang der Skeletmuskulatur und der Knochenminnialdichte entgegenzuwirken Herzinsuffizienz Es gibt nicht genügend Beweise, um die Einnahme von oralem Kreatin zur Behandlung von Herzinsuffizienz zu empfehlen Hautalterung Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine Creme, die Kreatin und andere Inhaltsstoffe enthält und sechs Wochen lang täglich auf das Gesicht aufgetragen wird, die Hauteschlaffung und Faltenbildung bei Männern verringern könnte Eine andere Studie legt nahe, dass eine Creme, die Kreatin und Folsäure enthält, Sonnenschäden verbessert und Falten reduziert Kreatin könnte Sportlern zugutekommen, die kurze Geschwindigkeitsschübe oder eine erhöhte Muskelkraft benötigen Zum Beispiel Sprintern, Gewichthebern und Mannschaftssportlern Auch wenn die Einnahme von Kreatin nicht allen Sportlern hilft, gibt es Hinweise darauf, dass es im Allgemeinen nicht schadet, wenn es wie vorgeschrieben eingenommen wird Obwohl eine ältere Fallstudie darauf hindeutet, dass Kreatin die Nierenfunktion bei Menschen mit Nierenerkrankungen verschlechtern könnte scheint Kreatin die Nierenfunktion bei gesunden Menschen nicht zu beeinträchtigen Sicherheit und Nebenwirkungen Wenn Kreatin in angemessener Dosierung oral eingenommen wird, kann es wahrscheinlich bis zu 5 Jahre lang sicher eingenommen werden Wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln ist es wichtig, ein Produkt zu wählen, das den empfohlenen Herstellung Praktiken entspricht und von Dritten geprüft wird, um die Qualität des Produkts zu gewährleisten Es ist in der Regel als, kreature, gekennzeichnet und kann folgendes, bewirken Gewichtszunahme, in der Regel in Form von fettfreier Körpermasse Kreatin kann für Menschen mit vorbestehenden Nierenproblemen unsicher sein Es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich Mögliche Wechselwirkungen sind Koffein Die Kombination von Koffein mit Kreatin könnte die Wirksamkeit von Kreatin verringern Die Einnahme von Kreatin mit einer Tagesdosis von mehr als 300 Milligramm Koffein könnte auch das Fortschreiten der Parkinson-Krankheit verschlimmern Weitere Forschung ist erforderlich Es gibt viele Arten von Kreatin, welche ist die beste? Nun, wie bei allen kommt es darauf an 24 Kreatin Monohydrat Die gebräuchlichste und kostengünstigste Art der Kreatinergänzung ist Kreatin Monohydrat, das durch Bindung von Kreatin an ein Wassermolekül hergestellt wird Es ist auch die am weitesten verbreitete und am besten erforschte Form von Kreatin In der jüngsten Überprüfung der Sicherheit und Wirksamkeit von Kreatin im Journal of the International Society of Sports Nutrition wurde erklärt dass Kreatin Monohydrat einen größeren physiologischen Einfluss auf den intramuskulären Kreatinspiegel hat als andere Formen Kreatin Ethylester In dieser Form ist Kreatin an Estersalze gebunden, von denen man annimmt, dass sie die Bio-Verfügbarkeit von Kreatin verbessern In einer Studie aus dem Jahr 2009 wurde die Einnahme von Kreatin Ethylester mit der Einnahme von Kreatin Monohydrat und einem Placebo über einen Zeitraum von 47 Tagen verglichen Die Ergebnisse Kreatin Ethylester brachte keinen zusätzlichen Nutzen für die Steigerung der Muskelkraft oder Leistung Kreatin Hydrochlorid oder Kreatin HCl Diese Variante wird durch Bindung von Kreatin Anteile von Hydrochlorid Molekülen hergestellt Ein bemerkenswerter Effekt ist, dass der pH-Wert gesenkt wird, wodurch das Kreatin sauger wird HCl ist besser wasserlöslich, aber manche glauben, dass es auch besser vom Körper absorbiert wird Aus diesem Grund haben die meisten Kreatin-HCl-Produkte eine Portionsgröße von weniger als einem Gramm, im Gegensatz zu den üblichen 5 Gramm bei Monohydrat Manche Menschen bekommen von Kreatin Monohydrat Magenkrämpfe, während Kreatin Hydrochlorid diesen Effekt anscheinend nicht so häufig hervorruft 25 gepuffertes Kreatin Hierbei handelt es sich um Kreatin mit einem höheren pH-Wert als normales Kreatin Monohydrat, was zu einem alkalischeren oder basischen Produkt führt In der Regel ist damit Krealkalyn gemeint, aber ein Konkurrenzprodukt namens Kreatrona ist mit Natriumcarbonat und Natriumbeschabonat gepuffert, was die Alkalität weiter erhöhen kann Gepuffertes Kreatin wird manchmal als wirksamer angepriesen und führt dazu, dass weniger Kreatin in Kreatinin, ein weniger nützliches Nebenprodukt, zerfällt Die einzige große Studie, in der es mit Monohydrat verglichen wurde, ergab jedoch keinen Unterschied in der Leistung oder im Kreatinerhalt der Muskeln In der Studie wurde ein ziemlich ähnlicher Anstieg des Kreatiningerhalts zwischen beiden festgestellt Abgesehen davon ist gepuffertes Kreatin, wie Kreatin Hydrochlorid, für Sportler, die mit Monohydrat Krämpfe bekommen, möglicherweise magenfreundlicher Flüssiges Kreatin wie der Name schon sagt, ist Kreatin in einer flüssigen, trinkfertigen Formel verpackt und nicht als Pulver Es wird damit beworben, dass es bequemer ist und möglicherweise leichter vom Körper aufgenommen werden kann Die wenigen Untersuchungen, die die beiden Nahrungsergänzungsmittel miteinander wirklichen haben, deuten jedoch darauf hin, dass es möglicherweise weniger wirksam ist als Kreatinmonohydrat Kreatin Magnesium Chelat häufig unter dem Namen Magna Power verkauft, handelt es sich um Kreatin, das mit Magnesium gebunden wurde Es ist nicht schwer, Leute zu finden, die behaupten, dass dieses Produkt besser absorbiert wird als Monohydrat, aber wie bei Hydrochlorid und allen anderen Produkten auf dieser Liste, gibt es nur sehr wenige Studien dazu Die verfügbaren Studien sind nicht besonders vielversprechend 26 Kreatin und Magenkrämpfe Auch wenn es nicht sehr häufig vorkommt, kann Kreatinmonohydratverdauungsprobleme wie Magenkrämpfe und Blähung verursachen In diesem Fall kann es tatsächlich sinnvoll sein, auf verschiedene Formen des Supplements zu achten Sobald das Kreatin in Wasser dissoziiert, sind die Auswirkungen praktisch gleich, egal welches Salz man wählt, sagt Dr. Trevor Cassie, ein Biochemiker aus Ohio An diesem Punkt ist es am besten, eine Option zu wählen, die am besten mit ihrem Verdauungstrakt verträglich ist Die Wahl von Kreatin in ionischer Form kann hier Abhilfe schaffen, denn ionische Versionen sind besser wasserlöslich, fügt er hinzu Ionische Versionen von Kreatin sind weniger anfällig für Blähungen, sagt Cassie Ich vertrete den Standpunkt, dass man sich umso unwahrscheinlicher, schwer, fühlt, je leichter es sich in Wasser auflöst Wenn sich also jemand mit einfachem, altem Monohydrat nicht wohl fühlt, dann ist eine wasserlösliche Variante vielleicht besser geeignet Kreatinhydrochlorid, gepuffertes Kreatin und flüssiges Kreatin gelten als ionischer als normales Kreatinmonohydrat Und werden daher von Personen, die empfindlich auf Kreatinmonohydrat reagieren, besser vertragen Wie viel Kreatin sollten Sie einnehmen? Die empfohlene Tagesdosis an Kreatin liegt bei 3 bis 5 Gramm täglich Aber das hängt wirklich davon ab, wie viele Muskeln Sie bereits haben, die gesättigt bleiben sollen Ich nehme 10 Gramm, aufgeteilt in zwei Dosen über den Tag verteilt, aber das ist zu viel und Sie sollten nicht so viel nehmen Aber wenn Sie ein erfahrener Sportler sind, der bereits auf einem hohen Leistungsniveau ist, kann es helfen Nehmen Sie es immer mit etwas schnellem Zucker in Ihrem Getränk ein Es muss nicht viel sein Wenn Sie es mit einem Glas Orangensaft, Eiweißpulver oder nur einem Löffel Zucker trinken, wird es am besten verwendet Wenn du es ohne Zucker zu dir nimmst, kann dein Körper es nicht so gut verarbeiten Da sich Kreatin auf natürliche Weise in den Muskeln anreichert, muss es nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zusammen mit anderen Nährstoffen eingenommen werden, um das Training zu unterstützen Vielmehr soll die Einnahme von Kreatin dazu führen, dass die Muskeln schließlich mit Kreatin gesättigt, d. h. ausgelastet, sind Sobald die Muskeln gesättigt sind, sollten sich Kraft und Muskelgröße verbessern, unabhängig davon, wie sie dorthin gelangt sind Bei die Bilder der alten Schule haben diese Sättigung Phasen, in denen Sie über einen bestimmten Zeitraum extreme Mengen wie 15 g einnehmen, um die Muskeln zu sättigen Dann verringerten Sie die Dosis und beließen es bei 3 g z.B. Das hat sich schon oft als sinnlos erwiesen Wählen Sie einfach die Grunddosis und halten Sie sich daran Sie brauchen nicht zu laden oder zu entladen es Nehmen Sie es einfach Auch für 6 Monate oder wie lange Sie wollen Es ist wirksam in der Masse und im Schnitt Aber von Zeit zu Zeit können Sie Zyklus aus, sodass der Körper kein Ruhe haben Es ist dasselbe wie bei der Einnahme von Drogen Nach einiger Zeit baut der Körper eine Toleranz auf und man braucht eine höhere Dosis, um die gleiche Wirkung wie am Anfang zu erzielen Deshalb ist es gut, den Zyklus zu unterbrechen, damit man die gleiche Wirkung erzielen kann Ich weiß, ich weiß Eine letzte Frage habe ich noch nicht beantwortet Tabletten oder Pulver? Das spielt keine Rolle Holen Sie sich einfach die gewünschte Menge in Tabletten oder in Pulver Aber so viele Tabletten zu kaufen wäre sicher teurer Fünfter Teil des Kapitels 2 Nahrungsergänzungsmittel mit echtem Nutzen Kräutermedizin Dies ist ein so komplexes Thema, dass es buchstäblich Dutzende von Büchern über dieses Thema selbst geschrieben Kräutermedizin ist einer der mächtigsten Scheiß, den es gibt Es macht viel mehr Sinn, in diese zu investieren als in Pias oder Pro-Workouts Aber es ist nicht so, dass das Marketing overhypet, sodass nicht viele Leute wissen, was zu nehmen und wie Ich werde die wirksamsten Kräuter durchgehen, wenn es darum geht, eine gute Gesundheit zu erhalten, Muskeln aufzubauen oder die Funktionen der inneren Organe zu reparieren Es ist fast unmöglich, alle Naturheilmittel auszuprobieren, aber ich habe wirklich viel ausprobiert, sodass ich weiß, wie es funktioniert und was wirksam ist Wie alles in diesem Buch stammt das Wissen einfach aus meiner jahrelangen Erfahrung und der anderer professioneller Bodybuilder mit der Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln Wir wissen einfach, was funktioniert und was nicht Also hier sind die effektivsten natürlichen Ergänzungen Mariendistel Persönlich ist dies meine Nummer 1 Lieblingsergänzung, wenn es um pflanzliche Medizin geht Es hat einfach so viele Vorteile, dass ich es fast das ganze Jahr über verwende Es wird häufig von den Ärzten für Menschen mit Leber- oder Nierenproblemen verschrieben Ich empfehle die Einnahme von mindestens 1000 mg pro Tag, um hohe Leberenzyme zu senken Um es kurz zu machen, es hat diese Hauptvorteile Schützt ihre Leber Es kann helfen, altersbedingten Rückgang der Gehirnfunktion zu verhindern Mariendistel kann ihre Knochen schützen Sie kann die Krebsbehandlung verbessern Sie kann die Produktion von Muttermilch steigern Sie kann bei der Behandlung von Akne helfen Wenn es um Fitness geht, müssen sie bei einigen Diäten wie der Keto-Diät täglich große Mengen an Fett essen, was für die Leber sehr belastend ist Wenn ihre Leber nicht richtig funktioniert, ist auch ihre Photosynthese und Regeneration beeinträchtigt, was sie davon abhält, ihre Ziele zu erreichen 29 Pilze Ich spreche von diesen siebten Sie werden häufig im Bodybuilding eingesetzt, um die Regeneration der Muskeln und des zentralen Nervensystems zu verbessern und Verletzungen schneller zu heilen Reishi-Kagashi-Take-Maita-Carizium Löwen-Mähne-Cordicheps-White-Fungus Weiße Pilze Sie benötigen relativ hohe Dosen, um wirksam zu sein, sodass ich nicht empfehlen, mit Komplexen wie diese Jeder Körper ist anders, daher ist es am besten, wenn Sie einen auswählen und sehen, wie er auf Sie wirkt Wenn er nicht wirkt, versuchen Sie einfach einen anderen Der am häufigen verwendete Pilz ist der Reishi, auch Pilz der Könige oder Unsterblichen genannt Er macht seinem Namen alle Ehre, denn es ist erwiesen, dass er den Alterungsprozess leicht verlangsamen kann Also allgemein zu diesen Pilzen Stärkung des Immunsystems Quelle natürlicher Vitamine und Mineralien Antikrebs-Eigenschaften könnte helfen, Müdigkeit und Depressionen zu bekämpfen Quelle von Antioxidantien hilft, die Gesundheit des Herzens zu erhalten Hilft, den Blutzucker zu kontrollieren Wenn Sie es sich also leisten können, würde ich auf jeden Fall zugreifen 30 CBD Nun, bis letztes Jahr war es in meinem Land nicht einmal legal Ich denke, es ist eine große Blase, die von Influentien aufgeblasen wurde, die wirklich nicht so magisch ist Aber ich will nicht sagen, dass es völlig nutzlos ist Der positivste Effekt, den ich über Monate hinweg feststellen konnte, war, dass es mir wirklich geholfen hat, tief zu schlafen und einschlafen Das kann ein ziemliches Problem sein Die einzige Verwendung in der Fitness habe ich in den letzten Wochen der Bodybuilding-Vorbereitung gefunden Wo es wirklich helfen kann, Wasser unter der Haut zu verlieren So konnte ich noch schlanker und härter aussehen Sie nahehaft enthält starke Antioxidantien Hilft bei der Bekämpfung von Entzündungen Hilft bei der Blutzuckerkontrolle Senkt den Cholesterinspiegel Senkt den Blutdruck Kann eine gesunde Leber fördern Unterstützt eine gesunde Verdauung Hilft bei der Krebsbekämpfung Bekämpfung nützlich für die Hautpflege wie alles Ist es am nützlichsten in Tablettenform Öle oder Tees funktionieren nicht Sie müssen es nämlich im Darm verdauen Wenn man ihn als Tee trinkt, ist er nicht so konzentriert Und die meisten der hilfreichen Inhaltsstoffe verschwinden auf dem Weg durch den Darm Brennnessel Auch hier ist der beste Nutzen der Einnahme, dass sie beim Wasserverlust hilft Enthält viele Nährstoffe Die Blätter und Wurzeln der Brennnessel liefern eine Vielzahl von Nährstoffen Kann Entzündungen vermindern Kann Symptome einer vergrößerten Prostata behandeln Kann Heuschnupfen behandeln Kann den Blutdruck senken Kann die Blutzuckerkontrolle unterstützen 32 Seetang Biospirulina, Chlorella, Algenöl, Kölbseetang ist eine zunehmend beliebte Zutat in den Küchen der ganzen Welt Sie sind die beste Nahrungsquelle für Jort, das zur Unterstützung der Schilddrüse beiträgt Außerdem enthält er andere Vitamine und Mineralien wie Vitamin K, B-Vitamine, Zink und Eisen sowie Antioxidantien, die die Zellen vor Schäden schützen Mit anderen Worten Es hilft ihnen, ihren Stoffwechsel anzukurbeln, und es ist einfach gut für die allgemeine Gesundheit Es ist nicht unbedingt notwendig, aber wenn sie es sich leisten können, warum nicht? Aschvaganta Enthält Chemikalien, die zur Beruhigung des Gehirns, zur Verringerung von Schwellungen, zur Senkung des Blutdrucks und zur Veränderung des Immunsystems beitragen können Da Aschvaganta traditionell als Adaptogen verwendet wird, wird es bei vielen stressbedingten Zuständen eingesetzt Es wird angenommen, dass Adaptogene dem Körper helfen, körperlichem und geistigem Stress zu widerstehen Das ist wirklich nützlich, denn Stress ist ein Gefühl, von dem wissenschaftlich erwiesen ist, dass es für den Körper gefährlich ist Harte Trainingseinheiten und auch Situationen im Leben können einen leicht in Stress versetzen Erzina Shea, auch Sonnenhut genannt, ist eine blühende Pflanze und ein beliebtes pflanzliches Heilmittel Es stammt ursprünglich aus Nordamerika und wird seit langem von den amerikanischen Ureinwohnern zur Behandlung einer Vielzahl von Beschwerden wie Wunden, Verbrennungen, Zahnschmerzen, Halsschmerzen und Magenverstimmungen verwendet Die meisten Teile der Pflanze, einschließlich der Blätter, Blütenblätter und Wurzeln, können medizinisch verwendet werden, wobei viele Menschen glauben, dass die Wurzeln die stärkste Wirkung haben Erzina Shea wird normalerweise als Tee- oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, kann aber auch äußerlich angewendet werden Heutzutage wird er vor allem zur Behandlung oder Vorbeugung von Erkältungen eingesetzt, obwohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu nicht besonders überzeugend sind Nun wurde festgestellt, dass die Einnahme von Erzina Shea das Erkältungsrisiko um 10-20% senken kann, aber es gibt wenig bis gar keine Beweise dafür, dass die Erkältung nach der Einnahme behandelt wird Es liegen zwar keine ausreichenden Daten vor, um die langfristigen Auswirkungen dieses Krauts zu bewerten, aber die kurzfristige Einnahme gilt im Allgemeinen als sicher 33 dennoch wurde gelegentlich über Nebenwirkungen wie Übelkeit, Magenschmerzen und Hautausschlag berichtet Ginseng ist eine Heilpflanze, deren Wurzeln normalerweise zu einem Tee aufgegossen oder zu einem Pulver getrocknet werden In der traditionellen chinesischen Medizin wird er häufig verwendet, um Entzündungen zu lindern und das Immunsystem, die Gehirnfunktion und das Energieniveau zu steigern Es gibt mehrere Sorten, aber die beiden beliebtesten sind der asiatische und der amerikanische Ginseng, Panax ginseng bzw. Panax quinquifolius Amerikanischer Ginseng soll entspannend wirken, während asiatischer Ginseng als eher anregend gilt Obwohl Ginseng schon seit Jahrhunderten verwendet wird, gibt es keine modernen Forschungsergebnisse, die seine Wirksamkeit belegen Mehrere Reagenzglas- und Tierstudien deuten darauf hin, dass seine einzigartigen Verbindungen Die sogenannten Ginseng, Neuroprotektive, Krebshemmende, Diabeteshemmende und Immunstärkende Eigenschaften besitzen Ginkgo Biloba, auch einfach als Ginkgo bekannt, ist ein pflanzliches Arzneimittel, das aus dem Meidenherbaum gewonnen wird Der in China beheimatete Ginkgo wird seit tausenden von Jahren in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet und ist auch heute noch ein meistverkaufspflanzliches Ergänzungsmittel Er enthält eine Vielzahl starker Antioxidantien, denen verschiedene Vorteile zugeschrieben werden Die Samen und Blätter werden traditionell zur Herstellung von Tees und Tinkturen verwendet aber die meisten modernen Anwendungen verwenden Blattextrakte Manche Menschen essen auch gerne die rohen Früchte und die gerüsteten Samen Die Samen sind jedoch leicht giftig und sollten, wenn überhaupt, nur in kleinen Mengen verzehrt werden Ginkgo wird eine Vielzahl von Beschwerden nachgesagt, darunter Herzkrankheiten, Demenz, geistige Probleme und sexuelle Funktionsstörungen 34 Studien haben jedoch nicht bewiesen, dass er bei einer dieser Krankheiten wirksam ist Obwohl es von den meisten Menschen gut vertragen wird, können Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Herzklopfen, Verdauungsprobleme, Hautreaktionen und ein erhöhtes Blutungsrisiko auftreten Holunder wird zur Behandlung von Erkältungs- und Grippesymptomen verwendet, wobei einige Untersuchungen darauf hindeuten, dass er zumindest leicht wirksam sein könnte Während gekochter Holunder sicher ist, ist er giftig, wenn er roh oder unreif gegessen wird Johanniskraut ist ein pflanzliches Arzneimittel, das aus der blühenden Pflanze Hypericum perforatum gewonnen wird Seine kleinen, gelben Blüten werden üblicherweise zur Herstellung von Tees, Kapseln oder Extrakten verwendet Seine Verwendung lässt sich bis ins antike Griechenland zurückverfolgen, und in Teilen Europas wird SJW immer noch häufig von Ärzten verschrieben Historisch gesehen wurde es zur Unterstützung der Wundteilung und zur Linderung von Schlaflosigkeit, Depressionen und verschiedenen Nieren- und Lungenerkrankungen eingesetzt Heute wird es hauptsächlich zur Behandlung von leichten bis mittelschweren Depressionen verschrieben In vielen Studien wurde festgestellt, dass die kurzfristige Einnahme von SJW ebenso wirksam ist wie einige herkömmliche Antidepressiva Es gibt jedoch nur wenige Daten zur langfristigen Sicherheit oder Wirksamkeit bei schweren Depressionen oder Selbstmordgedanken Kurkuma ist ein Kraut aus der Familie der Ingwergewächse, das seit tausenden von Jahren sowohl in der Küche als auch in der Medizin verwendet wird und in letzter Zeit wegen seiner starken entzündungsfemmenden Eigenschaften Aufmerksamkeit erregt hat Kurkumin ist der wichtigste Wirkstoff in Kurkuma Er kann eine Reihe von Krankheiten behandeln, darunter chronische Entzündungen, Schmerzen, das metabolische Syndrom und Angstzustände 35 insbesondere haben mehrere Studien gezeigt, dass die zusätzliche Einnahme von Kurkumin bei der Linderung von Arthritis-Schmerzen ebenso wirksam ist wie einige gängige entzündungsfemmende Medikamente, wie zum Beispiel Ibuprofen Sowohl Kurkuma als auch Kurkumin-Nahrungsergänzungsmittel gelten weitgehend als sicher, allerdings können sehr hohe Dosen zu Durchfall, Kopfschmerzen oder Hautreizungen führen Sie können frisches oder getrocknetes Kurkuma auch in Gerichten wie Kuris verwenden, obwohl die Menge, die Sie normalerweise mit dem Essen zu sich nehmen, wahrscheinlich keine bedeutende medizinische Wirkung hat Ingwer ist eine alltägliche Zutat- und Kräutermedizin Er kann frisch oder getrocknet verzehrt werden, wird aber hauptsächlich in Form von Tee oder Kapseln eingenommen Ähnlich wie Kurkuma ist Ingwer ein Rhizom oder ein Schengel, der unterirdisch wächst Er enthält eine Vielzahl nützlicher Verbindungen und wird seit langem in der traditionellen und volkstümlichen Praxis zur Behandlung von Erkältungen, Übelkeit, Migräne und Bluthochdruck eingesetzt Die bekannteste moderne Anwendung ist die Linderung von Übelkeit im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Chemotherapie und medizinischen Eingriffen Darüber hinaus hat die Forschung im Reagenzglas und im Tierversuch gezeigt, dass die Pflanze potenzielle Vorteile bei der Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten wie Herzkrankheiten und Krebs hat, auch wenn die Beweise nicht eindeutig sind Einige kleine Humanstudien deuten darauf hin, dass diese Wurzel das Risiko der Bildung von Blutgerinnseln verringern kann, obwohl ihre Wirksamkeit im Vergleich zu herkömmlichen Therapien nicht bewiesen ist Ingwer ist sehr gut verträglich Negative Nebenwirkungen sind selten, aber große Dosen können zu leichtem Sodbrennen oder Durchfall führen Baldrianwurzel kann getrocknet und in Kapselform angenommen oder als Tee aufgegossen werden Seine Verwendung lässt sich bis ins antike Griechenland und Rom zurückverfolgen, wo es gegen Unruhe, Zittern, Kopfschmerzen und Herzklopfen eingenommen wurde Heute wird sie am häufigsten zur Behandlung von Schlaflosigkeit und Angstzuständen eingesetzt 36 Die Kamille ist eine blühende Pflanze, die auch eines der beliebtesten pflanzlichen Arzneimittel der Welt ist Die Blüten werden am häufigsten für die Zubereitung von Tee verwendet, aber auch die Blätter können getrocknet und zur Herstellung von Tee, medizinischen Extrakten oder Umschlägen verwendet werden Seit tausenden von Jahren wird die Kamille als Mittel gegen Übelkeit, Durchfall, Verstopfung, Magenschmerzen, Harnwegsinfektionen, Wunden und Infektionen der oberen Atemwege eingesetzt Zimt verbessert die Thermogenese Das bedeutet, dass der Körper mehr Wärme produziert, was den Stoffwechsel ankurbelt und den Kalorienverbrauch erhöht Ich verwende ihn immer in meiner Ernährung, weil er einfach alle Speisen besser schmecken lässt Es senkt den Blutzucker und den Cholesterinspiegel, daher ist es sehr gut, es zu verwenden Kakaopulver ist sehr gesund und ich verwende es fast jeden Tag Kakao, die getrockneten Samen, aus denen die Schokolade besteht, ist das Superfood unter den Superfoods und eine der reichsten Magnesiumquellen der Natur, voller Antioxidantien, Calcium, Zink, Kupfer und Selen Kakao enthält mehr Antioxidantienprogramm als Heidelbeeren, Gujibeeren, Rotwein, Rosinen, Pflaumen und sogar Granatäpfel Alle Arten von Ballaststoffen, wie Psyllium oder andere Sie sind vor allem bei strengen Diäten nützlich, bei denen man nicht einmal Obst oder Gemüse essen kann, weil sie Kohlenhydrate enthalten Wenn Sie keine solche Diät machen, reicht es aus, wenn Sie viel grünes Gemüse essen Die Einnahme von Ballaststoffen kann ein Sättigungsgefühl hervorrufen, was auch bei einer Diät von Vorteil ist 37. Es hilft bei der Verdauung und der Reinigung des Darms und des Magens Zusammenfassung Im Allgemeinen sind alle Kräuter relativ sicher und ihre Verwendung kann Ihnen viele gesundheitliche Vorteile bringen Sechster Teil des Kapitels 2 Nahrungsergänzungsmittel mit echtem Nutzen Probiotika und Verdauungsenzyme Sehr nützliche Nahrungsergänzungsmittel, wenn Sie viel Eiweiß aus der Nahrung zu sich nehmen, können Ihrem Magen helfen, es besser zu verdauen Probiotika sind eine Kombination aus lebenden nützlichen Bakterien und oder Häfen, die von Natur aus in Ihrem Körper leben Bakterien werden in der Regel in einem negativen Licht gesehen, als etwas, das uns krank macht Es gibt jedoch zwei Arten von Bakterien, die ständig in und auf Ihrem Körper leben, gute und schlechte Bakterien Probiotika bestehen aus guten Bakterien, die dazu beitragen, dass Ihr Körper gesund bleibt und gut funktioniert Diese guten Bakterien helfen Ihnen in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel bei der Bekämpfung schlechter Bakterien, wenn Sie zu viele davon haben, und tragen so dazu bei, dass Sie sich besser fühlen Probiotika sind Teil eines größeren Zusammenhangs zwischen Bakterien und Ihrem Körper, Ihrem Mikrobiom Stellen Sie sich das Mikrobiom als eine vielfältige Gemeinschaft von Organismen vor, wie einen Wald, die zusammenarbeiten, um Ihren Körper gesund zu halten Diese Gemeinschaft besteht aus Dingen, die Mikroben genannt werden Sie haben Billionen von Mikroben auf und in Ihrem Körper Diese Mikroben sind eine Kombination aus Bakterien, Pilze, Viren und Protuzon Das Mikrobiom eines jeden Menschen ist einzigartig Keine zwei Menschen haben die gleichen mikrobiellen Zellen, selbst Zwillinge sind unterschiedlich Damit eine Mikrobe als probiotisch bezeichnet werden kann, muss sie mehrere Eigenschaften aufweisen Dazu gehört, dass sie in der Lage ist, von einem Menschen isoliert werden, nach der Einnahme in ihrem Darm überleben, einen nachgewiesenen Nutzen für sie haben, sicher verzehrt werden können 38. Wo leben die nützlichen Probiotika in meinem Körper? Obwohl der häufigste Ort, der mit nützlichen Mikroben in Verbindung gebracht wird, der Darm ist, gibt es mehrere Stellen in und an ihrem Körper, die gute Mikroben beherbergen Diese Orte stehen in Kontakt mit der Außenwelt und umfassen unter anderem ihren Darm, Mund, Vagina, Harnwege, Haut, Lunge Die Einnahme bestimmter Medikamente oder Drogen kann deinen Verdauungstrakt durcheinander bringen Deshalb wird empfohlen, Probiotika einzunehmen, wenn sie krank sind und Antibiotika einnehmen müssen Probiotika helfen Die freundlichen Bakterien in ihrem Verdauungssystem auszugleichen Probiotika können helfen, Durchfall vorzubeugen und zu behandeln Probiotische Nahrungsergänzungsmittel verbessern Einige psychische Erkrankungen Bestimmte Probiotika-Stämme können helfen Ihr Herz gesund zu halten Probiotika können die Schwere bestimmter Allergien und Eczeme Verringern Probiotika können die Symptome bestimmter Probiotika können helfen Die Symptome bestimmter Verdauungsstörungen zu lindern Probiotika können ihr Immunsystem stärken Probiotika können ihnen helfen Gewicht und Bauchfett zu verlieren 39 Nahrungsergänzungsmittel mit Verdauungsenzymen sind Produkte, die die Wirkung natürlich vorkommender körpereigener Verdauungsenzyme nachahmen sollen, die bei der Aufspaltung und Aufnahme von Nahrung helfen Diese Produkte werden rezeptfrei verkauft, wobei die Hersteller behaupten, dass sie Magenprobleme lindern und bei vielen verschiedenen Gesundheitszuständen hilfreich sind Dieser Überblick informiert Sie über die gängigsten Arten von Verdauungsenzymen, die als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden und hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob ein solches Präparat das Richtige für Sie sein könnte Begrüßen Sie Ihre Bauchspeicheldrüse Sie können die Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln mit Verdauungsenzymen nicht vollständig verstehen ohne zu wissen, was natürlich vorkommende Verdauungsenzyme im Körper bewirken Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit Ihrer Bauchspeicheldrüse vertraut zu machen Die Bauchspeicheldrüse sondert unter anderem eine Vielzahl von Enzymen ab, die dazu beitragen die von Ihnen aufgenommenen Fette, Proteine und Kohlenhydrate aufzuspalten Wenn die Bauchspeicheldrüse aufgrund einer Krankheit oder Verletzung nicht so funktioniert, wie sie sollte kommt es zu einer Malabsorption von wichtigen Nährstoffen In diesen Fällen ist die zusätzliche Einnahme von Pankreasenzymen angezeigt Medizinische Forscher haben die Verwendung von Verdauungsenzymen auch bei einer Reihe anderer Gesundheitszustände in Betracht gezogen Arten von Nahrungsergänzungsmitteln mit Verdauungsenzymen Nahrungsergänzungsmittel mit Verdauungsenzymen können aus Pflanzen, Tieren oder Pilzen gewonnen werden Hier sind einige der gängigsten Arten, die frei verkäuflich sind Bromelain enthält eine Vielzahl von Enzymen, die aus dem Stamm und dem Fruchtfleisch der Ananas gewonnen werden Bromelain ist nützlich bei der Verdauung von Eiweiß und soll die Symptome von Verdauungsstörungen sowie Entzündungen, die durch Verletzungen oder Infektionen entstehen, lindern Die Nützlichkeit von Bromelain bei der Linderung von Schmerzen, die durch Arthritis verursacht werden, wird ebenfalls untersucht, wobei die Ergebnisse gemischt sind Lipase ist wichtig für die Verdauung und Absorption von Fett Lipase-Präparate werden von Schweinen, Kühen, Pflanzen und Pilzen gewonnen 40 Lipase-Formulierungen können auch andere Enzyme wie Amylase, Lactase und Protease enthalten Es wird behauptet, dass Lipase-Präparate die Symptome von Blähungen und Völlegefühl lindern können Allerdings gibt es dazu nur wenige Untersuchungen Bestimmte Gesundheitszustände können mit einem Lipase-Mangel einhergehen, sodass die zusätzliche Einnahme von Lipase hilfreich zu sein scheint Neben Erkrankungen oder Verletzungen der Bauchspeicheldrüse sind die folgenden Krankheiten zu nennen, bei denen eine Lipase-Ergänzung angezeigt sein könnte Zöliakimobus-Chronmukovizidose bei Einnahme als Verdauungshilfe wird empfohlen, Lipase 30 Minuten vor dem Essen einzunehmen Andere Verdauungsenzyme können die Wirkung der Lipase-Ergänzung verringern Papain wird aus der Papaya-Frucht gewonnen Es wird angenommen, dass Papain bei der Verdauung von Proteinen und in geringerem Maße auch von Fetten nützlich ist Obwohl es als Verdauungshilfe empfohlen wird, gibt es wenig bis gar keine Forschungsergebnisse, die die Wirksamkeit von Papain in dieser Hinsicht unterstützen Andere Erkrankungen, für die Papain in Betracht gezogen wurde, sind Arthritis, Nahrungsmittelallergien, Heilung von Verletzungen, Gürtelrose und einige Autoimmunkrankheiten, für die es jedoch nur wenige Forschungsergebnisse gibt Die Einnahme von Papain in der empfohlenen Form gilt im Allgemeinen als sicher Hohe Dosen von Papain können zu Verletzungen im Hals führen Eine allergische Reaktion auf Papain ist wahrscheinlich, wenn Sie auf Feigen oder Kiwi allergisch sind Laktase unterscheidet sich von den oben beschriebenen Verdauungsenzymen, da sie vom Dünndarm und nicht von der Bauchspeicheldrüse produziert wird Laktase wird für die Verdauung von Laktose, dem in Milchprodukten enthaltenen Zucker, benötigt Personen, die einen niedrigen Spiegel des Enzyms Laktase haben, gelten als Laktoseintolerant Wenn bei ihnen eine Laktoseintoleranz diagnostiziert wurde, gibt es bestimmte Milchprodukte, die weniger Laktose enthalten Sie werden feststellen, dass sie diese Produkte in kleinen Mengen ohne Probleme genießen können Die Einnahme eines Laktasepräparate kurz vor dem Verzehr von Milchprodukten kann ebenfalls eine Möglichkeit sein, die ernährungsphysiologischen Vorteile von Milchprodukten zu nutzen Laktaseenzyme können auch direkt vor dem Verzehr der Milch zugesetzt werden 41 im Allgemeinen ist die Einnahme von Papain und Bromelain bei einer eiweißreichen Ernährung von Vorteil, aber sie sind häufig in Multivitaminmischungen enthalten, sodass es nicht notwendig ist, mehr davon einzunehmen Siebter Teil des Kapitels 2 Nützliche Ergänzungen Aminosäuren Es gibt 20 Aminosäuren, und alle haben andere Funktionen als andere Einige von ihnen können für bestimmte Ziele nützlich sein Die am häufigsten verwendeten sind diese Komplexe Aminosäuren, ich nehme nur diese zu mir Die andere nehme ich nur vor dem Training ein Meiner Meinung nach ist dies das einzige, was sich lohnt zu kaufen Es ist eher wie Eiweiß, aber leichter zu verdauen Es wird vor allem bei langen Trainingseinheiten oder vor dem Training verwendet, damit es die Muskelzellen vor der Zerstörung schützt Bei wirklich harten Diäten kann es von Vorteil sein, es den ganzen Tag über in geringen Dosen mit dem Wasser zu trinken Bei extremem Kaloriendefizit frisst sich der Körper im Grunde selbst auf, aber wir müssen die Muskeln schützen, also ist dies eine Hilfe Ein angemessener Aminosäurespiegel ist wichtig für den Muskelaufbau und die Muskelkraft Sie tragen dazu bei, das Gleichgewicht zwischen Muskelschwund und Muskelwachstum zu steuern Die Ergänzung ihrer Ernährung mit essentiellen Aminosäuren kann die Stickstoffversorgung ihres Körpers erhöhen Chastis ist eine sehr nutzlose Ergänzung, denn durch die Erhöhung des Gehalts an nur bestimmten Aminosäuren über ein bestimmtes Niveau hinaus ist ihr Körper nicht in der Lage, andere Aminosäuren zu verarbeiten Was bedeutet, dass sie durch eine Überdosierung mit Pias die Vorteile von drei Aminosäuren erhalten, anstatt die Vorteile aller 20 zu nutzen Sie sind buchstäblich in jedem proteinreichen Lebensmittel wie Fleisch oder Eiern enthalten, sodass ich keinen Grund sehe, sie zu ergänzen 42 Aas essentielle Aminosäuren, kurz Aas, sind eine Kombination aus neun verschiedenen essentiellen Aminosäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann und die über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden müssen Dazu gehören Leuchin, Isoleuchin, Valin, Histidin, Lysin, Metzionin, Phenylalanin, Treonin und Tryptophan Wenn sie es sich leisten können, ist eine Ergänzung mit diesen Stoffen sehr sinnvoll, aber nicht notwendig Aas-Pulver enthalten in der Regel auch Mineralien und Vitamine, die die Regeneration noch weiter verbessern können Was bewirken sie also? Die Einnahme eines Aasupplements vor, während oder nach dem Training kann die Proteinsynthese erhöhen was zu einer positiven Proteinbilanz und zu einem muskelaufbauenden Zustand führen kann, der es ihnen ermöglicht, sich zu erholen und leichter Muskeln aufzubauen Arginines kann ihre Venen sichtbarer machen, wenn sie bereits sehr schlank sind und zu einem Fotoshooting oder einem Wettkampf gehen Es verwandelt sich in Stickstoffmonoxid und hilft dem Körper beim Aufbau von Proteinen Diese Wirkungen verleihen L-Aginin eine Reihe von potenziellen Vorteilen, die von der Gesundheit des Herzens und Brustschmerzen bis hin zur Unterstützung des Muskelaufbaus, der Wundteilung und der Verbesserung der männlichen Fruchtbarkeit reichen Glutamin eine meiner Lieblingsergänzungen, die dem Körper helfen kann, mehr Wachstumshormone freisetzen, die die Muskeln härte machen können Aber dafür ist es wichtig, es richtig einzunehmen Das Wachstumshormon ist das Gegenhormon zum Insulin Das heißt, wenn ihr Körper Insulin freisetzt, setzt er kein Wachstumshormon frei Um einen hohen Wachstumshormonspiegel zu erreichen, sollte man nicht viele Kohlenhydrate essen Am besten ist es, wenn du es etwa 3 Stunden nach der letzten Mahlzeit des Tages vor dem Schlafen gehen oder vor dem Training trinkst, da dein Körper dann Wachstumshormone produziert Glutamin ist die am häufigsten vorkommende Aminosäure in unserem Körper Sie unterstützt viele gesunde Funktionen, darunter Herstellung von Proteinen für das Muskelgewebe Versorgung der Zellen, die unseren Darm schützen Unterstützung der Zellen des Immunsystems 43-Glutamin ist eine Energiequelle für Darm- und Immunzellen Es trägt auch dazu bei, die Barriere zwischen dem Darm und dem Rest des Körpers aufrecht zu erhalten und unterstützt das richtige Wachstum der Darmzellen Es ist sinnvoll, etwa 10 Gramm pro Tag einzunehmen Hydrolin S kann ihre Venen sichtbarer machen, wenn sie bereits sehr schlank sind und zu einem Fotoshooting oder einem Wettkampf gehen Es steigert die Produktion von Stickstoffmonoxid im Körper Stickstoffmonoxid trägt dazu bei, dass sich die Arterien entspannen und besser funktionieren, was den Blutfluss im ganzen Körper verbessert Dies kann bei der Behandlung oder Vorbeugung einiger Krankheiten hilfreich sein Taurin Taurin hat wichtige Funktionen in Herz und Gehirn Es unterstützt das Nervenwachstum Es kann auch Menschen mit Herzinsuffizienz helfen, indem es den Blutdruck senkt und das Nervensystem beruhigt Dies könnte dazu beitragen, eine Verschlimmerung der Herzinsuffizienz zu verhindern Es kann ihnen helfen, mehr Energie zu haben Sie werden feststellen, dass es häufig ihr Ergütrinks zugesetzt wird Acht Teil des Kapitels 2 Ergänzungsmittel, die nützlich sein können Prevokauts-Prepumps-Ergänzungsmischungen, die du vor dem Training einnimmst, damit du hart trainieren kannst wie ein Motorfucker Sie bestehen aus Stimulantien, Aminosäuren und ein wenig Kreatin Nun sind in jedem Land andere Stimulantien legal In Europa enthalten sie Koffein und Taurin In Amerika sind viel mehr Substanzen legal Meiner Meinung nach sind amerikanische Pre-Workouts sehr gefährlich und enthalten drogenähnliche Substanzen, nach denen man sehr leichtsüchtig werden kann Sie können DMA, MHA, Johembin und Ephedrin enthalten Ich verstehe nicht, warum jemand diese Produkte überhaupt benutzt Achten Sie immer auf diese Substanzen, wenn Sie Pre-Workouts kaufen Koffein ist Stimulant genug, man muss nicht high werden, um ein gutes Training zu haben 44 Pre-Workouts können Ihnen helfen, ein sehr effektives Training zu absolvieren und während der gesamten Trainingseinheit ein hohes Maß an Konzentration und Energie aufrecht zu erhalten Wenn man es sich leisten kann, ist es eine sehr gute Ergänzung Aber es ist nicht so, wie das Marketing sagt, dass es etwas Magisches ist, von dem du wachsen wirst Nein, wenn man härter trainiert, erzielt man bessere Ergebnisse So einfach ist das Pre-Workouts verbessern die körperliche Leistung und Kraft während des Trainings Sie sind in der Lage, dem Körper die erforderliche Energiemenge zuzuführen und helfen so, den Organismus vor einem anspruchsvollen Training richtig in Schwung zu bringen Sie werden auch von Menschen verwendet, die keine aktiven Sportler sind, um ihre Konzentration und Aufmerksamkeit zu verbessern Stimulantien vor dem Training können in komplexe und Ein-Komponenten-Stimulantien unterteilt werden Komplexe Stimulantien für die Trainingsvorbereitung kombinieren mehrere Wirkstoffe und vereinen so alle ihre Vorteile Ein-Komponenten-Trainings-Stimulantien enthalten einen einzigen Wirkstoff mit einer Reihe von Vorteilen für den Körper Bei Präpüms ist es schwer, einen Unterschied zu erkennen, da es sich fast um dasselbe Produkt handelt Sie enthalten nur keine Stimulantien In der Regel handelt es sich nur um eine Mischung aus Aminosäuren, die Ihnen zu einem besseren Pump verhelfen Sie sollten es vermeiden, mehr als 400 Milligramm Koffein pro Tag zu sich zu nehmen Dies ist eine Obergrenze, die für Erwachsene nicht schädlich ist Wenn Sie etwas um die 200 Milligramm zu sich nehmen, können Sie ein ziemlich gutes Training absolvieren Ein gutes Pro-Workout sollte in etwa so aussehen Neunter Teil des Kapitels Zwei Ergänzungen, die nützlich sein können Anabolika-Testosteron-Unterstützer eines der aufbauendsten Hormone im menschlichen Körper ist Testosteron Wenn wir optimale Ergebnisse im Fitnessstudio erzielen wollen, müssen wir auch auf die Hormone achten Aber darüber mehr in einem Buch über Hormone Diese Nahrungsergänzungsmittel zielen im Wesentlichen darauf ab, die Testosteron-Produktion zu erhöhen Ob das funktioniert? Niemand weiß es Aber wahrscheinlich ist es nur ein Placebo? Wenn Ihr Testosteron-Spiegel zu niedrig ist, können Sie ein wenig dazu beitragen, den Normalwert wieder zu erreichen Das ist ein ziemliches Problem, weil die meisten Menschen nicht wissen, wie ihre Hormone am Anfang waren Auch die Genetik ist dafür verantwortlich Der eine hat einfach eine höhere Hormonproduktion, der andere eine niedrigere Hier sind einige Beispiele für diese Ergänzungen Tribulus terrestris wird am häufigsten verwendet Tribulus terrestris ist ein starker Extrakt aus einer Pflanze namens Tribulus terrestris oder Bindie Die bereits von alten Heilern in China, Indien und Mesopotamien verwendet wurde Es wurde zur Steigerung der Fruchtbarkeit und zur Verjüngung des Körpers verwendet Und wird bis heute auch in der Medizin wegen seines breiten Wirkungsspektrums Und des bis zu 95%igen Gehalts an Serponinnen, Wirkstoff ist Tribulus, eingesetzt Es eignet sich für Menschen mit explosiver Bewegungsart Zur Steigerung der Kraft und zur Unterstützung des Muskelaufbaus Tribulus terrestris ist das perfekte Stimulanz für die körperliche Leistungsfähigkeit Die Steigerung der Kraft, der Ausdauer, der Muskelerholung und hilft auch bei der sexuellen Aktivität Das ist es, was das Marketing sagt In Wirklichkeit hilft es ihrer Leber, ihren Nieren und senkt den Blutzuckerspiegel Echdysterone ist sehr selten, weil ich es nicht ausprobiert habe Aber das Marketing sagt so etwas wie dies Echdysteron ist ein Extrakt aus dem Leutzea Kraut Das bis zu 90% des Wirkstoffs Echdysteron enthält, der ein Echdysteroid ist Echdysteroider haben eine ähnliche Struktur wie Androgene und sind daher bei Sportlern als Steroidersatz und als Ergänzungsmittel zur Verbesserung der sportlichen Leistung und des Muskelwachstums beliebt 46% die möglichen Auswirkungen von Echdysteron auf Gesundheit und Fitness sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen Sie können es gerne ausprobieren Ich halte es für großen Schwachsinn, aber es ist legal, also ist es nicht gefährlich GABA ist ein starkes Notropika Also eine Substanz, die Kognition und Gedächtnis verbessert und das Lernen erleichtert GABA ist GOMA-Aminobotersäure, die den Schlafzyklus und die Qualität des Schlafs verbessert und die Produktion von Wachstumshormonen anregt Sie verringert Erschöpfung und Müdigkeit, erhöht das Energieniveau während des Tages, fördert den Stoffwechsel und den Abbau von Fetten sowie den Muskelaufbau und die Regeneration Darüber hinaus wirkt es sich positiv auf das Nervensystem aus und hat eine beruhigende Wirkung Als ich es einnahm, spürte ich buchstäblich keine Wirkung HMB-Studien haben HMB mit verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel verbesserte Trainingsanpassung, geringerer Muskelabbau, bessere Trainingserholung und mehr Es kann auch das Muskelwachstum bei untrainierten Personen und älteren Menschen steigern Mache es ist sehr nahhaft, es kann die Libido bei Männern und Frauen steigern Es kann die Fruchtbarkeit bei Männern steigern, es kann helfen, die Symptome der Wechseljahre zu lindern Mache kann die Stimmung verbessern, es kann die sportliche Leistung und die Energie steigern kann, kann, kann Nun, Sie entscheiden, ob Sie dafür Geld ausgeben wollen 47-Dade Asparaginsäure kann die Freisetzung eines Hormons im Gehirn erhöhen, das letztendlich zur Testosteronproduktion führt Sie spielt auch eine Rolle bei der Steigerung der Testosteronproduktion und Freisetzung in den Hoden Inosin wird im menschlichen Körper produziert, und seine chemische Struktur ist mit Adenosin verwandt, das in Adenosintrifosphat enthalten ist, der Energiequelle während der Arbeit, die von jedem Muskel geleistet wird Dieses Produkt ist bei Sportlern beliebt, die sich auf Ausdauer- und Kraftsportleistungen konzentrieren Zehnter Teil des Kapitels 2 Nahrungsergänzungsmittel, die nützlich sein können Gelenkstützen verwenden Sie es nur, wenn Sie bereits Probleme mit den Gelenken haben Es wirkt nicht wie eine Vorbeugung, aber es kann Ihnen bei der Heilung helfen Sobald Sie geheilt sind, sollten Sie es nicht mehr einnehmen, da der Körper aufhören könnte, Nährstoffe zu produzieren, die für die Gesundheit der Gelenke erforderlich sind, da er sie aus dem Präparat erhält Das weltweit wirksamste Ergänzungsmittel zur Unterstützung der Gelenke ist Alavi Es wurde ursprünglich für Pferde entwickelt, enthält aber alle Bestandteile, die auch für Menschen verwendet werden, nur in sehr hoher Dosierung Sie müssen die Dosis auf Ihr Körpergewicht abstimmen Wenn Sie etwas mit ähnlichen Bestandteilen finden, können Sie darüber nachdenken, es zu verwenden Gluchosaminsulfat, Chondroitinsulfat, Methylsulfonylmethan, Colis und Cartitis sind Collagen der Marke Gluchosaminsulfat Gluchosamin spielt eine wichtige Rolle im Knorpelstoffwechsel Es regt die Knorpelzellen zur Synthese von Proteoglykanen an und ist das Hauptsubstrat für deren Entwicklung Gluchosamin wird vom Knorpel aktiv aufgenommen Die Einnahme von Gluchosamin verlangsamt die Entwicklung bestehender degenerativer Veränderungen am Knorpel 48 Chondroitinsulfat ist ein wichtiger Bestandteil des Knorpels Es bindet große Mengen an Wasser, wodurch der Knorpel hydratisiert wird, unterstützt die Entwicklung von Proteoglykanen und reduziert die kollagenlytische Aktivität Die Einnahme von Chondroitin führt zu einer Verlangsamung der degenerativen Veränderungen des Knorpels, lindert Gelenkschmerzen, verbessert die Beweglichkeit und lindert die Anzeichen von Arthritis Die Substanz im SM enthält organisch gebundenen Schwefel, der Bänder und Sehnen stärkt, Entzündungen und Schmerzen kontrolliert und die Muskeln regeneriert und entspannt Es hat weitere positive Wirkungen, da es eine einzigartige Quelle von Schwefelverbindungen ist, die im Körper positive Wirkungen haben, insbesondere in einem geschädigten Gelenkknorpel Cholis Registriermarke Typ E-Kollagen der Spitzenqualität, kommt in stark beanspruchten Strukturen wie Sehnen und Faserknorpel vor Es ist zugfest und daher sehr wichtig für die Festigkeit von Sehnen und damit für die Verstärkung des Bewegungsapparates Dieses Kollagen kommt auch in Knochen und Haut vor Das Cholis Registriermarke Typ E-Kollagen ist ein patentiertes gereinigtes Collagenhydrolysat, das aus dem Knorpel von Seefischen gewonnen wird Katidis Registriermarke Typ 2 Kollagen der Spitzenqualität, erhält die Form des Knorpels und verhindert seine Verformung Kollagen Typ 2 ist im Hyalinen und elastischen Knorpel enthalten und ist druckbeständig Katidis Registriermarke ist ein gereinigtes Collagenhydrolysat, das aus dem Knorpel von Rochen gewonnen wird Inhalt der Wirkstoffe in V 1 kg Gluchosamin-Sulfat-348 g Chondroitin-Sulfat-130 g MSM-Methylsulfonyl-Methan-435 g Kohles-3,4 g Kartitis-5 g Vitamin C-4,3 g Hilfsstoffe Apfelpektin Elfter Teil des Kapitels 2 Nahrungsergänzungsmittel, die nützlich sein können Fettverbrenner nun, legale Fahrtbürner funktionieren nicht Es ist mir egal, was andere sagen Fahrtbürner sollen Fett verbrennen Die Suppeln erhöhen nur ihren Stoffwechsel ein wenig, was hilfreich sein kann, wenn ihre Ernährung auf den Punkt ist Das kann dir helfen, ein bisschen mehr Fett zu verlieren Aber das ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen Es steigert deinen Stoffwechsel um etwa 1-5% Maximal Der Hauptinhaltsstoff ist Koffein Nehmen Sie keine komplexen Präparate, wenn Sie bereits ein Pro-Workout nehmen Achten Sie auf die Koffeinzufuhr Es gibt sie Klar ist eine natürlich vorkommende Fettsäure, die in Fleisch- und Milchprodukten enthalten ist Es ist auch ein beliebtes Nahrungsergänzungsmittel, das mit der Behauptung verkauft wird, dass es Menschen hilft, Fett zu verlieren, die Gewichtsabnahme aufrecht zu erhalten, magere Muskelmasse zu erhalten Und Typ 2 Diabetes zu kontrollieren, die Art von Diabetes, die häufig mit Fettleibigkeit einhergeht Synefin ist wahrscheinlich das wirksamste, aber es wirkt nur in sehr hohen Dosen, wie 50 mg pro Tag Das kann ziemlich schlecht für den Magen sein, also sollte man es nicht über einen längeren Zeitraum einnehmen L-Carnitin wird als Pfadbühner verkauft, aber es beeinflusst die Fettverbrennung überhaupt nicht Aber es hat viele andere Vorteile L-Carnitin ist wichtig für die Herz- und Gehirnfunktion, die Muskelbewegung und viele andere Körperprozesse Grüner Tee und Komplexe, deren Hauptbestandteil Koffein ist Zwölfter Teil des Kapitels 2 nützliche Nahrungsergänzungsmittel Nootropika sind eine Kategorie von Produkten, die sich positiv auf ihr tägliches Leben auswirken können Nootropika sind Substanzen, die in der Lage sind, die Gehirnfunktion, die Stimmung und die Konzentration zu verbessern sowie die Wachsamkeit zu steigern Außerdem können sie dazu beitragen, ihre Energie zu steigern und Müdigkeit zu verringern 50 daher eignen sie sich für Studenten, Manager, Künstler und andere Menschen, die ihre kognitiven Funktionen optimal nutzen müssen Dies kann ihnen helfen, effektiver zu lernen, sich Dinge besser zu merken oder in den Fluss ihrer kreativen Prozesse zu kommen Häufig verwendet werden Gaba, L-Ternin, Bajropa, Rodiola, Asichwaganta, Guarana, Ginkgo Biloba, Maie, Cholingbitrat und so weiter Sie können sie auch als ein Produkt kaufen, das ihnen hilft, sich besser zu konzentrieren Für die Fitness ist das mehr oder weniger irrelevant 13. Teil des Kapitels 2 Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsergänzungsmittel, die nützlich sein können Schlafverbesserung ist die Produktkategorie, die Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung der Schlafqualität umfasst Schlechter Schlaf wird sich negativ auf die Hormontätigkeit, auf schlechte sportliche Leistungen, aber auch auf eine schlechte Gehirnfunktion aus Ihre Schlafprobleme können durch Nahrungsergänzungsmittel gelöst werden, die Entspannung, Stress und Spannungsabbau unterstützen Guter Schlaf ist für die Gesundheit eines Menschen ebenso wichtig wie Bewegung oder eine gesunde Ernährung Baldrian, Gabba oder das Rauchen eines Joints vor dem Schlafengehen können helfen Ich empfehle jedoch nicht, regelmäßig Gras zu rauchen, da es ihre Hormone und ihr Gehirn durcheinander bringen kann Das beste Ergänzungsmittel ist jedoch Melatonin Melatonin ist ein Hormon, das ihr Gehirn als Reaktion auf die Dunkelheit produziert Es hilft bei der Steuerung des Zirkadianenrhythmus und beim Schlaf Nächtliche Lichteinwirkung kann die Melatoninproduktion blockieren Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Melatonin über den Schlaf hinaus weitere wichtige Funktionen im Körper erfüllt und den Schlaf, die Gesundheit der Augen, saisonale Depressionen, den HGH, SPIE, GEL und GERD verbessern kann Dosen von 0,5-10 mg pro Tag scheinen wirksam zu sein, wobei man sich am besten an die Empfehlungen des Etiketts halten sollte Melatonin ist sicher und hat nur minimale Nebenwirkungen, kann aber mit einigen Medikamenten in Wechselwirkung treten Fünfter Teil des Kapitels 2 nehmt es nicht Pro Hormone und Sams sie behaupten, keine Steroide zu sein, aber sie sind nicht legal Es ist die gleiche Scheiße wie Steroide Es schaltet ihre natürliche Produktion der Hormone, von denen sie brauchen, um nachzuerholen Sie sind sogar noch schlimmer als Steroide, da sie noch sehr neu sind und so gut wie nicht erforscht wurden Sie sind sehr giftig für Herz, Leber und Nieren Steroide gibt es schon seit Jahrzehnten und es wurde viel über sie geforscht, so dass die Menschen zumindest wissen, was sie tun und sich der Risiken bewusst sind Glauben sie nicht, dass es sicher ist, nur weil es Tabletten sind In der Regel handelt es sich nur um orale Steroide mit anderen Markennamen oder um Substanzen, die sich wie Steroide verhalten sollen und die gleiche Toxizität aufweisen Sie werden oral eingenommen, und das ist sogar noch schlimmer als Injektionen, weil sie die Leber und die Verdauung noch stärker belasten Wenn du sie nimmst und an Wettkämpfen teilnimmst und getestet wirst, wird der Drogentist positiv ausfallen Traue keinem Arschloch, dass es dir verkaufen will Es ist einfach ein großes Nein Ich habe sie nie benutzt und werde es auch nie tun Das Schlimmste ist, dass sie sogar sehr unwirksam sind Sechzigster Teil des Kapitels 2 Schlussfolgerung Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel Es liegt an dir, sie auszuprobieren und zu sehen, was für dich funktioniert Ich habe ihnen einen kleinen Leitfaden gegeben, aber recherchieren sie immer alles, was sie ihrem Körper zuführen, selbst Kapitel 3, Hormone als natürlicher Gott des Bodybuildings 1. Teil Einleitung Es ist nicht notwendig, alle Kapitel in der vorgegebenen Reihenfolge zu lesen, und sie sind auch nicht chronologisch geordnet Das bedeutet, dass Thema Nummer 1 nicht wichtiger ist als Thema 6. Nein, nein, nein Jedes Thema hat die gleiche Relevanz, wenn es um die richtige Körperfunktion und Bodybuilding geht Es besteht also keine Notwendigkeit, sie in der angegebenen Reihenfolge zu lesen Aber wenn sie das gesamte Bild erhalten und tief in die Fitness eintauchen wollen, ist es am besten, sie alle in der Reihenfolge zu lesen Es ist einfach die Reihenfolge, in der ich sie schreibe, nichts anderes In diesem Buch befassen wir uns mit einem der wichtigsten, wenn nicht dem wichtigsten Thema, wenn es um die Funktion des Körpers geht Die Hormone Sie sind für buchstäblich jeden Prozess im Körper verantwortlich Für Stimmungen, für Gewichtszunahme, Muskelaufbau, Fettverbrennung, effektive Nutzung von Nährstoffen und so weiter Es ist sehr wichtig, die Hormone im Griff zu haben, und für Bodybuilder ist es doppelt so wichtig Denn mit einem hohen Östrogen und einem niedrigen Testosteronspiegel kann man weder Fett ab noch Muskeln aufbauen Ich spreche hier nicht von irgendwelchen Chemikalien Ich spreche einfach über Hormone, die ihr Körper natürlich produziert, wie man sie gesund hält und welche Bedeutung sie haben Davon abgesehen bin ich kein Wissenschaftler Ich habe keinen medizinischen Abschluss, also kann ich dieses Thema nicht auf einer tiefen wissenschaftlichen Ebene erklären Aber im Laufe der Jahre hatte ich mehr als einmal mit diesen Problemen zu tun Ich habe mich mehrfach auf meine Hormonwerte testen lassen und sie durch eine einfache Umstellung meiner Ernährung selbst behoben Ich hatte Probleme mit Akne, wie wirklich viel, dann habe ich wahnsinnige Mengen an Wasser gespeichert Ich hatte Gynäkologie und all diese Probleme wurden durch ein hormonelles Ungleichgewicht verursacht Aber ich habe es geschafft, sie alle zu lösen Ich weiß also nicht nur theoretisch, wie es sein sollte Sondern ich habe die in diesem Buch erwähnten Prinzipien auch erfolgreich bei mir selbst angewandt Und es hat funktioniert Zweiter Teil Die wichtigen Hormone im Bodybuilding Dieses Thema ist so, so, so wichtig Es ist fast schon erstaunlich, wie viele Menschen immer noch nichts darüber wissen und es nicht beachten Hormone im Griff zu haben, kann buchstäblich jeden Aspekt des Körpers positiv beeinflussen Nicht nur den Muskelaufbau und den Fettabbau Sie stehen sogar in engem Zusammenhang mit der Motorik, den kognitiven Funktionen, der Fähigkeit zu lernen, sich zu konzentrieren oder produktiv zu sein Ich empfehle jedem, diese Werte zumindest ab und zu im Labor testen zu lassen, um zu sehen, wo er gerade steht Wenn etwas nicht in Ordnung ist, können Sie versuchen, diese Grundsätze anzuwenden und sehen, ob sich die Situation nach einem weiteren Gesundheitscheck zum Besseren wendet Wenn nicht, versuchen Sie, Ihren Arzt zu konsultieren Muskelwachstum und Fettabbau Zwei wichtige Voraussetzungen für die Präsentation Ihres bühnenreifen, strandtauglichen Körpers Hängen in vielerlei Hinsicht von der Optimierung der beiden großen Bodybuilding-Hormone ab Wachstumshormon und Testosteron Als regulatorische biochemische Stoffe, die von Endokrindrüsen produziert und durch das Kreislaufsystem zu den Zielorganen transportiert werden, um unsere Physiologie und das Verhalten unserer Zellen zu koordinieren, steuern Hormone vieles, was uns menschlich macht Von der Anziehungskraft über den Appetit bis hin zu den Nerven, die wir spüren, wenn wir mit einer risikoreichen Aktivität konfrontiert werden, steuern unsere Hormone die Entscheidungen, die wir treffen, und wie sich unsere Persönlichkeit entfaltet Dritter Teil Anabole VS Katabole Hormone Bevor wir uns die einzelnen Hormone ansehen, ist es wichtig zu wissen, dass es zwei verschiedene Formen gibt, Anabole und Katabole Hormone Anabole Hormone wandeln kleine und einfache Moleküle in viel größere und kompliziertere Formen um Dies führt zum Aufbau von Organen und Geweben Ein hoher Gehalt an Anabolen Hormonen ist für den Bodybuilder unerlässlich, da sie die treibende Kraft hinter den Knochen- und Muskelwachstum sind Katabole Hormone haben den gegenteiligen Effekt Sie zerlegen komplexe Moleküle, wie Gewebe in kleinere Einheiten wie Fettsäuren, Monosaccharide und Zucker Normalerweise oxidiert der Körper diese, um energiefrei zu setzen Auch wenn man diese Katabolen Hormone als Feind des Bodybuilders betrachten könnte, benötigt der Körper sie dennoch in begrenzter Konzentration für eine normale Stoffwechselfunktion Wenn Sie die Rolle dieser Hormone verstehen und ein gesundes Gleichgewicht zwischen den beiden Formen herstellen, können Sie den Muskelaufbau optimieren Den Fettabbau fördern und Muskelschwund verhindern Bodybuilding Hormone für Muskelwachstum und Fettabbau Testosteron Möglicherweise das wichtigste Hormon im Bodybuilding Bei Männern wird Testosteron hauptsächlich in den Hoden produziert, obwohl auch die Nibelnieren eine kleine Menge erzeugen Bei Frauen wird es in den Eierstücken gebildet Wissenschaftler klassifizieren Testosteron sowohl als androgenes als auch als anaboles Hormon Als androgen ist es für die typisch männlichen Merkmale verantwortlich, es lässt den Penis in der Pubertät wachsen, verleiht eine tiefe Stimme und erlaubt es, einen beeindruckenden Bart zu tragen Die anabolen Eigenschaften von Testosteron bedeuten, dass es das Gewebewachstum fördert, vor allem das der Muskeln Studien zeigen, dass dieses Hormon die treibende Kraft hinter der Muskelproteinsynthese ist Wissenschaftler und Bodybuilder betrachten Testosteron als das ursprüngliche anabolische Steroid, von dem sich alle anderen synthetischen Substanzen ableiten Als zusätzlicher Bonus zeigen Forschungen, dass Testosteron bei der Gewichtsabnahme helfen kann, indem es die Lipolyse fördert Da Testosteron auch von Frauen produziert wird, ist es ein Hormon, das in einer möglichst hohen Menge gehalten werden muss, um konstante Ergebnisse zu gewährleisten 4. Anstatt zu potenziell schädlichen synthetischen Anabolika zu greifen, kann Testosteron durch folgende Maßnahmen erhöht werden Mehr Pausen zwischen den Trainingseinheiten einlegen und stets ein ruhiges Verhalten an den Tag Legen regelmäßig mit schweren Gewichten für weniger Wiederholungen Trainieren den Schwerpunkt auf Widerstandstraining legen und Ausdauertraining nur sporadisch anwenden Regelmäßig die Kohlenhydratzufuhr, erhöhen ein mageres Körpergewicht, beibehalten Alkohol- und Drogenkonsum, einschränken angemessene gesunde Fette und einige gesättigte Fette Aus rotem Fleisch konsumieren eine Ergänzung mit SMA oder einem natürlichen Testbooster in Erwägung Ziehen sich gut ernähren Wachstumshormon Der Grund dafür, dass sie die stattliche Größe erreicht haben, die sie heute haben, und nicht als kleines Kind geblieben sind, ist das Wachstumshormon Die Hypophyse produziert diesen lebenswichtigen Stoff Während seine Fähigkeit, die Körpergröße zu steigern, im Alter von 18 Jahren effektiv abgeschaltet wird, sorgt dieses Hormon auch im Erwachsenenalter für die Regeneration von Zellen, Knorpeln, Muskeln und Organen Dadurch wird es zu einem unverzichtbaren Anabolenhormon für den engagierten Kraftsportler Darüber hinaus stimuliert das Wachstumshormon die Produktion von ICHV1, eine Verbindung, die die Muskelproteinsynthese steigert und zu beeindruckenden Massen zuwächsen führt Schließlich erklären Wissenschaftler, dass ein erhöhter Wachstumshormon spiegelt den Fettabbau beschleunigt Steigern Sie Ihre GH-Versorgung durch Mindestens 8 Stunden Qualitätsschlaf pro Nacht Regelmäßiges Training mit schweren Gewichten für niedrige Wiederholungen Einbindung von Heat als Ausdauertraining oder, noch besser, kombinieren Sie 2-3 Mal pro Woche Ihr reguläres Ausdauertraining mit Sprints 5 Nehmen Sie zusätzlichen Yasin zu sich Bleiben Sie schlank und unterdrücken Sie eine übermäßige Insulinproduktion Wenn Sie Insulin ausschütten, sinkt Ihr GH-Spiegel Und vice versa Am günstigsten für den Körper ist es, einen konstant hohen GH-Spiegel zu haben, damit der Körper ständig Fett verliert und alte Zellen repariert Um dies zu erreichen, ist es gut, manchmal eine Keto-Diät oder eine sehr kohlenhydratarme Diät zu machen, bei der man über einen bestimmten Zeitraum oder nur einmal am Tag überhaupt keine Kohlenhydrate isst Mindestens 3 Stunden vor dem Schlafengehen sollten Sie keine Kohlenhydrate essen, denn dann kann Ihr Körper im Schlaf mehr GH produzieren als normalerweise Insulin Ihre Bauchspeicheldrüse produziert als Reaktion auf die Nahrungsaufnahme Insulin Dieses Anabolehormon verwertet den Glucosegehalt dieser Grundnahrungsmittel und speichert ihn als Glykogen in den Muskelzellen Diese Reserven dienen als Treibstoffdepots, die den Körper während des Widerstands-Trainings mit Energie versorgen Außerdem ist Insulin ein Transporteur von Aminosäuren Indem es die Zufuhr dieser Proteine zu den Muskeln erhöht, steigert es die Rate der Muskelproteinsynthese, was den Massezuwachs fördert Doch ein kurzes Wort der Warnung Insulin ist zwar ein starkes Anabolishormon, aber erhöhte Konzentrationen können die Fettspeicherung fördern Um die Insulinausschüttung zu erhöhen, ist eine hohe Kohlenhydratzufuhr erforderlich Der perfekte Zeitpunkt, um mehr als die normale Kohlenhydratzufuhr zu sich zu nehmen, ist kurz vor und direkt nach dem Training Etwa 50 Gramm vor und 60-70 Gramm nach dem Training an schnell absorbierten Kohlenhydraten wie Wachs-Mais Ein Zeitraum, in dem die Muskeln diese Kohlenhydrate für ein hartes Training benötigen und in dem sie zusammen mit Proteinen schneller zu den hungrigen Muskeln transportiert werden können für eine Person mit einem Körpergewicht von 200 Pfund ausreichen Im Gegensatz dazu sollten sie ihre Kohlenhydrate für den Rest des Tages relativ moderat halten um den Insulinspiegel niedrig zu halten und die Fettspeicherung zu minimieren 6 Schilddrüsenhormone Diese Hormone haben zwar keinen direkten Anaboleneffekt, können aber das Muskelwachstum und den Fettabbau beeinflussen Die Schilddrüse im Nacken setzt drei Hormone frei Tyroxin, Triothyronin und Calchitonin Diese Verbindungen sind für den Bodybuilder von Interesse, weil sie Sie erhöhen die Stoffwechselrate, was den Energielevel und die Fettverbrennung steigert Erhöhung der Herzkraft, der Schlagfrequenz, der physiologischen Sauerstoffaufnahme und des Blutflusses wodurch aus Dauer und Kraft gesteigert werden, was zu einem produktiveren Training führt Fördern sie die Qualität des Schlafs, die Zeit, in der der Körper den Großteil des Testosterons und des Wachstumshormons produziert Förderung der Synthese aller Aminosäuren, was die Synthese von Muskelprotein beschleunigen kann Um die Schilddrüsenfunktion zu verbessern und eine Verringerung der Schilddrüsenhormone durch die Diät vor dem Wettkampf auszugleichen, sollten Sie folgendes tun Essen Sie Lebensmittel, die reich an Jod sind Z. B. Eier, Kuhmilch, Salzwasserfische, Seetang und Schalentiere Um zu verhindern, dass sich Ihr Körper an eine konstant kalorienarme Ernährung gewöhnt und um die Schilddrüse dazu zu bringen, Ihren Stoffwechsel anzukurbeln, sollten Sie alle 8-10 Tage die Kalorienzufuhr erhöhen und zusätzlich 15-20 Gramm Fett zu sich nehmen Dieses Hormon ist im Grunde die Geschwindigkeit Ihres Stoffwechsels Bestimmt haben Sie schon einmal jemanden gesehen, der sehr dünn ist und wirklich viel ist Das liegt wahrscheinlich daran, dass er eine Schilddrüsenüberproduktion hat Auf der anderen Seite haben Sie sicher schon einmal eine Person gesehen, die kaum ist und trotzdem Mühe hat, abzunehmen Dann könnte seine Produktion sehr niedrig sein In diesem Fall ist es am besten, den Arzt um ein Rezept für T3 und T4-Hormone zu bitten Das ist es, was fette Menschen in der Regel einnehmen, nachdem sie so lange fett waren, dass sie ihren Stoffwechsel fast heruntergefahren haben und fast keine dieser Hormone mehr produzieren können Aber wenn du es nimmst, sei sehr vorsichtig damit, da es ein so starkes Hormon ist, dass es alle Körpergewebe, Muskeln und auch Fett verbrennt, also nimm nicht mehr als 12,5 Milligramm pro Tag vor dem Schlafengehen, damit du deine natürliche Produktion nicht komplett abschaltest Östrogen dieses weibliche Hormon, das bei Männern von den Hoden produziert wird, ist tatsächlich anabol, im Gegensatz zu dem, was ihnen einige Jungs im Fitnessstudio erzählen werden Die Forschung zeigt, dass Östrogen für die Muskelproteinsynthese und den Massezuwachs unerlässlich ist Greifen Sie aber noch nicht zu den weiblichen Hormonpillen Es ist wichtig, dass das Verhältnis von Testosteron zu Östrogen zugunsten der männlichen Hormone ausfällt Wenn dieses weibliche Hormon die Kontrolle übernimmt, kann es zu Fettansammlungen, Wassereinlagerungen, Gynecomastie und Erektionsstörungen führen Das läuft dem Erfolg beim Bodybuilding und Fettabbau zuwider Überschüssiges Östrogen kann sogar zu Prostata und Brustkrebs beitragen Männer mit einem höheren Körperfettanteil haben nachweislich auch einen erhöhten Östrogenspiegel Wie wir aussehen und uns fühlen, hängt vom Verhältnis zwischen Testosteron und Östrogen im Körper ab Bei einem optimalen Verhältnis für maximalen Muskelaufbau wäre die Testosteronproduktion hoch und die Östrogenproduktion minimal Um Ihren Östrogenspiegel zu senken, können Sie die folgenden Schritte unternehmen Körperfett abbauen Fettgewebe erhöht den Spiegel des Enzyms Aromatase, das Testosteron in Östrogen umwandelt Je dicker wir sind, desto mehr Aromatase produzieren wir Erwägen Sie eine Nahrungsergänzung mit einem natürlichen Aromatasehemmer Verzehren Sie eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Kreuzblütlern wie Brokkoli, Blumenkohl und Kohl Schränken Sie den Alkohol- und Drogenkonsum Ein Grelin und Leptin sind zwei unterschiedliche Hormone, die jedoch beide die Nahrungsaufnahme beeinflussen Grelin ist allgemein als »Hungerhormon 8« bekannt Wenn Ihr Magen leer ist, setzt der Magendarmtrakt Grelin frei Umgekehrt hört die Grelinausschüttung auf, wenn sich der Magen dehnt Dieses Hormon stimuliert die Hirnzellen des Hypothelimes, was Hungergefühle hervorruft und den Weg zum Kühlschrank weist Leptin hingegen wirkt umgekehrt und hemmt das Verlangen nach Essen Die Forschung zeigt, dass übergewichtige Männer und Frauen im Allgemeinen eine geringere Empfindlichkeit für dieses Hormon haben Sie sind daher nicht in der Lage zu erkennen, wann sie gesättigt sind Die Senkung des Grelinspiegels und die Erhöhung des Leptinspiegels können daher dazu beitragen, den Fettabbau zu fördern Wissenschaftler erklären, dass dies am natürlichsten durch Sport erreicht werden kann Menschen, die das ganze Jahr über in Topform sind, haben ein sehr niedriges Sättigungsniveau D. H. Sie sind schon nach sehr wenig Essen zufrieden Daher sind sie in der Lage, eine niedrige Kalorienzufuhr zu halten, um ihr gutes Aussehen zu bewahren Katabolehormone Cortisol Das Stresshormon Cortisol kann zwar Körperfett verbrennen, und einige Bodybuilder trainieren absichtlich zu viel, um die Produktion dieses Hormons zu erhöhen, damit sie ihren Schredding-Bemühungen den letzten Schliff geben können, aber seine Auswirkungen sind überwiegend negativ Zu den vielen schädlichen Wirkungen von Cortisol gehört, dass es die Thymusdrüse, einen wichtigen Regulator des Immunsystems, schrumpfen lässt und so den Immunzellen signalisiert, sich zu schließen und abzusterben Dies kann dazu führen, dass wir anfälliger für verschiedene Krankheiten werden Abgesehen von der Beeinträchtigung unseres Immunsystems kann Cortisol auch Muskelschwund, Pferdzunahme, Herzkrankheiten und Diabetes fördern, ganz zu schweigen von Stimmungsschwankungen, Depressionen, allgemeiner Müdigkeit und Schlaflosigkeit Unnötig zu sagen, dass Cortisol ein Hormon ist, auf das wir Bodybuilder und Fitnessfans alle verzichten können Um die Anhäufung von Cortisol zu verhindern, sollten Sie folgendes tun Minimieren Sie Stress, entspannen Sie sich häufig und vermeiden Sie sinnlose, unnötige Auseinandersetzungen 9. Achten Sie bei Diäten darauf, dass 2-3 Mahlzeiten pro Woche nach dem Training sehr viel einfach Zucker enthalten Reduzieren Sie den Koffeinkonsum 200 mg Koffein aus einer starken Tasse Kaffee können den Cortisol-Spiegel im Blut in einer Stunde um 30% erhöhen Schlafen Sie tiefer und länger Achten Sie auf einen stabilen Blutzuckerspiegel Nehmen Sie stresshemmende Nahrungsergänzungsmittel wie Antioxidantien, Magnesium, Calcium, Chrom und Zink Ein Adrenalin, die Nebelnieren und die Medulla oblongata setzen diesen Stoff frei Der Körper produziert Adrenalin, das als Kampf- oder Fluchthormon bekannt ist, wenn der Körper unter Stress steht Es steigert den Blutfluss zu den Muskeln, erhöht die Herzfrequenz, steigert die Sauerstoffaufnahme und erhöht den Blutzuckerspiegel Daher ist ein hoher Adrenalinspiegel beim Sport theoretisch wünschenswert Die Verbesserung der Lungen- und Herzkreislaufaktivitäten erhöht die Ausdauer und das Durchhaltevermögen, was zu einem lohnenden Training führt und den Fettabbau fördert Darüber hinaus kann Bewegung selbst als Vorläufer von Adrenalin betrachtet werden, je mehr Sie trainieren, desto höher ist Ihr Adrenalinspiegel Doch das sind nicht nur gute Nachrichten Adrenalin ist im Wesentlichen katabolisch Auf der Suche nach reichhaltigen und schnellen Energiequellen baut dieses Hormon sowohl Glucose als auch die Energiespeicher in den Muskeln ab Damit entzieht es den Muskeln die Bausteine für den Masseaufbau Glucagon dieses von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttete Hormon regt die Produktion von Glucose in der Leber an, wenn der aktuelle Blutzuckerspiegel zu niedrig ist Die Forschung zeigt zwar, dass sich dies positiv auf die Lipolyse auswirkt, aber für den Kraftsportler kann es schädliche Folgen haben Es heimt die Proteinsynthese, was die harte Arbeit während des Krafttrainings zunichte macht und eine Zunahme der Körpergröße verhindert Zehn Melatonin mehrere Hormone tragen dazu bei, den Schlafwachrhythmus oder den Zirkadianenrhythmus zu steuern Eines davon ist Melatonin Sonnenlicht verhindert die Produktion von Melatonin, das von Ihrer Zirbeldrüse ausgeschüttet wird Wenn es nachts dunkel wird, produziert Ihr Körper mehr Melatonin und Sie werden sterfriger Ihr Computer, Ihr Handy und Ihr Fernseher verringern die Melatoninproduktion Benutzen Sie also entweder nachts eine Blausperrbrille oder verzichten Sie 1-2 Stunden vor dem Schlafengehen auf diese Geräte Progesteron Es ist kein so wichtiges Hormon, mit dem man sich befassen muss, aber wenn Sie daran interessiert sind und mehr darüber wissen wollen, finden Sie hier einen Artikel, der sehr aufschlussreich ist Vierter Teil Fazit und alle anderen Hormone im menschlichen Körper am wichtigsten ist es, auf ein gesundes Maß an den oben genannten Stoffen zu achten Sie sind sehr wichtig, wenn es um Bodybuilding geht Wie ich schon sagte, bin ich kein Arzt und kenne daher nicht die Funktion jedes Hormons im Körper Nicht einmal Ärzte wissen es, da es ein sehr komplexes Thema ist Jeder Arzt ist für andere Hormone zuständig Aber wenn dieses Thema für Sie interessant genug ist und Sie mehr wissen und es aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten wollen, sollten Sie sich auf jeden Fall weiterbilden Dies ist ein guter Anfang S-A-T-Z wie gesagt, ich weiß, wie man hormonelle Probleme behandelt, wenn es sich um die oben genannten handelt Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, die Sie denken, kann im Zusammenhang mit den Hormonen wie Akne, Haarausfall Echt zögern Sie bitte nicht, mich auf Instagram zu kontaktieren, ich werde mehr als glücklich sein, zu helfen Kapitel 3 Fakt des Shitbro Acker Drogen im Bodybuilding Erste Teil Einleitung Ich habe gezögert, ob ich dieses Buch schreiben soll oder nicht Letztendlich habe ich es getan, weil ich möchte, dass Sie realistische Erwartungen an Fitness haben Ich möchte Fitness als einen Lebensstil präsentieren, der gesund ist und der die Lebensqualität verbessern kann Nicht als etwas, von dem man Depressionen bekommen sollte und von dem man besessen ist Es liegt in der menschlichen Natur, dass wir uns mit anderen vergleichen, besonders heutzutage im Zeitalter der modernen sozialen Medien Wir sehen jeden verdammten Tag, dass jemand etwas besser kann als wir Aber wir sehen oft nicht, was dahinter steckt, die dunkle Seite Besonders im Fitnessbereich gibt es diese Leute, die man überall auf Instagram, YouTube und Co. sieht Sie treiben diesen Sport schon ihr ganzes Leben lang und haben eine Mentalität von wahnsinnig harten Arbeitern Dazu kommt ihre wahnsinnig gute Genetik und die Einnahme von verbotenen Substanzen Nur um der Masse irgendwie das Gefühl zu geben, dass sie auch so sein können Nun, für die Motivation ist das sicher erstaunlich Aber du kannst dich nicht mit ihnen vergleichen, Bruder Diesen Leuten ist es egal, ob sie sich umbringen, wenn sie diese Drogen nehmen Ich will damit sagen, dass du die Mentalität, dich mit dir selbst zu vergleichen, beherrschen musst Als ob du jedes Jahr besser sein müsstest als letztes Jahr Beim Geld verdienen, bei der Arbeit, in Beziehungen, sogar im Fitnessbereich Auch wenn du jedes Jahr 0,5 Kilogramm Muskeln zunimmst und ein Kilogramm Fett verlierst, wirst du immer noch besser Erwarte nicht, dass du auf magische Weise so aussiehst, nur weil du mit Fitness anfängst Und denke um Himmels Willen bitte nicht daran, etwas zu benutzen, nur um aus irgendeinem Grund ein besseres Aussehen zu erreichen Ihr Aussehen macht sie nicht aus Sie sollten sich darauf konzentrieren, eine langfristige und nachhaltige Gesundheitskraft aufzubauen Und ihr Aussehen konsequent zu verbessern Sie müssen in kleinen Schritten vorgehen Einer nach dem anderen, wie bei allem Ich verstehe, wenn manche Leute nach 10 Jahren natürlich im Wettkampf etwas verwenden Weil sie den Körper über seine Grenzen hinausbringen wollen Ich verurteile niemanden, ich sage nur, dass man als natürlicher Bodybuilder immer besser dran sein wird Selbst die Verwendung dieser Chemikalien ist äußerst kompliziert Und erfordert einen erfahrenen Trainer und eine fast wissenschaftliche Betreuung Ich schreibe dieses Buch zu Informationszwecken und als Warnung vor den Gefahren, die diese Substanzen verursachen können Ich möchte, dass jeder weiß, was sich hinter dieser sogenannten gesunden Fitness verbirgt, die viele Menschen vortäuschen Ich werde jede Doping-Substanz, die üblicherweise im Sport verwendet wird, durchgehen Damit sie zumindest eine Vorstellung davon haben, was nötig ist, um in einer Sportart an der Spitze zu stehen Die Wahrheit ist, dass nicht nur Bodybuilder Doping verwenden Doping ist in buchstäblich jeder erdenklichen Sportart viral verbreitet Und fast jeder Sportler nimmt etwas, um seine Leistung zu steigern Man kann sagen, dass in den meisten Sportarten Doping-Tests durchgeführt werden Aber es ist sehr einfach, Doping-Tests zu überlisten Ich habe es als Kind geschafft, indem ich ein paar Artikel im Internet gelesen habe Seien Sie sicher, dass Profisportler ihre eigenen Methoden haben, um Doping-Tests zu überlisten Natürlicher Sport auf Profi-Ebene existiert nicht mehr, das ist eine Tatsache Es ist alles eine Show Wer würde sich diese Sportarten ansehen, wenn es die gleichen Typen wie dich gäbe? Sie wollen jedes Jahr besser aussehende und leistungsfähigere Sportler sehen Nur weil jemand einen negativen Doping-Test hat, heißt das nicht, dass er es nicht um Himmelswillen benutzt Ich verstehe nicht, wie jemand so naiv sein kann Es gibt buchstäblich Dutzende von Substanzen, die man eine Woche vor dem Wettkampf absetzen kann Und bei Doping-Kontrollen wird nichts gefunden Also sei nicht so naiv und glaube, dass dein Lieblings-Influencer keine Drogen nimmt, nur weil er das sagt Das ist ein Unternehmen, das mit ihnen Geld verdienen will Die Wahrheit interessiert sie nicht Vor allem Typen, die nie an Wettkämpfen teilgenommen haben, könnten bei allem dabei sein Die Leute sehen sie an und denken, dass sie wie sie sein können, indem sie ihre Fitnesspläne kaufen Dabei gibt es völlig unterschiedliche Ernährungs- und Trainingsmethoden für Sportler und Nicht-Sportler Man kann nicht essen und trainieren wie ein Mensch auf Steroiden, wenn man es nicht isst, um Himmelswillen Diese Leute wissen nicht, wie man als Naturtalent gut aussieht, also lass dich nicht von ihnen beraten Nun gibt es Sportarten, in denen nur sehr wenig und sehr sichere Substanzen verwendet werden Und dann gibt es Bodybuilding, wo die Leute alles verwenden, was möglich ist, in Dosen, die ein Pferd töten könnten Weil es sie nicht interessiert, Bruder Aber das Gute ist, dass man als Naturtalent immer noch ein sehr gutes Aussehen erreichen kann In der Tat definitiv besser als Nicht-Heber, die etwa 90% der Bevölkerung sind Also sei einfach zufrieden mit dem, was dein Körper dir erlaubt zu tun Zweiter Teil meiner Geschichte Niemand von diesen Fitness-Fuck-Ups wird ehrlich zu dir sein, Bruder Aber ich werde es tun, weil es mir egal ist, was andere über mich denken Ich will nur meine Geschichte teilen, damit die Leute daraus lernen können Also hört euch den Scheiß an Um dies zu rechtfertigen, müssen sie verstehen, dass Profisportler ein wenig anders denken als normale Menschen Ich hatte diese Einstellung, dass es mir egal ist, ob ich sterbe, ich wollte einfach nur Champion werden Ich war bereit, 5% zu geben und alles zu tun, was nötig war Ich bin dankbar für diese Denkweise, denn sie ist alles, was ich je hatte Wenn ich etwas will, gehe ich hin und hole es mir Aber zum Verständnis Ich habe mit 13 Jahren angefangen zu heben Und nachdem ich damit angefangen hatte, war ich bereits Landesmeister im Kraft-Dreikampf und im Bankdrücken in meinem Land Ich habe bereits als Naturtalent am Bodybuilding teilgenommen Ich war vor allem auf der Suche nach einer neuen Erfahrung Ich denke, dass professionelle Trainer über alles in ihrem Bereich Bescheid wissen müssen Ich musste wissen, was diese Substanzen bewirken können Also beschloss ich, mich als Juzid vorzubereiten Nachdem ich angefangen hatte, änderte sich alles in meinem Kopf Ich wurde sehr schnell erwachsen Ich fand den besten Trainer für Juz-Sportler in der Tschechoslowakei und bezahlte ihn dafür, mich vorzubereiten Auch wenn ich anfing, es zu benutzen, war ich sehr klug dabei Was die Leute normalerweise nicht sind Ich habe genau das getan, was er gesagt hat Denn er hatte bereits Erfahrung mit vielen anderen Sportlern Ich überprüfte meinen Gesundheitszustand regelmäßig durch Bluttests Und wenn einige Werte erhöht waren, senkte ich die Dosis Das ist etwas, was die meisten Leute nicht tun würden Etwa 90% der Leute, die diese Mittel nehmen, sind wirklich dumm Sie nehmen, was auch immer und verwenden wirklich dumme Kombinationen Wie eine Verbindung für Schneiden andere für Boolking Was passiert, ist, dass sie am Ende noch schlechter aussehen als bevor sie natürlich waren Man hört nichts über diese Leute, weil sie scheiße aussehen und sich niemand dafür interessiert Personen, die keine Wettkämpfe bestreiten und keine weiteren Ziele im Sport haben Behandeln nur ihre verkorksten Komplexe im Kopf Beweise mir das Gegenteil Das kannst du nicht, weil es so ist Es erfordert ein ganzes Maß an Ausbildung, Wissen und Erfahrung Um diese Substanzen richtig und mit minimalen gesundheitlichen Schäden zu verwenden Profisportler haben in der Regel einen Sportarzt Der ihnen genau sagt, was sie nehmen sollen, je nachdem, wie ihr Körper beschaffen ist Es ist einfach so verdammt kompliziert, dass man nicht einmal damit anfangen sollte Schauen Sie, ich habe jedes Präparat, das es gab, für einen sehr kurzen Zeitraum ausprobiert Weil ich mir sagte, dass ich das nur einmal in meinem Leben mache Also warum nicht das Beste daraus machen Ich verwendete sehr niedrige und sichere Dosen und wechselte auf die Präparate Um fortzufahren, möchte ich meine Fotos zeigen und was für einen Körperbau ich hatte Bevor und nachdem ich etwas genommen habe 5 hier war ich etwa 14 Jahre alt Du kannst also sehen, dass ich schon trainiert habe, als ich noch ein ganz kleines Kind war Hier war ich 16 und nahm schon an Wettkämpfen teil Hier war ich 17, wie du sehen kannst, hatte ich schon einige ernsthafte Muskeln entwickelt 6 hier war ich 18, bevor ich anfing zu trainieren Hier bin ich 18 nach 4 Monaten der Einnahme Siehst du, was ich meine, Bruder? Sehen Sie, wie exponentiell besser mein Körper nach so kurzer Zeit aussah Das ist es, was diese Substanzen bewirken können Sie können jeden wie einen König aussehen lassen Aber so schnell, wie sie ihn da hinbringen So schnell kann er es auch wieder verlieren So sah es aus, nachdem ich alles herausgefunden hatte Natürlich habe ich bei meiner Diät großen Mist gebaut Aber der Punkt ist, dass sich die Körperzusammensetzung komplett verändert hat Also weiß ich nicht, ob es sich gelohnt hat, den ganzen Scheiß zu nehmen Dann habe ich es in Ordnung gebracht und angefangen, wie ein normaler natürlicher Bodybuilder auszusehen Aber wie du sehen kannst, habe ich nicht so viele Muskeln und meine Form ist nicht so gut Die Wahrheit ist, dass es nach der Einnahme von etwas sehr schwer ist, in eine anständige Form zu kommen Und das nach 3 Jahren, in denen ich am Ende des Books clean war Es ist wie jetzt, als ich mit den Vorbereitungen für Wettkämpfe im Natural Bodybuilding begonnen habe Wie du sehen kannst, ist es nicht annähernd so, wie als ich 18 war An diesem Beispiel kann man sehen, wie unglaublich mächtig diese Drogen sind Und dass man niemandem trauen kann, wenn er sagt, dass er natürlich ist Dritter Teil spezifische Stoffe, die verwendet werden Ich werde ganz ehrlich sein, denn das gehört zum Bodybuilding Und ich möchte, dass Sie wissen, wie gefährlich und funktionell diese Substanzen sind Ich will nichts rechtfertigen, was ich getan habe Aber stellen Sie sich vor, dass es eine Sache in Ihrem Leben gibt Eine Sache, die du so sehr liebst, dass du sie für den Rest deines Lebens jede Sekunde tun möchtest Das ist Bodybuilding für uns, das ist Ladenschaft und Liebe Ich sage nicht, dass ich alles auf der Liste unten genommen habe, aber ich habe einiges davon ausprobiert Es ist mehr wie im Allgemeinen, was die Menschen häufig verwenden Es gibt viele, viele verschiedene Kombinations- und Dosierungsmöglichkeiten Aber ich werde das nicht konkret aufzählen, weil ich nicht will, dass es jemand nachmacht Ich werde hier nur missbrauchte Substanzen auflisten, die Sie online nachschlagen können, wenn Sie wollen Und darüber lesen, wie gefährlich Sie sein können Boldenone und Dechylenate Trinbolonacetat, Ment, Testosteronmix, Trinbolonacetat, Trinbolonenantat, Trinbolonhexahhydrobenzylkarbonat, Trinbolonmix, Salbutamol, Renbutero, Sibutramin, Chlomifen, Anastrozol, Tamoxifen, Proveron, Cabest, Palodel, HCH, HGH, Letrozol, Eczemistan, Furon, Rochotan, ICHV1, Melanotan, Foliistatin, CJC 1295, GHRP2 und GH2. HRP6, HGH-Fragment, BPC 157, Prämelanotid, Schlussfolgerung und viele, viele andere Wie im Grunde alles, was Sie sich vorstellen können, auch Pervitin und andere schwere Drogen werden im Bodybuilding verwendet Auch alle Arten von Sams, Prohormone echt Ich habe mit Dutzenden von Athleten gesprochen, die Erfahrung mit diesen Medikamenten haben und glauben Sie mir, es lohnt sich nicht Es ist meist eine Verschwendung von Geld und Gesundheit Sie sind besser dran Natürlich hat der Körper seine Grenzen und es gibt nur so viel, was man auf natürliche Weise erreichen kann Aber wie ich schon sagte, ist es immer noch besser als 90% der anderen Menschen Also vergiss es Wo können Sie sich weiterbilden? Nun, fast kein Profisportler wird offen über Drogenmissbrauch sprechen Aber wenn Sie sich dafür interessieren und einfach nur neugierig sind, empfehle ich Ihnen, sich diese beiden YouTube-Kanäle anzusehen Auch im Allgemeinen denke ich, dass diese zwei Kanäle die besten sind, wenn es um Aufklärung im Fitnessbereich geht, wenn es um Ernährung, Workouts, Diät und sogar illegale Ergänzungen geht Sie erklären einfach, wie die Dinge sind und stellen Athleten los, die sie verwenden und erklären, wie sie es wissen Diese Bodybuilder sind extrem klug Ich glaube zum Beispiel, dass Greg seit 35 Jahren an Wettkämpfen teilnimmt und er ist immer noch hier, 12 Jahre alt und gesund Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn schlechtes Essen kann alles kaputt machen Meistens führt es zur Entwicklung von chronischen Krankheiten, irreversiblen Schäden an inneren Organen und so weiter Das, was man in seinen Körper einbringt, spiegelt sich überall wieder Auf den Haaren, auf der Haut, auf den Nägeln, in den Augen, in den Fettspeichern des Körpers Aber vor allem an den inneren Organen Anstatt eine bestimmte Art von Diät zu machen, werde ich versuchen, Ihre Einstellung zum Essen und zum gesamten Lebensstil zu formen Jegliche Drogen, Alkohol, Rauchen, Junkfood, Zucker werden sich früher oder später auf Ihren Körper auswirken Es gibt Möglichkeiten, gutes Essen zu genießen oder Spaß zu haben Man muss nur klug vorgehen und zumindest ein Ernährungssystem entwickelt haben Denn wenn man einfach alles isst, kann man davon ausgehen, dass man beschissen aussieht und sich beschissen fühlt Diäten und das Festlegen von Essgewohnheiten sind die stärkste Waffe, wenn es darum geht Das Aussehen des Körpers zu verbessern oder zu verändern Wenn du die Prinzipien der Ernährung verstehst, wirst du in der Lage sein, für dich selbst zu denken Ohne einer dummen Makro-Tracking-Up oder einem beschissenen Essungsplan von irgendeinem Trottel zu folgen Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Wissen und die Nutzung deines Gehirns Ich werde dir grundlegendes Wissen über Ernährung und verschiedene Diät-Varianten vermitteln Da es unmöglich ist, alle Themen der Ernährung in einem Buch für eine Person zu behandeln Werde ich versuchen, kritisches Denken in dir zu entwickeln, damit du erkennen kannst, was gut für dich ist und was nicht Dann kannst du dich jeden Tag weiterbilden, indem du dir Videos von Profisportlern auf YouTube ansiehst, Bücher liest, Podcasts hörst oder einfach Diäten an dir selbst ausprobierst Aber absolut entscheidend ist, dass du erkennst, wenn jemand totalen Schwachsinn erzählt, um ihn zu erkennen und ihm nicht zu folgen Wie diese abgefuckten Trainer im Fitnessstudio, die dir einen Essensplan schreiben, in dem du jeden Tag 5 gleiche Mahlzeiten bekommst und du sollst was tun? Wie ein verdammter Mönch leben und jeden Tag jedes Gramm Reis zählen? Nein Mann! Eigentlich ist eine Diät ganz einfach, man muss nur ein bisschen Grips haben Im Moment sehe ich ungefähr so aus Und das, ohne eine Diät zu machen oder überhaupt zu versuchen, gut auszusehen Ich esse jeden Tag extreme Mengen an Kalorien und Essen und treibe 2-3 Mal pro Woche Sport Ich bin vollkommen gesund Ich halte einen normalen Körperfettanteil, um eine optimale Hormonproduktion zu gewährleisten, was für einen natürlichen Bodybuilder wichtig ist Diese Diät kostet mich weder Zeit noch Mühe Ich nehme weder zu noch ab Ich bin kein professioneller Bodybuilder, der Dutzende verschiedener Substanzen zu sich nimmt und völlig besessen von seinem Aussehen ist Ich bin ein normaler Typ, der arbeitet, sein Leben liebt und Spaß hat Ich werde ein langes, gesundes Leben führen, in dem ich gute Essgewohnheiten beibehalte All das kann man erreichen, wenn man ein System hat Ich sage das immer, aber bei allem im Leben muss man ein System haben und konsequent sein Denn wenn ein Teil deines Lebens nicht unter Kontrolle ist, geht alles andere den Bach runter Ich weiß das, weil ich unter vielen Essstörungen wie Bulimie oder Anoexie gelitten habe und ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren Entwickeln Sie einfach ein Esssystem und Gewohnheiten, die Ihnen gefallen und die Sie für den Rest Ihres Lebens beibehalten können Werden Sie nicht dick oder dünn, indem Sie abnehmen oder zunehmen Bringen Sie sich einfach in die richtige Form, damit Sie langsam Muskeln aufbauen und Ihren Körperbau im Laufe der Jahre verbessern können Dies ist ein äußerst komplexes Thema Hören Sie auf niemanden, sondern finden Sie einfach einen Weg, sich so zu ernähren, wie es für Sie funktioniert Wir machen Fitness nicht, um uns durch Diäten das Leben schwer zu machen, oder? Wir wollen gut aussehen und ohne Einschränkungen im Leben eine gute Form erhalten Das Problem ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie man effektiv ist, um dem Körper bei jeder Mahlzeit ausgewogene Mikro- und Makronährstoffe zuzuführen Ich kann Ihnen beibringen, wie Sie in Form kommen oder wie Sie sich ernähren sollten, wenn Sie Ihr Muskelwachstum maximieren wollen und dann diese Ernährungsgewohnheiten beibehalten, damit Sie zu Ihrem gesunden Lebensstil werden Bevor ich dieses Geheimnis der richtigen Ernährung entdeckte, machte ich wirklich eine Menge Scheiße durch Ich begann meine ersten Essstörungen zu haben, als ich sehr jung war, wo ich übermäßig trainiert und weigerte sich zu essen, das Anoexi entwickelt Dann entwickelte ich wegen des Bodybuildings Binger Eating, Bulimie, Vermeidungseinschränkungsstörungen bei der Nahrungsaufnahme Ich habe Watte gegessen, damit ich mich satt fühle Das mag lustig klingen, aber zu der Zeit war es das nicht Wie ich schon oft gesagt habe Ich habe mein ganzes Leben lang Sport getrieben und Diäten gemacht Und die Menschen, nun ja, sie treiben es manchmal ein bisschen zu weit, mich eingeschlossen Dieses Foto stammt aus der Anfangsphase meiner Magersucht, als ich ständig so hungrig und energielos war, dass ich nicht einmal aus dem Bett aufstehen konnte Nachts konnte ich nicht schlafen, weil ich so hungrig war, wie man an den Kissen unter meinen Augen sehen kann Diese Dinge sind real und sehr gefährlich, und es ist wichtig, die Anzeichen frühzeitig zu erkennen Damit es richtig behandelt werden kann Kein Blick ist es wert, sich umzubringen Deshalb habe ich die Diät entwickelt, die ich Ihnen in diesem Buch erläutern werde Ich habe es geschafft, all diese Dämonen zu besiegen und für dich zu lernen, damit du nicht durch die gleiche Scheiße gehen musst Und all diese dummen Fehler wirklich zu vermeiden Ich wurde von den besten Trainern meines Landes gekucht, die später zu Weltklasse Bodybuildern wurden Glauben Sie mir, niemand weiß mehr darüber, wie der menschliche Körper funktioniert, als Bodybuilder Weil Sie alle Auswirkungen einer Ernährungsumstellung an Ihrer eigenen Haut erleben können Ich habe alle möglichen Diäten ausprobiert, die das Aussehen meines Körpers verändern können Ich kann Ihnen helfen, die richtige für Sie zu finden Zu wissen, wie man isst, was man isst und wann man isst, ist wahrscheinlich eine der nützlichsten Fähigkeiten, die ein Mensch haben kann Es kann Krankheiten vorbeugen oder sie sogar behandeln Aber aus der Sicht der Fitness sollte die Ernährung genussvoll, nachhaltig und effektiv sein, damit Sie Ihre Ziele schnell erreichen und wie ein verdammter Gott aussehen können Teil 2 Erläuterung der Funktionen von Makronährstoffen und hochwertigen Lebensmitteln Mikronährstoffe habe ich im ersten Buch behandelt Ich meine Vitamine und Mineralien Natürlich sollten Sie versuchen, sie mit der Nahrung aufzunehmen, aber wenn Sie einfach jeden Tag ein Multivitaminpräparat einnehmen, sind Sie im Grunde gut versorgt Die Makronährstoffe sind etwas anderes, jeder hat eine andere Aufgabe im Körper Aber es ist auch keine Raketenwissenschaft, wie viele Leute und soziale Medien behaupten Eine Diät ist in der Tat sehr einfach Es geht nur um den Willen und die Disziplin Das Wichtigste ist, immer nun qualitativ hochwertige Lebensmittel zu essen und den ganzen Mist zu vermeiden Wenn du nur diese einer Regel befolgst, wirst du niemals dick werden oder gesundheitliche Probleme haben Das Problem ist jedoch, dass Junkfood gut schmeckt, sodass die Menschen süchtig danach werden und nicht aufhören können Wie bei jeder Sucht ist es schwer, damit aufzuhören, aber viele Menschen haben es schon geschafft, also ist es möglich Natürlich kann man ab und zu etwas Gutes essen Mit Freunden zu Abend essen oder einen Schokoriegel essen, um die Nerven zu beruhigen Sicher, aber das kann nicht der Grundpfeiler deiner Ernährung sein Das Problem ist, dass die meisten Leute sich einfach nicht darum scheren, was sie in ihren Körper stecken Die erste Regel dieses Diät-Systems ist also, nur diese hochwertigen Lebensmittel, über die ich hier schreiben werde, in angemessenen Mengen zu essen Dann hängt es nur noch von ihnen ab, wie gut sie kochen können und welche Kombination sie wählen Auch gesundes Essen kann äußerst genussvoll und schmackhaft sein, wenn man weiß, wie man es zubereitet Hochwertige Lebensmittel Alle Früchte Einige Klugscheißer werden sagen, dass Obst nicht gesund ist, weil es Zucker und Fructose enthält Wisst ihr, was ich diesen Leuten sagen würde? Erstens würde ich ihnen jeden Abschluss wegnehmen, den sie haben, weil sie ihn nicht verdienen, weil sie dumm sind Bruder, die Menschen haben seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren jeden Tag Obst gegessen Und siehe da, wir haben es bis hierher geschafft Ja, Fructose und Zucker sind nicht die perfekte Quelle für Kohlenhydrate, aber sie enthalten viele nützliche Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe Es schmeckt fantastisch und hat wenig Kalorien Aber wie bei allem, sei nicht dumm Übertreiben sie es nicht Ein übermäßiger Verzehr von Obst kann schädlich sein Mach keine Obst-Diät wie Steve Jobs Bruder, benutze einfach dein verdammtes Gehirn Iß 1-3 Stück pro Tag und es geht dir gut Ich esse jeden Tag Obst und ich bin stolz darauf Ich esse es sogar, wenn ich eine Diät mache, denn ich halte es für eine gute Quelle schnell wirkender Kohlenhydrate, die ich nach dem Training zu mir nehmen kann und die mich für lange Zeit satt halten Das nächste Mal, wenn sie wollen, haben Snickers nur kalten süßen Apfelbrühe und sehen, wie viel besser es fühlt Alle Gemüsesorten sind sehr, sehr gesund Wählen sie einfach einige und essen verschiedene Arten jeden Tag Es hängt davon ab, was sie versuchen, in ihrer Ernährung zu tun Du kannst die mit vielen oder wenigen Kohlenhydraten wählen Fleisch ist in Ordnung, wenn man es jeden Tag in vernünftigen Mengen verzehrt Bis zu 200 Gramm, nicht wie Bodybuilder jeden Tag ein Kilogramm Hähnchen essen Wozu so viel? Wenn du übermäßige Mengen isst, führst du deinem Körper eine Menge toter Zellen und Hormone ehemaliger lebender Organismen zu, die schwer zu verarbeiten sind Wenn du versuchst, deinen Östrogenspiegel zu senken, solltest du keine Hühnerbrust essen, da sie deinen Östrogenspiegel erhöhen kann Wenn sie jedoch aus irgendeinem weltrettenden Grund kein Fleisch essen wollen, ist das zu 100% in Ordnung Der Hauptvorteil von Fleisch ist, dass es eine gute Proteinquelle ist, aber es ist nicht die absolut beste Quelle Fisch ist sehr, sehr gesund Ich meine den normalen Fisch, nicht den in Dosen verpackten Diese enthalten viel Salz oder Konservierungsstoffe Im Grunde genommen enthält jeder Fisch hochwertiges Eiweiß und gesunde Fette, die gut für ihr Herz sind Eier sind ein Superfood Im Grunde genommen der König aller Lebensmittel Eier sind so gesund, dass man sie jeden Tag essen sollte, wenn man 100 Jahre alt werden will Wenn ich nur ein einziges Lebensmittel wählen müsste, von dem ich den Rest meines Lebens leben würde, wären es Eier und Gemüse Eiklar ist die einzige Proteinquelle, die das gesamte Aminosäurespektrum enthält Es ist also die beste Eiweißquelle der Welt Eigelb enthält alle Arten von gesunden Fetten, Vitaminen und Mineralien Es wird jedoch diskutiert, ob das Cholesterin im Eigelb den schlechten Cholesterinspiegel erhöhen kann Nun, wenn sie bis zu 5 pro Tag essen, ist das kein Problem Selbst danach beeinflusst es meiner Meinung nach hauptsächlich das gute Cholesterin Ich habe monatelang mehr als 10 Eier gegessen, als ich auf Beto war, und hatte nie ein Problem mit erhöhtem Cholesterinspiegel Käse ist eine gute Quelle für Eiweiß, Kalzion und Fette Allerdings enthält er etwas viel Fett, also sollten sie es nicht übertreiben und auf die tägliche Fettaufnahme achten Quark oder Milch ist ebenfalls eine sehr gesunde und gute Eiweißquelle Wenn du eine laktosefreie Version findest, ist das am besten, denn Laktose wird von Erwachsenen nicht sehr gut vertragen Wenn sie also wissen, dass sie lange nichts essen werden, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, trinken sie einfach ein Glas Milch mit Eiweiß, und schon haben sie über die ganze Nacht hinweg langsam freigesetzt Eiweiß Hafer enthält viele Ballaststoffe und ist ein komplexer Kohlenhydratlieferant, der sehr satt machen kann, also eine gute Wahl Komplexe Kohlenhydrate sind im Grunde genommen alles, was nicht aus Zucker besteht und gut für dich ist Kartoffeln, Nudeln, Reis, Reiskuchen, Brot, Echnüsse und Öl sind eine sehr gute Quelle für Fette, sogar Nussbutter Aber in dem Moment, in dem man sie kocht, verlieren sie ihre positiven Eigenschaften Ja, das war's im Grunde Das ist es, was gesunde Menschen essen Sie können mit verschiedenen Kombinationen von Gewürzen, Dressings und dergleichen spielen Aber das wichtigste ist, dass man sich von verarbeiteten Lebensmitteln fernhält Damit meine ich, dass alles, was hergestellt wird, als Fastfood-Ech Bezeichnet wird Bereiten sie einfach ihr eigenes Essen zu Hause für sich selbst zu So einfach ist das Verwenden sie kein Öl zum Kochen, sondern Wasser Wenn sie eine Diät machen, spielen sie einfach mit der Menge und Häufigkeit der Lebensmittel, die sie essen Ja, und halte dich von Zucker fern Aber es gibt sogar einige sehr gesunde verarbeitete Lebensmittel wie Proteinpulver Überprüfen sie einfach das Etikett und sehen sie, was es enthält Sei schlau, nicht dumm Makronährstoffe Um zu verstehen, wie du diese Lebensmittel zusammenstellen solltest, musst du wissen, welche Funktion die verschiedenen Makronährstoffe im Körper haben Kohlenhydrate enthalten 4 Kjall pro Gramm Proteine enthalten 4 Kjall pro Gramm Synthese bestimmte Aminosäuren und ermöglichen einen regelmäßigen Stuhlgang Ballaststoffe sind eine Art von Kohlenhydraten, die vom Magendarmtrakt nicht aufgespalten werden können Dieser Nährstoff liefert also keine Energie, aber er hilft dem Körper, Abfallstoffe auszuscheiden, und hält den Darmtrakt gesund Kohlenhydrate sind nicht alle gleich Einige gelten als einfache Kohlenhydrate, andere als komplexe Kohlenhydrate Einfache Kohlenhydrate können vom Körper leicht in Energie oder Glucose umgewandelt werden Sie bestehen aus 1-2-Zuckermolekülen und sind in Dingen enthalten, die normalerweise süß sind, wie Honig, Haushaltszucker, Sirup, Agavennektar, Melasse, Milchjoghurt und Obst Obst enthält einen natürlichen Zucker, den Fruchtzucker, aber auch Vitamine und Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe Ballaststoffe werden nicht verdaut und verlängern daher die Zeit, die für die Aufspaltung des Lebensmittels benötigt wird Komplexe Kohlenhydrate brauchen mehr Zeit, um vom Körper abgebaut zu werden Sie bestehen aus langen Strängen von Zuckermolekülen, die aneinandergereizt sind, und haben in der Regel einen würzigen Geschmack Sie sind in Lebensmitteln wie Stärke und Getreide enthalten Reis, Nudeln, Brot und stärkerhaltiges Gemüse Andere pflanzliche Lebensmittel, wie nicht stärkerhaltiges Gemüse, enthalten Kohlenhydrate, allerdings in geringeren Mengen Komplexe Kohlenhydrate enthalten in der Regel Ballaststoffe, es sei denn, sie wurden verarbeitet, d.h. Das Getreide wurde von seiner Kleie befreit, wodurch wir Weißbrot, weiße Nudeln, weißen Reis und so weiter erhalten Diese Arten von Kohlenhydraten sind für den Körper leichter zu verdauen Obwohl sie nicht süß sind, setzen sie genauso schnell Glucose frei wie süße einfache Kohlenhydrate Ihr Körper kann durchaus ohne Kohlenhydrate auskommen, und sie sollten die Zufuhr so gering wie möglich halten, um gesund zu bleiben Essen Sie Kohlenhydrate nur in bestimmten Fällen, z.B. wenn Sie einen Beruf ausüben, der viel Energie verbrennt, wie Bauarbeiter, Hausmeister oder Kellner Aber wenn Sie den ganzen Tag auf Ihrem Hintern sitzen, sollten Sie die Zufuhr so gering wie möglich halten Der einzige Unterschied ist, dass Sie vor und nach dem Training mindestens 50 Gramm essen sollten, um eine maximale Anabole-Insulinproduktion zu gewährleisten Eiweiß Eiweiß ermöglicht es Ihrem Körper, zu wachsen, Gewebe aufzubauen und zu reparieren und die fettfreie Körpermasse zu schützen Eiweiß besteht aus Aminosäuren Aminosäuren sind die Bausteine des Proteins Es gibt zwei Arten von Aminosäuren Nicht-essentielle und essentielle Nicht-essentielle Aminosäuren müssen nicht über die Nahrung aufgenommen werden, da der Körper sie selbst herstellen kann Essentielle Aminosäuren werden über die Nahrung aufgenommen Essentielle Aminosäuren können entweder selbst verwertet werden, oder sie werden in einigen Fällen in eine nicht-essentielle Aminosäure umgewandelt Zu den proteinreichen Lebensmitteln gehören Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, Milch, Käse oder andere Arten von tierischen Nebenprodukten Diese Eiweißquellen enthalten alle essentiellen Aminosäuren Das heißt aber nicht, dass Sie tierische Lebensmittel essen müssen, um gesund zu sein Sie können die richtigen Aminosäuren auch durch den Verzehr einer Vielzahl pflanzlicher Eiweißquellen wie Bohnen, Linsen, Nüsse, Samen und Soja sowie in geringeren Mengen durch Getreide, Gemüse und Obst erhalten Sie brauchen Eiweiß, um am Leben zu bleiben, um gesund zu bleiben Es ist das Einzige, das Sie niemals aus Ihrer Ernährung streichen dürfen Wenn Sie nicht mindestens 60 Gramm pro Tag zu sich nehmen, riskieren Sie die Schädigung der inneren Organe Jedes Fleisch, das Sie essen, sollte ein wenig Eiweiß und Kohlenhydrate oder Fette zur Energiegewinnung enthalten Fettfett ermöglicht die Speicherung von Energie, polstert die Organe, bildet bestimmte Hormone, nimmt fettlösliche Vitamine auf und trägt zur Integrität der Zellmembranen bei Es gibt drei Arten von Fett Transfette, gesättigte Fette und ungesättigte Fette Transfette sollten aus der Ernährung gestrichen werden Die meisten Transfette entstehen durch Hydrierung oder Hinzufügung von Wasserstoffmolekülen zu ungesättigten Fetten Dadurch entsteht ein hydriertes Öl Diese Fette sind in Margarine, Shortening, Backwaren, Teigen und frittierten Lebensmitteln zu finden Wenn Sie Transfette auf dem Etikett sehen, sollten Sie sie vermeiden Gesättigtes Fett hat keine durch Doppelbindungen verursachten Biegungen im Molekül, da es an Wasserstoffmolekülen gesättigt ist In großen Mengen erhöht gesättigtes Fett bekanntermaßen den Cholesterinspiegel und kann das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen Eine Verringerung des Anteils an gesättigten Fetten in ihrer Ernährung kann von Vorteil sein Gesättigte Fette sind vor allem in tierischen Lebensmitteln mit hohem Fettgehalt enthalten, wie fettes Rind, Lamm und Schweinefleisch, Geflügel mit Haut, Schmalz, Sahne, Butter, Vollfettkäse und Milchprodukte Die American Heart Association empfiehlt, dass 5-6% der täglichen Chal aus gesättigten Fetten stammen sollten Das bedeutet, dass bei einem Chalbedarf von 2000 pro Tag nur 120 Chals aus gesättigten Fetten stammen sollten 120 Chals 9 Chals ggleich 13 Gramm gesättigte Fette pro Tag Es wird empfohlen, die Aufnahme von gesättigten Fetten zu verringern und mehr gesunde Fette, sogenannte ungesättigte Fette, zu sich zu nehmen Ungesättigte Fette haben mindestens eine Doppelbindung, die das Molekül krümmt Sie sind schwerer zu stapeln und liegen daher bei Zimmertemperatur meist in flüssigem Zustand vor Die Anzahl der Doppelbindungen ermöglicht die Benennung der ungesättigten Fette Einfach ungesättigte Fette haben eine Doppelbindung, während mehrfach ungesättigte Fette mehrere oder viele haben Ungesättigte Fette sind als gesunde Fette bekannt, da sie das Risiko für Herzkrankheiten senken können Diese gesunden Fette stammen aus pflanzlichen Quellen wie Avocados, Nüssen und Nussbutter, Samen, Oliven und Ölen Sie finden sich auch in tierischen Quellen wie fettem Fisch wie Lachs, Makrele, Sardinen, Thunfisch und Hering Fett hat einen schlechten Ruf, weil es am meisten Kalorien enthält und bestimmte Fettarten nicht gut für uns sind Aber wenn man sich auf die Art und Menge des Fetts konzentrieren kann, ist es für eine gesunde Ernährung entscheidend Die empfohlenen Mengen dieser verschiedenen Makronährstoffe werden gewöhnlich als Makronährstoffsplit bezeichnet Ein guter Ausgangspunkt sind die US-Dempfehlungen Kohlenhydrate 45-65% Eiweiß 10-35% Fett 20-35% Insgesamt gelten diese Werte als gesund, aber verschiedene Kombinationen können Ihnen helfen, verschiedene Ziele zu erreichen oder verschiedene Krankheitszustände zu bewältigen Jeder Mensch fühlt sich bei unterschiedlichen Prozentsätzen wohl, sodass das, was für eine Person gut ist, nicht unbedingt für alle gilt Teil 3 Effektivste Diät und Diät, die ich benutze das nennt man, nicht dumm zu sein und sein Gehirn zu benutzen Selbst der dümmste Mensch kann sich ein Lebensmittel ansehen und sagen, ob es gesund ist oder nicht Also schau einfach hin und wähle gesunde Varianten Vermeide es, scheiße zu essen Nun gibt es Prinzipien, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe, als ich verschiedene Arten von Diäten über einen längeren Zeitraum ausprobiert habe Das Wichtigste für einen Bodybuilder und einen normalen Menschen ist es, zu entscheiden, wie viele Mahlzeiten am Tag er essen möchte Das heißt, was zu seinem Tagesablauf passt Manche Menschen essen einmal am Tag eine große Mahlzeit, andere drei oder sechs Um eine maximale Proteinsynthese und Regeneration zu gewährleisten, sollten Sie Ihrem Körper fünfmal am Tag Protein zuführen Bedeutet das, dass es sich dabei um Nahrung handeln muss? Nein, natürlich nicht Sie brauchen nicht jede Sekunde zu essen Wählen Sie einfach die Gesamtmenge an Lebensmitteln, die Sie pro Tag zu sich nehmen müssen, basierend auf Ihren Kalorien, und teilen Sie sie auf ein paar Lebensmittel auf Ich mache das folgendermaßen Ich habe einen extremen Kalorienverbrauch Ich arbeite sechs Tage pro Woche körperlich Dabei mache ich jeden Tag über 30.000 Schritte Dann gehe ich ins Fitnessstudio, wenn mir danach isst, oder mache ein bisschen Cardio Ich bin im Grunde zwölf Stunden am Tag auf den Beinen, jeden Tag in der Woche Und bei dieser Belastung meines Körpers ist es für mich in Ordnung, drei Mahlzeiten am Tag zu essen Ich esse Frühstück, Mittagessen und Abendessen Ich trinke zwei kleine Proteinschakes oder Aminosäuren Mehr esse ich nicht So ist mein Insulinspiegel über den Tag verteilt schön konstant Ich bin nie hungrig und regeneriere sehr gut Für die meisten Menschen ist es am besten, wenn sie zwei Mahlzeiten am Tag essen und zwei Bindestrich drei Eiweißspitzen zu sich nehmen Damit meine ich, dass sie zwei Mahlzeiten zu sich nehmen sollten, die aus Eiweiß, ein wenig Kohlenhydraten und Fetten bestehen Und wenn sie ihre Leistung maximieren wollen, können sie nur eine Eiweißquelle essen Zum Beispiel Hühnerbrust mit Gemüse-Ech Sehen Sie? Dieses System ist sehr einfach Man muss nicht essen, um einen guten Geschmack im Mund zu haben oder Gewicht zuzulegen, sondern um am Leben und gesund zu bleiben Sie brauchen nicht viel zu essen, um den Muskelaufbau zu maximieren Du brauchst nur zwei Bindestrich drei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und das war's Wenn du dich immer gesund ernährst, wirst du nicht fett und brauchst keine Diät zu machen Du brauchst nicht wie ein Elefant zu essen, um Muskeln zu bekommen Das wird nichts bringen Um Muskeln aufzubauen, bedarf es jahrelanger konsequenter proteinreiche Ernährung und guten Trainings Sie können es nicht irgendwie schneller machen, indem sie einige verrückte Bulls tun Jeder Körper ist anders und hat seine Grenzen Besonders im Natural Bodybuilding Ich, als Natural Bodybuilder, bin froh, wenn ich 0,5 Kilogramm Muskeln pro Jahr zulege Es ist ein sehr langsamer Prozess Probieren Sie es einfach aus und sehen Sie, was für Sie das Beste ist Vierter Teil Wie zunehmen, abnehmen oder wie abnehmen oder zunehmen? Seine grundlegende Thermodynamik zählt nur Was ist Ihr Energieaufwand, wenn Sie verlieren wollen, weniger essen, wenn nicht mehr als das Essen? Jede Diät funktioniert das Gleiche Es ist nur unterschiedliche Methoden Eine andere Geschichte ist, wenn Sie tun, Bodybuilding-Vorbereitung ist es sehr schwierig, Ihren Körper zu bekommen, um alle hart, geschreddert und trocken aussehen Wenn du noch nicht in der Lage bist, die Kalorien im Kopf zu zählen, ohne eine abzubenutzen, hier ist mein bester Tipp Ifim, oder If It Fits Your Macros, ist eine Art von flexibler Diät, die Menschen hilft, Gewicht zu verlieren, ohne sich zu sehr eingeschränkt zu fühlen Anstatt sich auf die Kalorien zu konzentrieren, werden bei Ifim die Makronährstoffe verfolgt, nämlich Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate Dies ermöglicht eine viel größere Flexibilität, da alle Lebensmittel genossen werden können, solange sie in die Makronährstoffe Menge des Tages passen Im folgenden finden Sie die Grundprinzipien der Ifim-Diät, Einzelheiten zu ihrer Durchführung, sowie die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes Was ist die Ifim-Diät? Die Ifim-Diät wurde ursprünglich von dem Fitness-Enthusiasten Anton Nikolova entwickelt, nachdem er von den herkömmlichen Diät-Empfehlungen frustriert war Ifim ist eine neue Art der Ernährung, bei der der Schwerpunkt auf Makronährstoffen und nicht auf Kalorien liegt Makronährstoffe oder Macros sind die vier Arten von Lebensmitteln-Molekülen, die der Körper zur Energiegewinnung abbauen kann Bei Ifim werden drei Arten von Makronährstoffen verfolgt Erster das Protein, das vier Kalorien pro Gramm hat Zweiter Kohlenhydrate, die vier Kalorien pro Gramm haben Dritter Fett, das neun Kalorien pro Gramm hat Alkohol ist der vierte Makronährstoff, der sieben Kalorien pro Gramm hat, aber in der Ifim-Diät nicht enthalten ist Die Einhaltung der Ifim-Diät ist ziemlich einfach und erfordert nur wenige Schritte Erster Berechnung der Makros Mit Hilfe von Berechnungen wird ermittelt, wie viel Gramm Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett Sie täglich benötigen, um Ihr Gewichtsziel zu erreichen Zweiter erfüllen Sie Ihre Makros Sobald Sie Ihre Makros kennen, müssen Sie sie nur noch jeden Tag einhalten Die Nahrungsaufnahme wird nachverfolgt und bei Bedarf angepasst Da alle Lebensmittel erlaubt sind, betrachten viele Menschen diese Diät als willkommene Abwechslung zum strengen Kalorienzählen oder zum Verzicht auf ganze Lebensmittelgruppen Ifim wird in der Regel für Menschen eingesetzt, die abnehmen wollen, kann aber auch für diejenigen modifiziert werden, die zunehmen wollen Zusammenfassung Bei der Ifim-Diät wird die Menge an Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten berechnet, die man täglich zu sich nehmen sollte, um sein Gewichtsziel zu erreichen Die Auswahl der Lebensmittel wird verfolgt und bei Bedarf angepasst, um diese Makros einzuhalten So berechnen Sie Ihre Makros Der erste Schritt bei der Ifim-Diät besteht darin, Ihre Makros zu berechnen Die meisten Menschen verwenden den kostenlosen Makro-Rechner auf der Ifim-Website, aber Sie können sie auch manuell berechnen Der allgemeine Ablauf ist wie folgt Erster berechnen Sie Ihren Grundumsatz Mit standardisierten Gleichungen wird ermittelt, wie viel Energie Ihr Körper im Ruhezustand verbraucht, und zwar auf der Grundlage von Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht Dies wird als Grundumsatz oder BMR bezeichnet Zweiter anpassen an das Aktivitätsniveau Der Grundumsatz wird mit einem Aktivitätsfaktor multipliziert, um die Kalorienmenge entsprechend Ihrem Aktivitätsniveau zu erhöhen Dies wird als täglicher Gesamtenergieverbrauch bezeichnet Dritter anpassen an das angestrebte Gewicht Wenn Sie abnehmen möchten, reduzieren Sie Ihre Kalorienzufuhr um 15-25% Wenn Sie zunehmen wollen, erhöhen Sie die Kalorienzufuhr um 5-15% Vierter bestimmen Sie Ihre Makros Die Proteinzufuhr sollte zwischen 0,7 und 1,0 Gramm pro Pfund Körpergewicht liegen Die Fettzufuhr sollte zwischen 0,25-0,4 Gramm pro Pfund Körpergewicht liegen Alle übrigen Kalorien werden für Kohlenhydrate verwendet Bei der Gewichtsabnahme geht es in erster Linie darum, die Kalorien zu reduzieren Und die Proteinzufuhr zu erhöhen, um die Muskelmasse zu erhalten und gleichzeitig Körperfett zu verlieren Nachdem Sie alle Berechnungen durchgeführt haben, sollte der endgültige EFEM-Plan Ihnen sagen Wie viele Kalorien und wie viele Gramm Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate Sie täglich zu sich nehmen sollten Zusammenfassung mit Hilfe von online oder manuellen Berechnungen wird die angemessene Kalorienzahl ermittelt, die Sie benötigen, um Ihr Gewichtsziel zu erreichen Anschließend wird das ideale Verhältnis der Makronährstoffe auf der Grundlage Ihres aktuellen Körpergewichts und der erlaubten Kalorienmenge ermittelt Wie Sie Ihre Makros einhalten Sobald Sie wissen, wie viel Gramm jedes Makronährstoffen Sie täglich zu sich nehmen sollten, ist es wichtig, Ihre Nahrungsaufnahme zu verfolgen, um festzustellen, ob Sie Ihre Makros einhalten Einige beliebte Websites und Anwendungen für die Nachverfolgung sind MiFitnessPalmai Makros Plus Loseid Chronometer Es wird auch empfohlen, eine Digitalwaage zu kaufen und Ihre Lebensmittel in Gramm abzubiegen, um eine möglichst genaue Berechnung der Makronährstoffe zu erhalten IFUM-Diäten enthalten in der Regel mehr Eiweiß und Fett und weniger Kohlenhydrate Daher ist es hilfreich zu wissen, welche Lebensmittel die größten Mengen der einzelnen Makronährstoffe enthalten Eiweißreiche Lebensmittel tierisches Fleisch, wie Rind, Huhn, Lamm, Schwein und Putemilchprodukte, wie Käse, Milch, Molkenprotein und Joghurt Eierhülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen, Erdnüsse, Erbsen und Sojanüsse Quinoa-Miresfrüchte, wie Fisch und Schalentiere Lebensmittel mit hohem Fettgehalt Avocado-Eigelb fettreicher Fische, wie Lachs, Sardinen und Sardellen Vollfettmilchprodukte, wie Käse, Sahne, Vollmilch und Joghurt Mayonnaise Nüsse und Nussbutter Öle aus Früchten, Nüssen und Samen Olivensamen, wie Chia und Leinsam Kohlenhydratreiche Lebensmittel Brot, Getreide, Nudeln und Teig Warenhülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen, Erdnüsse, Erbsen und Sojagetreide, wie Hafer Weizen, Gerste, Roggen und Reisfrüchte, insbesondere Bananen, Kochbananen, Mangos und Äpfel Pseudogetreide, Pseudogetreide wie Amaranth, Buchweizen, Hirse, Quinoa, Tiff und Wildreis Stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Wintergürbisse und Mais Es ist zwar wichtig, die Makros zu verfolgen, aber Sie brauchen sich nicht zu bemühen, sie jeden Tag genau zu erreichen Solange Sie die einzelnen Makronährstoffe nicht um mehr als 5 Gramm überschreiten oder um mehr als 10 Gramm unterschreiten, sollten Sie trotzdem Ergebnisse erzielen Zusammenfassung Das Abwiegen und Verfolgen Ihrer Lebensmittel wird dringend empfohlen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Makros einhalten Es wird empfohlen, innerhalb von 5 oder 10 Gramm für jeden Makronährstoff zu bleiben, um die besten Ergebnisse zu erzielen Zusätzliche Empfehlungen Obwohl alle Lebensmittel erlaubt sind, ist es einfacher, Ihre Makroziele mit einer Ernährung zu erreichen, die reich an Obst, Gemüse, hochwertigen Proteinen, Nüssen, Samen und Vollkornprodukten ist Die meisten Menschen können ihre Makroziele leicht erreichen, wenn sie 80% ihrer Kalorien aus Vollwertkost zu sich nehmen und täglich 4-6 Portionen Obst und Gemüse zu sich nehmen Sportliche Betätigung wird während der E-Film empfohlen, ist aber nicht erforderlich Das Aktivitätsniveau wird bei der anfänglichen Berechnung der Makros berücksichtigt Fünfter Teil Andere Arten von Diäten Die Keto Diät ist besonders nützlich, um überschüssiges Körperfett zu verlieren, Sie essen mehr als Sie geben, Sie Gewicht verlieren Aber diese Prinzipien können Ihnen helfen, Ihre Diät beizubehalten Eine ketogene Diät oder Keto Diät ist eine kohlenhydratarme, ferdreiche Diät Sie kann bei der Gewichtsabnahme und bei bestimmten Gesundheitszuständen wirksam sein, was in vielen Studien nachgewiesen wurde Die Keto Diät ist besonders nützlich, um überschüssiges Körperfett zu verlieren, ohne zu hungern Und um Typ 2 Diabetes oder das metabolische Syndrom zu verbessern Bei einer Keto Diät reduzieren Sie die Kohlenhydrate, die auch als Kohlenhydrate bezeichnet werden, stark, um Fett als Brennstoff zu verbrennen Die Kohlenhydratzufuhr wird im Grunde auf Null gesetzt, und Kalorien werden nur aus Proteinen und Fetten gewonnen In der Ketose verwendet Ihre Leber Fett, um Ketone zu erzeugen, die Ihr Gehirn als Energiequelle nutzen kann Fett versorgt auch Ihre Muskeln mit Energie Eine Keto Diät schränkt den Verzehr von Kohlenhydraten ein und hat viele potenzielle gesundheitliche Vorteile Wenn Sie viel weniger Kohlenhydrate essen, beginnt Ihr Körper, Fett als Brennstoff zu verbrennen Dies kann Ihren Körper in einen Stoffwechselzustand versetzen, der Ketose genannt wird In diesem Zustand verwandelt die Leber Fett in kleine Energiemoleküle, die sogenannten Ketone, die vom Gehirn und anderen Organen als Energiequelle genutzt werden können und senkt den Insulinspiegel oft drastisch, was den Zugriff auf die Fettspeicher des Körpers erleichtert Viele Studien zeigen, dass man mit der Keto Diät deutlich an Gewicht verliert, ohne Kalorien zählen zu müssen Die Keto Diät kann auch andere positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben, zum Beispiel die Senkung des Blutzuckerspiegels Carb Waves Carb Cycling ist eine sehr effektive Diät, die vor allem von Profisportlern zur Wettkampfvorbereitung eingesetzt wird Wenn Sie es ausprobieren möchten, empfehle ich Ihnen, diesen Artikel zu lesen Intermittierendes Fastendiät für vielbeschäftigte Menschen Auch sehr gesund und vorteilhaft Hier weiter erklärt Das Whole30 Programm Wenn Sie sich Sorgen um Hautkrankheiten, Allergien, Darmstörungen oder Entzündungssymptome im ganzen Körper machen, könnte diese Diät das Richtige für Sie sein Das Konzept von Whole30 besteht darin, sich 30 Tage lang vollwertig zu ernähren und dabei auf verbotene Lebensmittel wie Zucker, Getreide, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Alkohol, MNG, Sulfitte und alle gefälschten Leckereien, die aus zugelassenen Zutaten hergestellt wurden, vollständig zu verzichten 30 Tage lang werden Sie sich auf den Verzehr von Fleisch, Meeresfrüchten, Eiern, viel Gemüse, etwas Obst und reichlich guten Fetten aus Früchten, Ölen, Nüssen und Samen konzentrieren Sie meiden Lebensmittel mit Zutaten, die Sie nicht kennen, und entscheiden sich für Vollwertkost ohne jegliche Zutaten außer den eigenen Vorteilen Sie werden gesunde, nährstoffreiche Lebensmittel essen Und indem Sie den großen Auslöser, den Blick auf die Waage, vermeiden, kann Whole30 auch Ihren Stresspegel senken Nachteile Klingt gut, aber was passiert an Tag 31? Die Macher des Whole30-Programms schlagen vor, nach den ersten 30 Tagen eine Whole30-ähnliche Ernährung zu sich zu nehmen, aber damit zu rechnen, dass sich Zucker, Getreide, Milchprodukte und mehr wieder in Ihre Ernährung einschleichen Unterm Strich Ohne Ihnen zu helfen, nachhaltige Essgewohnheiten zu entwickeln, fällt dieser Ansatz leicht in den großen Eimer der endlosen Variationen des Themas 30 Tage Herausforderung Die Zone Diät Bei dieser Diät geht es darum, Ihren Körper in einen physiologischen Zustand zu versetzen, der Entzündungen verhindert, in die Zone Sie wissen, dass Sie sich in der Zone befinden, wenn Sie bei Bluttests für Triglyceride, das Verhältnis von Arachidonsäure und den Hämoglobin A1c-Wert gute Werte erzielen Wenn Sie in die Zone einsteigen, sind Sie nicht nur in der Lage, Entzündungen zu bekämpfen, sondern auch Mehrwert zu verlieren, Ihre körperliche Leistung und kognitiven Funktionen zu verbessern und Ihr Wohlbefinden zu steigern Die Zone Diät priorisiert die Lebensmittelgruppen in der folgenden Reihenfolge, von der größten bis zur geringsten Bedeutung 1. Früchte 3. Fettarme Proteine 4. Einfach ungesättigte Fette 5. Getreide und Stärke Jede Mahlzeit soll zu einem Drittel aus fettarmen Proteinen, zu zwei Dritteln aus buntem Gemüse und etwas Obst und zu einem Schuss einfach ungesättigter Fette wie Olivenöl, Avocado oder Nüssen bestehen Vorteile Wie Whole30 konzentriert sich die Zone Diät auf nährstoffreiche Lebensmittel und setzt auf gesundes Essverhalten wie Puschenskontrolle, Mäßigung und Essen alle paar Stunden Anders als bei Whole30 sind keine Lebensmittel verboten Nachteile Einige Menschen kritisieren, dass die Zone Diät den Verzicht auf Getreide und Stärke vorschreibt, die als entzündungsfördernd gelten, während sie gleichzeitig den Verzehr anderer Lebensmittel empfiehlt, die manchmal als entzündungsfördernd gelten Unterm Strich Die wenig bis gar nicht verarbeitet wurden Was sie essen können Proteine Eine Paleo-Diät enthält viel mageres und fettes Fleisch aus Graslandwirtschaft, darunter Geflügel, rotes Fleisch, Schweinefleisch, Organfleisch und Eier, sowie Meeresfrüchte und Fisch Ob sie Milchprodukte einschließen, hängt davon ab, wie streng ihre Paleo-Prinzipien sind Kohlenhydrate Diese beschränken sich auf Obst, Gemüse und Knollengewächse Getreide wie Reis und Nudeln sowie Bohnen und Hülsenfrüchte sind ausgeschlossen, da es sich um verarbeitete Lebensmittel handelt Fette Sie können ungesättigte und gesättigte Fette wie Nüsse, Samen, natürliche Öle, Butter und Avocados essen Erdnussbutter ist allerdings nicht erlaubt, da Erdnüsse technisch gesehen zu den Hülsenfrüchten gehören Vorteile Normalerweise sind bei der Paleo-Ernährung keine Snacks erlaubt Aber die Paleo-Ernährung ist so populär geworden, dass es inzwischen Paleo-geprüfte Snacks gibt Darunter Proteinschakes und Riegel, Mahlzeitenersatz, Energieriegel und Chips Nachteile Ein extrem kohlenhydratarmer Ansatz kann hart sein Das Anstrengendste, was sie den ganzen Tag über tun, könnte darin bestehen, 300 Gramm Kohlenhydrate allein aus Obst, Gemüse und Knollenfrüchten zu bekommen Wenn sie zweimal am Tag trainieren oder länger als 90 Minuten trainieren, sollten sie viel Glück damit haben Unterm Strich Viele Menschen haben keine Probleme, sich auf eine Paleo-Diät einzustellen Andere haben große Schwierigkeiten, weil sie Brot und Nudeln weglassen müssen, von Erdnussbutter ganz zu schweigen Übermäßig restriktive Diäten führen oft zu Heißhunger und Heißhungerattacken auf verbotene Lebensmittel Sechster Teil Schlussfolgerung Sie sehen also, dass es gar nicht so schwer ist, sich gesund zu ernähren Es geht nur darum, die richtigen gesunden Lebensmittel auszuwählen und mit den Mengen und der Häufigkeit zu spielen, mit der sie essen Wie ich eingangs sagte, versuche ich, die Dinge so einfach wie möglich zu erklären, damit sie ihr Leben ändern können und sich nicht gestresst fühlen Denn jede restriktive Diät oder das Zählen von Kalorien und das Abwiegen jedes einzelnen Gramms der Nahrung funktioniert auf Dauer nicht Aber natürlich kann es bestimmte Momente geben, in denen du gut aussehen willst und deshalb ein paar Monate opfern musst, um in Form zu kommen Und dann liegt es an dir, welchen Diätansatz du wählst Zum Beispiel, wenn du zu einer Hochzeit, einem Wettkampf oder in den Sommer gehst Aber übertreiben sie es nicht, entwickeln sie keine Essstörungen oder Körperdysmorphen Seien sie einfach normal und ernähren sie sich gesund In einem anderen Buch werde ich spezifische Pläne auflisten, die sie während einer Diät anwenden können Siebter Teil Was sollte ich erreichen, wenn es um das Aussehen meines Körpers und um Diäten geht? Normale Menschen, die keine professionellen Leistungssportler sind, haben es nicht nötig, Gewicht zuzulegen oder abzunehmen Es ist einfach sinnlos Nehmen wir an, sie könnten zusätzliche Gramm Muskeln gewinnen, indem sie sich über Monate hinweg überfressen und 10 Kilogramm Fett zunehmen Was die Leute als Masse bezeichnen, auch wenn sie das alles wieder verlieren würden, wenn sie eine Diät machen würden Aufgrund des Kaloriendefizits, das die Diät darstellt, werden sie ein wenig Muskeln verbrennen Der absolut beste Ansatz für normale Menschen, ob sie nun erfahrene Heber sind oder nicht, ist es, sich auf einen gesunden Körperfettanteil zu ernähren Und im Grunde für immer auf diesem Niveau zu bleiben und die ganze Zeit die gleiche Menge an Kalorien zu sich zu nehmen Oder ein bisschen mehr zu essen, wenn man mehr Training oder Kardio einbaut Ein optimaler Körperfettanteil ermöglicht Ihnen einen optimalen Muskelaufbau, der auch im Alltag funktioniert Sie brauchen keine übermäßige Menge an Kalorien, um Muskeln aufzubauen Sie müssen hart trainieren und genügend Eiweiß zu sich nehmen und abwarten Machen Sie keine plötzlichen Gewichtsabnahmen oder Zunahmen, sondern halten Sie das, was Sie bereits haben Es sei denn, Sie müssen in irgendeiner Sportart einer Gewichtsklasse erreichen Natürlich habe ich zugenommen und abgenommen, aber ich habe meine Lektion gelernt und erkannt, dass es besser ist Das ganze Jahr über auf einem niedrigen Körperfettanteil zu bleiben und nur zum Spaß zu essen und zu trainieren Der absolut optimale Körperfettanteil für Männer liegt zwischen 9 und 12% Alles darüber oder darunter ist nicht optimal für den Muskelaufbau, die Gesundheit oder die Hormonproduktion Lassen Sie Ihr Fett missen, und wenn Sie darüber liegen, nehmen Sie es zuerst ab und halten Sie es dann Oder wenn Sie darunter liegen, nehmen Sie ein wenig Fett zu und halten Sie es dann Die Menschen haben keine Selbstkritik, sodass ich weiß, dass sie wahrscheinlich denken, dass sie wie 0% Bahnhof gerade jetzt, auch wenn sie wie 30 sind In diesem Prozentsatz zu sein, ermöglicht es dir, sehr gut auszusehen und beständige, stetige Fortschritte zu machen Also einfach, wenn sie wie 20, 25, 30 sind nur die Ätes bis zu diesem Niveau Es kann Monate dauern, nur tun es langsam und stetig, sodass sie nicht haben Stress von ihm Die Wahrheit ist, dass man durchaus Muskeln aufbauen kann, während man Fett verbrennt Der Muskelaufbau-Prozess erfordert Stimulus, Protein und Energie Wenn du also im Fitnessstudio trainierst, dich eiweißreich ernährt und etwas Fett an dir hast, wird dein Körper es zum Muskelaufbau nutzen Hier sind einige Beispiele, um zu sehen, wo du stehst Für Frauen ist es am besten, wenn sie zwischen 13 und 18 liegen Wenn sie über oder unter nur gewinnen oder verlieren Gewicht und konzentrieren sich auf den Aufbau von Muskeln dann Teil 8 Warum sehen sie nach einer Diät schlechter aus als vorher? Nun, lassen sie sich nicht vom Aussehen täuschen Sie beginnen, Fett zu verlieren, sobald ihre Glykogenspeicher leer sind Das heißt, sie verlieren Gewicht, weil Glykogen und Wasser verschwinden Normalerweise werden bei einer Diät die Kohlenhydrate, die Wasser und Glykogen speichern, weggelassen, sodass es so aussieht, als wären sie aufgedunsen und weich, und sie verlieren Gewicht Aber keine Sorge, es ist nicht möglich, so schnell so viel Fett zu verlieren Du verlierst dadurch nur Wasser und Glykogen Nach ein oder zwei Wochen Diät siehst du also sehr schlecht aus, weil deine Muskeln leer sind und du immer noch fett bist Mach dir keine Sorgen, wichtig ist nur, wie du zu Beginn der Diät aussahst und wie du danach aussiehst Kapitel 5 Trainieren wie ein Champion Teil 1 Einleitung In diesem Buch werde ich die Grundlagen, die Periodisierung, die Übungen und die richtigen Techniken des Krafttrainings erläutern Verschiedene Arten von Trainingseinheiten Um zu lernen, wie man richtig trainiert und konstante Fortschritte macht, braucht man Jahre Aber man kann beginnen, indem man ein System hat und alle Übungen mit perfekter Technik ausführt In diesem Buch geht es ausschließlich um das Training für Muskel-, Kraft- und Ausdauertraining im Fitnessstudio für Bodybuilder und Fitnesssportler Natürlich gibt es viele verschiedene Arten von Übungen, die ihre Leistung steigern können, wenn sie ein professioneller Läufer oder Radfahrer sind Aber wenn sie im Fitnessstudio richtig trainieren können, werden sie im Grunde die Fähigkeit erlangen, jeden Sport ohne weitere Vorbereitung auszuführen Sehen Sie sich mein Beispiel an Ich bin im Winter den ganzen Marathon unter 5 Stunden gelaufen, ohne jegliche Vorbereitung, einfach weil ich Lust dazu hatte Mit 19 Jahren habe ich 300 Kilogramm in die Knie gezwungen, 310 Kilogramm gestemmt und 180 Kilogramm auf die Bank gelegt Das hatte für mich oberste Priorität und ich beschloss, mein Glück nicht weiter zu strapazieren Als Kind habe ich die Meisterschaft im Kraft-3-Kampf gewonnen Ein anderes Mal wurde ich Zweiter Ich hielt den nationalen Kraftrekord in meiner Gewichtsklasse im Bankdrücken Letzten Sommer habe ich 8 Stunden am Tag in einer Fabrik gearbeitet Das war ein sehr harter körperlicher Job, zu dem ich jeden Tag mit dem Fahrrad kam Dann fuhr ich etwa 35 Kilometer zum Fitnessstudio und zurück, wo ich Ganzkörpertraining machte Ich will mich nicht selbst zur Schau stellen, aber ich sage das nur, um meinen Standpunkt zu beweisen Dass ich weiß, wie man als Sportler effektiv trainiert Meiner Meinung nach kann man seinen Körper zu unglaublichen Leistungen antreiben, wenn man die richtige Einstellung hat Es geht nur darum, es wirklich zu wollen Alle Leistung und Kraft ist in deinem genetischen Code verankert Du musst sie nur durch viele Stunden im Fitnessstudio freisetzen Dein Körper ist zu allem fähig 3 In meinem Familienstammbaum hat buchstäblich niemand jemals auf irgendeinem Niveau Sport getrieben Und doch bin ich Profisportler geworden, einfach weil ich es wollte Bei einem guten und effektiven Training geht es nicht nur darum, Muskeln und Kraft zu entwickeln Es geht darum, die ultimative Maschine zu werden, die das Unmögliche möglich macht Du solltest dich auf jeden Aspekt des Sports konzentrieren Muskeln aufzubauen, schnell zu laufen, hoch zu springen, echt zu schwimmen Es geht nicht nur darum, ein riesiger Muskelberg zu werden, der nichts anderes kann, als Anteln zu heben Wenn sie die in diesem Buch erwähnten Prinzipien befolgen, werden sie in allem besser werden Es geht nicht um 70% Ernährung und 30% Training Bruder, ich will ehrlich sein, das ist alles verdammter Schwachsinn Es sind 90% Training Wenn du alle Nahrungsergänzungsmittel und Proteine zu dir nimmst und nicht weißt, wie man wie ein verdammter Hachure-Mutterfucker trainiert Wirst du nie irgendwelche Ergebnisse erzielen Im Laufe der Jahre habe ich hunderte von Trainingsmethoden von den besten Athleten rund um den Globus ausprobiert Ich weiß also genau, welche Methoden man beim Abnehmen, Kraftmuskelaufbau oder wenn man sich einfach nur besser fühlen und Spaß im Fitnessstudio haben will oder ein Sexy Gott sein will, um mehr vom anderen Geschlecht anzuziehen, anwenden sollte Ich zeige Ihnen, wie Sie den ultimativen, intelligenten, personalisierten Plan erstellen können, der auf Ihren Lebensstil, Ihre Ziele, Ihre Körperzusammensetzung und Ihre aktuelle sportliche Leistung abgestimmt ist Der Plan ist in der Regel auf einen Zeitraum von 3-6 Monaten ausgelegt, je nach Ihren Zielen Teil 2 Grundlegende Dinge über Krafttraining Krafttraining ist eine organisierte Übung, bei der die Muskeln des Körpers mithilfe von Gewichten, dem eigenen Körpergewicht oder anderen Geräten unter Spannung kontrahiert werden, um Wachstum, Stärke, Kraft und Ausdauer zu fördern Krafttraining wird auch als Widerstandstraining und Krafttraining bezeichnet Die Grundlage für den Erfolg des Krafttrainings ist eine Kombination von Faktoren, die manchmal als fit bezeichnet werden Häufigkeit des Trainings, wie oft Intensität des Trainings, wie stark Zeitaufwand, Dauer der Trainingseinheit Art der Übung, welche Übungen Muskeln und Bewegungen ein Verständnis der Muskeln und ihrer Funktionsweise ist für das Krafttraining unerlässlich Es gibt zwei Arten von Muskelkontraktionen Ein isometrische Kontraktionen Der Muskel wird nicht bedient Ein Beispiel hierfür ist das Drücken gegen eine Wand Isotonische Kontraktionen Der Muskel verkürzt sich und verlängert sich Die Verkürzungphase wird als konzentrische Kontraktion bezeichnet, die Verlängerungsphase als exzentrische Kontraktion Ein Beispiel ist der Armbeuger mit Kurzhantel, bei dem sich der Muskel beim Anheben der Handel verkürzt und beim Absinken der Handel verlängert Exzentrische Kontraktionen sind hauptsächlich für den Muskelkater verantwortlich Fünf Gelenkbewegungen Muskelkontraktionen stehen im Zusammenhang mit Gelenkbewegungen Vier wichtige Gelenkbewegungen sind Beugung und Streckung, Abduktion und Adduktion Zwei Bei der Beugung wird der Winkel in einem Gelenk verringert Ein Beispiel ist die Aufwärtsbewegung einer Armbeuge, die den Winkel im Ellbogengelenk verringert Muskelgruppen Die wichtigsten Muskelgruppen des menschlichen Körpers sind die Bauchmuskeln, die Adduktoren, die Rückenmuskeln, die Schultern, die Armstrecker, die Handgelenkstrecker, die Gesäßmuskeln, die Armbeuger, die Handgelenkbeuger, die Schulterblattbefestigt, die Oberschenkelbeuger, die Lendenmuskeln, die Waddenmuskeln, die Brustmuskeln, die Quadrizeps und die Trapezifizisten Bei näherer Betrachtung sind die wichtigsten Muskelgruppen die Arme, die Schultern, die Brust, der Rücken, die Beine, das Gesäß und der Unterleib Es gibt mehrere Möglichkeiten, beim Training alle Hauptmuskelgruppen anzusprechen Erster Sie können eine Reihe von Übungen durchführen, die Ihren gesamten Körper in einer einzigen Sitzung beanspruchen Sechs zweiten Sie können ein Split-Training für die einzelnen Körperteile durchführen, zum Beispiel ein Tag mit Schwerpunkt Oberkörper, ein Tag mit Schwerpunkt Unterkörper, wie es bei traditionellen Bodybuilding-Workouts üblich ist Dritter Sie können sich auf die Hauptübungen konzentrieren, die in der Regel die großen Muskelgruppen ansprechen Wiederholungen, Sätze und RM Sie müssen diese grundlegenden Begriffe kennen, die im Training verwendet werden Eine Wiederholung ist eine Ausführung einer Übung Ein Klimmzug, eine Kniebeuge, ein Armchuhl Ein Satz ist die ausgewählte Anzahl von Wiederholungen, bevor Sie eine Pause machen Sagen wir, 10 Wiederholungen für ein Satz Armbeugen Die Ruhepause ist die Zeit zwischen den Sätzen Das 1RM oder Wiederholungsmaximum ist Ihre persönliche Bestleistung oder das Maximum, das Sie bei einer Übung einmal heben können 12RM ist also das Maximum, das Sie bei 12 Wiederholungen heben können Beispiel Langhantel Armcurl, 40 Pfund 3x12RM, 60 Sekunden Das würde bedeuten, dass Sie 3 Sätze von 12 maximalen Armchuhls mit einem Gewicht von 40 Pfund und 60 Sekunden Pause zwischen den Sätzen machen Woher weißt du also, wie viele Wiederholungen, Sätze und welche Ruhezeit für dich am besten sind? So funktioniert es in groben Zügen Die Feinheiten müssen Sie mit Ihrem Trainer besprechen Beim Krafttraining wird das meiste Gewicht, die geringste Anzahl von Wiederholungen und die längste Ruhezeit verwendet Beim Hypertrophie- oder Muskelaufbautraining werden leichtere Gewichte, mehr Wiederholungen und kürzere Pausenzeiten verwendet 7. Beim Kraftausdauertraining werden wiederum weniger Gewichte, mehr Wiederholungen und noch weniger Pausen verwendet Beim Krafttraining werden leichtere Gewichte und längere Pausen verwendet, wobei der Schwerpunkt auf der Schnelligkeit des Hebens liegt Dies sind die allgemeinen Grundsätze Passen Sie Sätze, Wiederholungen, Pausen und Übungsarten an, um die für Sie beste Kombination zu finden Beispiel So könnte ein Übungsprogramm für das Bankdrücken aussehen, wenn Sie verschiedene Ziele verfolgen und von einer theoretischen persönlichen Bestleistung von 160 kg ausgehen Bankdrücken-1RM gleich 160 kg ersten Kraft 140 kg, 2x5, 180 Sekunden zweiten Hypertrophie 120 kg, 3x10, 60 Sekunden dritten Kraftausdauer 100 kg, 3x15, 45 Sekunden vierten Kraft 90 kg, 3x8, 120 Sekunden hier ist anzumerken, dass beim Krafttraining unbedingt ausreichende Pausen zwischen den schwer belasteten Sätzen eingelegt werden müssen, um optimale Ergebnisse zu erzielen Beim Krafttraining sind ausreichende Ruhepausen ebenfalls wichtig, da jede Übung mit hoher Explosionsgeschwindigkeit ausgeführt werden muss, um den besten Effekt zu erzielen Achten Sie also beim Kraft- und Leistungstraining darauf, dass Sie zwischen den Sätzen die erforderliche Pause einlegen Beim Hypertrophie- und Kraftausdauertraining ist es nicht so wichtig, kürzere Pausen einzulegen, obwohl es ideal ist, wenn Sie es können Geschwindigkeit der Übungsausführung Die Kontraktionsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der eine Übung ausgeführt wird, und auch sie wirkt sich auf die Trainingsergebnisse aus Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Richtlinien für Gewichtstraining-Ziele 8 Kraft 1-2 Sekunden konzentrisch und exzentrisch Hypertrophie 25 Sekunden konzentrisch und exzentrisch Ausdauer 1-2 Sekunden konzentrisch und exzentrisch Kraft Weniger als eine Sekunde konzentrisch 1-2 Sekunden exzentrisch Berechnung des 1RM Laut der US-Amerikanischen National Strength and Conditioning Association Verteilt sich die theoretische Anzahl der Wiederholungen im Verhältnis zu einem Prozentsatz des 1RM Ihrer maximalen Kraft, wie folgt Wobei das Beispiel des Bankdrückens mit 160 kg 1RM verwendet wird 100% des 1RM 160 kg minus 1 Wiederholung 85% des 1RM 136 kg minus 6 Wiederholungen 67% des 1RM 107 kg minus 12 Wiederholungen 65% des 1RM 104 kg minus 15 Wiederholungen 60% des 1RM 96 kg Aufwärmwiederholungen Das bedeutet, dass Sie in der Lage sein sollten 1 Hebung mit Ihrer persönlichen Bestleistung 6 Hebungen mit 85% Ihrer persönlichen Bestleistung und 15 Hebungen mit 65% Ihrer persönlichen Bestleistung auszuführen und mit proportionalen Prozentsätzen für jede Hebung dazwischen und wahrscheinlich darunter Betrachten Sie dies nicht als absolute Referenz, sondern nur als Richtwert und Grundlage für die Auswahl geeigneter Gewichte für Ihr Training Testen Sie Ihr 1RM für Ihre Gewichtstraining Übungen Kraft auf Baukraft, Größe und Ausdauer der Muskeln werden nach dem Belastungsprinzip aufgebaut Dies bedeutet, dass man immer schwerere Gewichte hebt oder das Arbeitsvolumen im Laufe der Zeit erhöht 9 Im Gegensatz zur Vergrößerung der Muskeln wird Kraft durch das Training des neuromuskulären Systems und der Interaktion zwischen Nerven und Muskeln aufgebaut nicht durch die Muskelanatomie, die Größe und die Beschaffenheit der Muskelfasern Schwerere Gewichte mit weniger Wiederholungen und längeren Ruhezeiten werden eingesetzt, um die Kraft zu fördern Generell gilt Größere Muskeln machen Sie stärker, aber wahrscheinlich nicht stärker als jemand, der nur auf Kraft trainiert, wenn alles andere gleich bleibt Beim Krafttraining können Belastungen im Bereich von 3 bis 6mRM verwendet werden, wobei für erfahrene Heber höhere Belastungen von 1 bis 3mRM und eine variable Anzahl von Sätzen je nach Programm möglich sind Leitfahrten für Anfänger zum Krafttraining Aufbau von Muskelmasse beim Hypertrophietraining werden in der Regel mehr Wiederholungen mit einem leichteren Gewicht als beim Krafttraining durchgeführt, oft mit kürzeren Ruhepausen zwischen den Sätzen Dieses Training verbessert die Stoffwechselfaktoren, die zu einer Größenzunahme führen Sie können durch Hypertrophietraining stärker werden, aber Ihre Ziele sollten recht klar sein, wenn Sie an Wettkämpfen im Bodybuilding oder Kraft-3-Kampf interessiert sind Wenn Sie eine Kombination aus Kraft und Hypertrophie anstreben, müssen Sie ein Krafttrainingsprogramm finden, das einen Kompromiss darstellt Ein Weg, wie Muskeln größer werden, ist ein Prozess der Schädigung und Reparatur auf der Mikroebene Kleine Risse, manchmal auch Mikrodraumata genannt, entstehen in Muskelfasern unter Belastung und werden repariert und stärker wieder aufgebaut, wenn sich der Trainer erholt Auf zellulärer Ebene ist es ein bisschen wie ein Schritt zurück und zwei Schritte vor 10. Es herrscht Uneinigkeit darüber, ob Muskeln durch Vergrößerung der Muskelfasern oder durch Abspaltung und Bildung neuer Zellen größer werden Zumindest resultiert die Hypertrophie aus einer Vergrößerung der kontraktilen Einheiten, die Myofibrillen genannt werden, und aus einer Vergrößerung der Flüssigkeit in der Zelle, dem Sarkoplasma Beim Hypertrophietraining werden in der Regel Wiederholungen von 8-12 am mit einer variablen Anzahl von Sätzen, häufig jedoch im Bereich von 2-5, durchgeführt Kraft- und Muskelaufbau Programmaufbau der Muskelausdauer Die Muskelausdauer wird am oberen Ende des Wiederholungsspektrums trainiert Wenn Sie beispielsweise 15-20 Wiederholungen pro Satz ausführen, zielen Sie eher auf die lokale Muskelausdauer als auf Kraft oder Hypertrophie ab Auch bei dieser Art des Muskelausdauertrainings wird im Vergleich zum Nicht-Training ein gewisses Maß an Kraft und Hypertrophie erreicht Und es kann zu größeren Steigerungen der aeroben Kondition führen als Programme mit höherer Intensität Beim Muskelausdauertraining können Wiederholungen im Bereich von 15-20 Wiederholungen mit einer variablen Anzahl von Sätzen verwendet werden, wobei 3 Sätze üblich sind Sie müssen sich jedoch fragen, ob Sie Ihre Zeit nicht besser mit einer Geschicklichkeitsaktivität wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren verbringen sollten Aufbau von Muskelkraftkraft ist die Geschwindigkeit, mit der Arbeit verrichtet wird, also ist Kraft eine Frage der Zeit Wenn Sie das gleiche Gewicht schneller heben können als Ihr Freund, haben Sie mehr Kraft Beim Krafttraining geht es darum, die Geschwindigkeit beim Heben zu erhöhen Das Konzept der Kraft ist nützlich beim Krafttraining für Sportarten wie Fußball, bei denen Kraft, Masse und Geschwindigkeit gefragt sind Beim Krafttraining wird zunächst Kraft aufgebaut und dann zu leichten Lasten mit sehr schneller oder sogar explosiver Kontraktionsgeschwindigkeit übergegangen Das American College of Sports Medicine empfiehlt leichte Lasten von 30-60% des 1RM mit Pausen von 2-3 Minuten zwischen den Sätzen Gewichtstraining, Krafttraining oder Widerstandstraining, wie auch immer Sie es nennen möchten, bildet die Grundlage für Kraft, Stärke, Masse und Muskelausdauer für die folgenden Aktivitäten und Sportarten Bodybuilding, bei dem es um die Formung des Körpers und die Definition der Muskeln geht, insbesondere zu Wettkampfzwecken Hier überwiegen Hypertrophie-Programme Bei sportartspezifischen Programmen werden Übungen eingesetzt, die die Muskelbewegungen der jeweiligen Sportart so weit wie möglich unterstützen und verbessern Ein Beispiel hierfür ist das Training von Schwimmern mit Übungen, die den Zug durch das Wasser simulieren und die Schultern, Arme und Rückenmuskeln ansprechen Kraft- und Ausdauerprogramme sowie Programme für Masse und Kraft sind für bestimmte Sportarten nützlich, aber sehr unterschiedlich und müssen so gestaltet werden, dass sie die für die Sportart erforderlichen Fähigkeiten nicht beeinträchtigen Abnehmen und Fitness umfassen Übungen, die ein umfassendes Trainingsprogramm für den Muskelaufbau und den Abbau von Körperfett darstellen Bodybuilder, die einfach nur am Strand gut aussehen wollen, gehören zu dieser Kategorie Olympisches Gewichtheben ist ein spezieller Gewichthebersport, bei dem nur zwei Übungen verwendet werden, das Stoßen und das Reißen, obwohl es viele Trainingsübungen gibt Jede Übung ist hoch spezialisiert und technisch anspruchsvoll und erfordert viel Training und Übung Beim Kraft-Dreikampf werden nur drei Hebungen durchgeführt Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben Auch hier sind Kraft- und Technikprogramme die Grundlage des Kraft-Dreikampfs 12 Kraft-Training-Häufigkeit und Übertraining, wie oft und wie viel sie trainieren, hängt von ihren Zielen, ihrer Erfahrung, ihrem Alter, ihrem Gesundheitszustand, ihrer Fitness und anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Verfügbarkeit von Geräten und der verfügbaren Zeit für das Training Ein Trainer oder Coach sollte all diese Faktoren berücksichtigen und einen Plan entwerfen, der auf ihre Umstände und Ziele abgestimmt ist Beim Kraft-Training geht es um das Gleichgewicht zwischen Stimulation der Muskeln und des Nervensystems, Anpassung und Erholung Wenn Sie zu schnell zu viel Intensität, Volumen und Häufigkeit trainieren, kann das Übertrainingssyndrom Ihre Fortschritte zunichte machen Hier sind einige Anzeichen für Übertraining Anhaltende Müdigkeit, schlechte Leistung, virale und bakterielle Infektionen Unbeabsichtigter Gewichtsverlust Regelmäßige Verletzungen des Bewegungsapparats Ausbleiben oder Unregelmäßigkeit der Periode Hormonelles Ungleichgewicht Verlust der Knochendichte Schlechte Schlaf- und Ernährungsgewohnheiten Dreimal pro Woche zu trainieren ist für Anfänger ein guter Weg, um optimale Fortschritte zu erzielen, obwohl zweimal pro 7-Tage-Woche für manche Menschen besser geeignet ist Eine übliche Empfehlung für Anfänger lautet, mindestens 48 Stunden zwischen den einzelnen Krafttrainings-Einheiten einzuplanen, damit Sie sich erholen können Für erfahrene und professionelle Trainer ist es nicht ungewöhnlich, 6 Tage pro Woche zu trainieren, obwohl das Split-System, Training verschiedener Muskelgruppen an verschiedenen Tagen oft praktiziert wird Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie in Schwierigkeiten geraten, sollten Sie sich zurückhalten und einen guten Rat einholen 13 Arten von Übungen Es gibt hunderte von Übungen, die viele Muskeln und Muskelgruppen ansprechen, und die Auswahl kann für den durchschnittlichen Anfänger mehr als nur ein wenig verwirrend sein Es gibt Übungsvarianten mit freien Gewichten, Maschinen, Gestellen und Rahmen, reine Körperübungen, Bänder, Bälle und mehr Die Art der Übung kann also nach Gerätetyp, Muskelziel oder sogar Fitnessziel klassifiziert werden, z.B. Aerobic oder Krafttraining, Laufband- oder Lad-Pulldown-Maschine Zusammengesetzte Übungen Verbundübungen sind Übungen, die mehr als ein Gelenk und oft mehrere große Muskelgruppen beanspruchen Beispiele Kniebeuge, Kreuzheben, Kabelzug im Sitzen, Platz ziehen Isolationsübungen Bei einer Isolationsübung wird nur ein Gelenk beansprucht und in der Regel eine isolierte Muskelgruppe angesprochen Beispiele sind der Kurzhantel-Armchuhl für den Bizeps und die Beinstrickmaschine für den Quadrizeps Welche Übungen sollte ich machen? Das hängt davon ab, welche Ziele Sie verfolgen, welche Geräte und Einrichtungen Ihnen zur Verfügung stehen, von Ihrem Alter, Ihrer Kraft, Ihrem Gewicht, Ihrer Erfahrung und Ihrem Engagement Nehmen wir an, Sie möchten Kraft und Muskelmasse aufbauen Es herrscht allgemeines Einvernehmen darüber, dass die, großen drei, Kraft-3-Kampfhebungen, Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben, die wichtigsten Hebungen für den Aufbau von Masse und Kraft sind Sie sind technisch anspruchsvoll und vielleicht sogar gefährlich, wenn man sie mit freien Gewichten nahe an der Grenze der Belastungsgrenze ausführt, weshalb Anleitung und ein Spotter unerlässlich sind Dennoch können Sie mit leichten Gewichten beginnen, bis Sie den Dreh raushaben und sich dann steigern 14. Wenn Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Körperzusammensetzung und Kraft anstreben, müssen Sie zu den drei Hauptübungen zusätzliche Übungen für den Rücken, den Bauch und die Schultern sowie ein spezielles Training für die Vorderseite der Arme hinzufügen Dieses grundlegende Kraft- und Muskelaufbauprogramm gibt Ihnen eine Reihe von Übungsvorschlägen Die meisten Fitnessstudios verfügen über eine Reihe von Geräten zur Durchführung dieser Übungen Im Bodybuilding, wo die Definition selbst des kleinsten Muskels wichtig sein kann, wird in der Regel eine breitere Palette von Isolationsübungen durchgeführt Olympisches Gewichtheben erfordert ein spezielles Kraft- und Techniktraining Gewichttrainingsprogramme Ein Trainingsprogramm ist ein Plan für die Häufigkeit, die Intensität, den Umfang und die Art der Übungen, sei es für das Krafttraining oder ein anderes Fitnesstraining Beim Krafttraining werden verschiedene Methoden und Techniken eingesetzt Hier sind die Variablen, die in jedem Krafttrainingsprogramm angepasst werden können Es sind nahezu unbegrenzte Kombinationen möglich, von denen die meisten in gewissem Umfang funktionell, aber nicht unbedingt optimal sind Auswahl der Übung Gewicht oder Widerstand Anzahl der Wiederholungen Anzahl der Sätze Bewegungsgeschwindigkeit Intervall zwischen den Sätzen Intervall zwischen den Sitzungen Intervall zwischen den Periodisierung Zyklen Hier sind einige wichtige Anwendungen und Techniken im Krafttraining und Bodybuilding-Programm 15 Ganzkörpertraining Training aller wichtigen Muskelgruppen in einer Sitzung Sie wählen eine Reihe von Hebungen aus, vielleicht bis zu 10, um sicherzustellen, dass alle Hauptmuskelgruppen auf einem bestimmten Niveau trainiert werden Splitsystem Abwechslende Einheiten für die Hauptmuskelgruppen Trainieren Sie zum Beispiel in einer Sitzung Arme, Schultern und Rücken und in der nächsten Sitzung Beine, Gesäß und Bauchmuskeln Periodisierung könnte man als fortschreitende oder zyklische Trainingsphasen über einen bestimmten Zeitraum beschreiben, um zu einem bestimmten Zeitpunkt Ergebnisse zu erzielen Ein Beispiel dafür ist die Aufteilung eines Jahresprogramms in verschiedene Trainingsmodalitäten mit unterschiedlichen aufeinanderfolgenden Zielen Dies ist bei sportartspezifischen Programmen und bei Wettkampfformen im Gewichtheben üblich Zum Beispiel Wartung außerhalb der Saison, Krafttraining vor der Saison, Hypertrophie und Krafttraining zu Beginn der Saison, Wartung in der aktiven Saison, Erholung nach der Saison Supersätze Supersätze sind Übungen, bei denen zwei entgegengesetzte Muskelgruppen kurz hintereinander trainiert werden, um das Muskelwachstum zu stimulieren und die beiden Gruppen abwechselnd zu erholen Beinsträger und Beinbeuger für Quadrizeps und Kniesinnen sind ein Beispiel dafür Zusammengesetzte Sätze Anstatt verschiedene Muskelgruppen abwechselnd zu trainieren, werden bei zusammengesetzten Sätzen verschiedene Übungen oder Geräte für dieselbe Muskelgruppe verwendet Ein Beispiel dafür ist der Trizeps-Kickback, der mit einem Trizeps-Drücker kombiniert wird Die Idee ist, den Muskel so weit zu drücken, dass er zusätzliche motorische Einheiten rekrutiert Pyramide Diese Art von Programm umfasst Sätze, die von leichteren zu schweren Gewichten derselben Übung führen, oder sogar umgekehrt, je nach Programm von schwer zu leicht Die Anzahl der Sätze ist festgelegt Beispiel Kurz-Hantel-Curl 20 Kg x 10 Wiederholungen 30 kg x 8 Wiederholungen 40 kg x 6 Wiederholungen 16 Dropsets sind wie eine umgekehrte Pyramide und es gibt viele Varianten In einem Beispiel heben Sie bis zum Versagen, unabhängig von der Anzahl der Wiederholungen im zweiten und dritten Satz Beginnen Sie mit einem schweren Gewicht und führen Sie eine berechnete Anzahl von Wiederholungen aus Reduzieren Sie das Gewicht um zum Beispiel 20% Führen Sie den nächsten Satz bis zum Versagen aus Reduzieren Sie dann wieder und gehen Sie erneut bis zum Versagen, mit kleinen Pausen Dies ist ein Training mit sehr hoher Intensität Ein Beispiel ist der Kurz-Hantel-Curl wie folgt 40 kg x 8 Wiederholungen 30 kg x Versagen 20 kg x Versagen Super-Slow Super-Slow umfasst die Idee der langsamen und gemessenen konzentrischen und exzentrischen Kontraktionen Die damit verbundenen Vorteile werden von vielen angezweifelt Super-Slow-Anhänger empfehlen mehr oder weniger 10 Sekunden für jede Phase des Hebens Exzentrisches Training Hierbei wird die Rückhol- oder Absenkbewegung eines Hebevorgangs betont, mit der Begründung, dass dies zu einer besseren Hypertrophie führt, da der Muskel stärker geschädigt und die Fasern stärker rekrutiert werden Arm-Shorts sind ein gutes Beispiel In der Regel benötigen Sie Unterstützung, um den konzentrischen oder hebenden Teil zu bewältigen Sportartspezifische Programme zielen darauf ab, die Leistung in bestimmten Sportarten zu verbessern, indem die für diese Sportarten spezifische Muskel-Fitness gestärkt wird, insbesondere durch periodisches Krafttraining Dritter Teil Periodisierung des Jahres im Leben eines Bodybuilders Ich schlage vor, dass Sie den gesamten Prozess des jährlichen Trainings der Bodybuilder durchlaufen Sie werden jedes verfügbare Trainingsprinzip und Training ausprobieren, das es gibt Wenn Sie das Durchlaufen haben, können Sie je nach Zeit und Gefühl trainieren Das grundlegendste Prinzip, um das ganze Jahr über auf Kurs zu bleiben, besteht darin, einen Körperteil pro Woche mindestens einmal zu trainieren Dies kann auf verschiedene Weise geschehen Vielleicht haben Sie Zeit, einmal pro Woche für 6 Stunden ins Fitnessstudio zu gehen und ein Ganzkörpertraining zu absolvieren Vielleicht müssen Sie auch nur 2, 3, 5 Mal für 30 Minuten hingehen Das spielt keine Rolle, Sie müssen entscheiden, was für Sie am besten funktioniert Aber um eine Wahl treffen zu können, müssen Sie Erfahrung haben und verstehen, wie die Trainingseinheiten eingeteilt sind Damit Sie eine wählen können, die zu Ihren aktuellen Zielen passt Ich nehme die Bodybuilding-Vorbereitung als Beispiel, weil sie die Spitze dessen ist, was ein Mensch in diesem Eisenspiel erreichen kann Normalerweise sieht es also so aus 1. Dauer der Festigkeitsentwicklung 2-3 Monate 2. Kraft- und Hypertrophiephase 2-3 Monate 3. Dauer der Hypertrophie 2-3 Monate 4. Leichte Aufrechterhaltung des Splits Zu Beginn der Diät 5. Härterer Split, um maximalen Fettabbau und Muskeldefinition zu gewährleisten 6. Reine Wettbewerbsvorbereitung 1-2 Monate 7. Superausgleichsroutine 1-2 Wochen vor der Show 1. Kraftentwicklungsphase Dies ist die Phase, in der ein Bodybuilder trainiert, um maximale Kraftzuwächse zu erzielen, die er für den Rest der Vorbereitung beibehalten will In dieser Zeit nimmt er viele Kalorien zu sich und achtet auf eine maximale Regeneration Bei jedem Training wird versucht, bei grundlegenden Handelübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken ein wenig Gewicht hinzuzufügen In dieser Zeit arbeitet man am besten mit einem dieser Workout-Programme Ich schlage vor, sie tun 5x5 und nicht immer tun, Cardio, weil dieses Training nicht verbrennen eine Menge Kalorien Kitzen 12 Wochen Prowehrlifting Peaking-Programm Soons-Programme Jim Wendler 5-3-1-Programme Calgary Barbell 16-1-8-Wochen-Programme Scheiko-Programme Candito 6-Wochen-Programm Juggernaut Misset Base Template Dragnuch Colz 28-Programms Beginner Prowehrlifting-Programme Intermediate Prowehrlifting-Programme Macho 5x5-Programm Sie können im Grunde, genommen jede dieser Optionen wählen, und es wird einfach großartig funktionieren Das Hauptziel ist es, so viel Kraft wie möglich zu gewinnen Am besten ist es, ein Programm zu wählen, bei dem Sie drei Tage pro Woche trainieren, damit Sie im nächsten Schritt einen weiteren Trainingstag hinzufügen können 2. Kraft- und Hypertrophie-Phase Hier sollten Sie ein Programm wählen, bei dem Sie zweimal pro Woche Körperteile trainieren und dabei versuchen, noch ein wenig stärker zu werden Sie sollten viermal pro Woche trainieren Sie können zum Beispiel diese Aufteilung wählen 19-Montag Ganzkörper-Dienstag Freimittwoch Freidonnerstag Rücken, Schultern, Bauchmuskeln Freitag Beine, Waden, Samstag Brust, Trizeps Sonntag oder Montag Oberkörper-Dienstag Unterkörper-Mittwoch Auf Donnerstag Auf Freitag Oberkörper-Samstag Unterkörper-Sonntag Aus bei mir funktionieren die Workouts am besten, bei denen ich eine hohe Frequenz an Körperteilen trainiere, also etwa drei Bindestrich viermal pro Woche, sodass ich immer nur Ganzkörpertrainings mache Welche Übungen, Wiederholungen und Sätze du wählst, bleibt dir überlassen Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die richtige Technik für jede Übung verwenden Wenn Sie zum Beispiel nicht wissen, wie man eine Übung richtig ausführt, schauen Sie einfach auf YouTube nach, dort gibt es viele Anleitungen, wie man jede Übung trainiert Es ist nicht nötig, für einen persönlichen Trainer zu bezahlen Wenn Sie speziell wissen wollen, welche Übung, wie viele Sätze und Wiederholungen zu tun, müssen Sie mich für eins on eins bezahlen, da dies sehr individuell ist Dritter reine Hypertrophie Hier ist es am besten, Körperteile zweimal pro Woche zu trainieren Sie können die Aufteilung 3 plus 1 oder 6 plus 1 verwenden Sie können den ganzen Körper in drei Tagen trainieren und dann einen Tag Pause machen oder, wenn Sie es nicht brauchen, einfach von vorne anfangen Sie können so vorgehen Diese Programme wurden von professionellen Bodybuildern entwickelt, also empfehle ich dir, sie durchzulesen und das auszuwählen, was für dich am besten ist 1. Aussi LTD 2. RC 26 Dritten Stein Kalte Wahrheit 4 Tunit Aussi LTD mit der richtigen Ernährung, Ruhe und Nahrungsergänzung ist es möglich, sich ausreichend zu erholen, sodass Sie jeden Muskel zweimal pro Woche trainieren können Das zweimalige Training von Muskelgruppen pro Woche kann die Ergebnisse eines konventionellen Trainings an einem Tag pro Woche erreichen oder sogar übertreffen Es kommt nur darauf an, wie Sie das zweimalige Training pro Woche in Ihre Routine einbauen, damit es funktioniert In diesem Artikel gehe ich auf die Faktoren ein, die ein zweimaliges wöchentliches Training zu einem Erfolg machen, wie Z B Die Trainingshäufigkeit, das Trainingsvolumen und verschiedene Beispielprogramme, die Sie nach Ihrem eigenen Geschmack gestalten können Bitte lesen Sie weiter Workout Welches ist das beste Workout für das Training von Körperteilen zweimal pro Woche? 21 Hardcore 6 Tage Routine für Masse Split Push-Pull-Dex-Frequenz 6 Tage pro Woche Volumen Moderat-Trainingsdauer 45 Binde-60 Minuten Montag Brustdehnübungen Trizeps-Training A Schräges Kurzhantel drücken Minus 2 Sätze 6 Binde-8 Wiederholungen Dips Minus 2 Sätze 6 Binde-8 Wiederholungen Maschinelles Bank drücken Minus 2 Sätze 6 Binde-8 Wiederholungen Kurzhantel fliegen Minus 2 Sätze 6 Binde-8 Wiederholungen Sitzende Überkopfpresse Minus 2 Sätze 6 Binde-8 Wiederholungen Trizeps drücken Minus 2 Sätze 6 Binde-8 Wiederholungen Aufrechte Reihen an der SMIP-Maschine Minus 2 Sätze 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Einarmige Kurzhantelüberkopfstrecker minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Seitliche Kurzhantellaterals minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Dienstag Beine Workout A Artk Kniebeugen minus 3 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Kreuzheben minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Beinstricker minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Beinkurz im Liegen minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Smith Machine Lunge minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Maschinelle Wadenheben minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen 22 Wadenheben im Sitzen minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Wadenheben im Sitzen minus 1 Satz, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Mittwoch. Rückenbizeps vor der Arme Workout A. Kreuzheben minus 2 Sätze, 4 Binde Strich 8 Wiederholungen, schräge Kurzhantel rein minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Latz ziehen minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Kabel rein im Sitzen minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Hyper-Extensions minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen EZ-Barkurz minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Neigung Schulz minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Kurzhantel Preacher Cools minus 2 Sätze, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Kurzhantel Handgelenk Schulz minus 1 Satz, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Kurzhantel Handgelenkstrecker minus 1 Satz, 6 Binde Strich 8 Wiederholungen Donnerstag. Off Split wiederholt sich am nächsten Tag mit Workout B-Apostroph S. Freitag. Brustdellen Trizeps Workout B. Schräges Smith Machine Press minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Kurzhantel Pullover minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Flache Kurzhantelpresse minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Kabel Crossover minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Langhantel Überkopfpresse im Sitzen minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen EZ-Barkurz Trizeps Tracker liegen minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen hintere Delta Reihen mit Kabelzug im Sitzen minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen 23 zweiarmige Kabelzüge mit umgekehrten Griffen minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen seitliche Kabelzüge minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Samstag. Beine. Workout B. Kniebeugen mit der Langhantel minus 3 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Deadlifts mit steifen Beinen minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Einbeinige Extensions minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Beinkurz im Sitzen minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Split Squat minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Wadenheben mit dem Esel minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Wadenheben mit der Hackmaschine minus 2 Sätze, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Wadenheben im Sitzen minus 1 Satz, 10 Binde Strich 12 Wiederholungen Sonntag. Rückenbizeps vor der Arme Workout B. Kreuzheben minus zwei Sätze, acht Bindestrich zehn Wiederholungen. Maschinenreihen minus zwei Sätze, zehn Bindestrich zwölf Wiederholungen Klimmzüge mit breitem Griff minus zwei Sätze, acht Wiederholungen einarmige Reihen minus zwei Sätze, zehn Bindestrich zwölf Wiederholungen Rumpfheben im Liegen minus zwei Sätze, zwölf Bindestrich 15 Wiederholungen Kurzhantel Schulz im Sitzen minus zwei Sätze, zwölf Bindestrich 15 Wiederholungen Konzentration Schulz minus zwei Sätze, zwölf Bindestrich 15 Wiederholungen einarmige Kabel Schulz minus zwei Sätze, zwölf Bindestrich 15 Wiederholungen Kabel Handgelenk Schulz minus einsatz, zwölf Bindestrich 15 Wiederholungen Handgelenkstrecker minus einsatz, zwölfhundertfünfzehn Wiederholungen 24 Anmerkungen zum Programm. Dies ist ein großartiges Programm für fortgeschrittene Heber oder diejenigen, die bereits Erfahrung mit dem Training von Körperteilen zweimal pro Woche haben. Ich habe dieses Programm mit großartigen Ergebnissen verwendet. Es ist ein drei Tage Split, der zweimal pro Woche durchgeführt werden sollte, mit einem Tag Pause zwischen den Trainingseinheiten A und B. In beiden Trainingseinheiten werden die Muskeln mit unterschiedlichen Bewegungen beansprucht und die Wiederholungen ändern sich von den üblichen sechs Bindestrich acht Wiederholungen auf zehn Bindestrich zwölf Wiederholungen im zweiten Split. Die Tage mit den höheren Wiederholungen sollten nicht als Ruhepause betrachtet werden. Sie werden schöne Muskeln formen, wenn die Sätze bis zum Versagen oder nahe daran ausgeführt werden. Die Sätze pro Training liegen zwischen 16 und 18, um über Training zu vermeiden, und die Übungen sind so angeordnet, dass sie nicht ermüden. Training an vier Tagen pro Woche. Aufteilung. Oberkörper-Unterkörperhäufigkeit. Vier Tage pro Woche. Umfang. Mäßig Hochtrainingsdauer. 60-75 Minuten Montag. Oberkörper-Workout A. Kreuzheben minus drei Sätze, 6-10-Wiederholungen schräges Kurzhanteldrücken minus drei Sätze, 6-10-Wiederholungen gebogene Langhantelreihen minus drei Sätze, 6-10-Wiederholungen schräges Zahmerdrücken minus drei Sätze, 6-10-Wiederholungen EZ-Barkurz minus drei Sätze, 6-10-Wiederholungen über Kopfhantelpresse minus drei Sätze, 6-10-Wiederholungen Bankdrücken mit engem Griff minus vier Sätze, 6-10-Wiederholungen seitliches Heben minus zwei Sätze, 6-10-Wiederholungen Kurzhantelschrucks minus zwei Sätze, 6-10-Wiederholungen 25 Dienstag. Beine-Workout A. Arc. Squats minus drei Sätze, 8-10-Wiederholungen-Semis-Stiffleget-Dead-Lifts minus drei Sätze, 8-10-Wiederholungen-Leg-Extensions minus drei Sätze, 10-12-Wiederholungen-Lying-Leg-Quels minus drei Sätze, 10-12-Wiederholungen-Smith-Machine-Blonges minus drei Sätze, 10-12-Wiederholungen-Machine-Cave-Phrases minus 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, Seated Kev Races, 10-12 Wiederholungen, Donnerstag, Oberkörper Workout B, Kreuzheben, 6-10 Wiederholungen, Schräge Langhantelpresse, 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, Kabelreihen im Sitzen, 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, Abwärtsgerichtete Kurzhantelpresse, 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, Abwechslende Kurzhantelchurz, 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, Smith Machine sitzende Überkopfpresse, 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, EZ-Beiliegende Trizepsverlängerungen, 4 Sätze, 6-10 Wiederholungen, Seitliches Heben mit gebogenem Kabel, 2 Sätze, 6-10 Wiederholungen, hinter dem Rücken liegende Langhantelschrucks, 2 Sätze, 6-10 Wiederholungen, Samstag, Weiner Workout B, Smith Machine Squats, 3 Sätze, 8-10 Wiederholungen, Semi-Stiffleged Deadlifts, 3 Sätze, 8-10 Wiederholungen, One Leg Extensions, 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, Seated Leg Quarts, 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, Dumbbell Step Ups, minus 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, 26 Donkey Care Phrases, minus 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, Hack Machine Care Phrases, minus 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, Programmhinweise, Anfängern empfehle, ich dieses Programm, bevor sie zu dem fortgeschritteneren 6-Tage-Split übergehen. Aber auch fortgeschrittene Trainer können davon profitieren, wenn sie das einfachere 4-Tage-Format bevorzugen. Der Wiederholungsbereich liegt bei 6-8 für den Oberkörper und etwas höher für die Beine. Das Gesamtvolumen ist höher, da sie nur an 4 Tagen trainieren. Einfaches Training. Für diejenigen, die ihr Training einfach halten möchten. Die meisten Menschen halten ihr Training gerne einfach, oder wie man sagt, sie halten sich gerne an die Grundlagen. Dieses Programm ist ideal für diejenigen, die die Komplexität der oben genannten Routine nicht mögen. Aufteilung. Oberkörper-Unterkörperhäufigkeit. 4 Tage pro Woche. Umfang. Mäßig Hochtrainingsdauer. 60-75 Minuten Montag. Oberkörper. Kreuzheben minus 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, schräges Kurzhandel drücken 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, gebogene Langhandelreihen minus 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, schräges Hammer drücken minus 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, ez-Bar kurz minus 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, Überkopfhandelpresse minus 3 Sätze, 6-10 Wiederholungen, Bankdrücken mit engem Griff minus 4 Sätze, 6-10 Wiederholungen, seitliches Heben minus 2 Sätze, 6-10 Wiederholungen, Kurzhantelschrucks minus 2 Sätze, 6-10 Wiederholungen, 27 Dienstag. Beine. Absquats minus 3 Sätze, 8-10 Wiederholungen, semistifleged deadlifts minus 3 Sätze, 8-10 Wiederholungen, leg extensions minus 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, lying leg colds minus 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, smith machine lunges minus 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, machine calf raises minus 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen, seated calf raises minus 3 Sätze, 10-12 Wiederholungen Donnerstag, Wiederholung des Montagstrainings Samstag, Wiederholung des Dienstags Workouts Anmerkungen zum Programm. Dieses Workout hat eine einfache Struktur mit nur 2 Trainingseinheiten, die beide 2 Mal pro Woche durchgeführt werden. Der Schwerpunkt liegt auf schweren Freihanteln mit einem niedrigen Wiederholungsbereich und ist daher eine gute Option für den schnellen Masseaufbau. Die Sätze sind moderat und der Wiederholungsbereich ist mit 6-10 angegeben. Dies liegt innerhalb des Hypertrophie-Bereichs. Finden Sie einen Wiederholungsbereich zwischen 6 und 10, der für Sie geeignet ist, oder machen Sie es wie ich und wechseln Sie die Wiederholung zwischen den Trainingseinheiten ab. Die Tage, an denen Sie trainieren, können geändert werden, aber stellen Sie sicher, dass Sie sich mindestens 2 Tage lang vollständig erholen, bevor Sie dieselbe Körperart erneut trainieren. Trainingssitzungen Wenn Sie jede Muskelgruppe 2 Mal pro Woche trainieren, wie viele Krafttrainings-Einheiten sollten Sie pro Woche absolvieren? Wie viele Trainingseinheiten Sie pro Woche absolvieren, hängt von Ihrem Körperteil-Split ab. Diejenigen, die einen 2-Tage-Split verwenden, z.B. Oberkörper-Unterkörper, trainieren 4 Tage pro Woche, um die Körperteile 2 Mal zu trainieren. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die einen 3-Tage-Split trainieren und alle Muskeln innerhalb von 6 Tagen 2 Mal trainieren. 28 Unabhängig davon, ob Sie sich für einen Oberkörper-Unterkörper-Split oder ein Push-Pull-System entscheiden, sind sowohl 2-Tage-Split als auch 3-Tage-Split die besten Optionen für Sie. Diejenigen, die 4 Tage pro Woche trainieren, haben mehr Pausen am Stück und brauchen Ruhe, aber diejenigen, die 6 Tage trainieren, können die Körperteile besser aufteilen und jedem ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken. Unabhängig davon, wie viele Tage Sie trainieren, sollten Sie zwischen den Trainingseinheiten 2 Tage völlige Ruhe anstreben, um den Erholungs- und Nachwuchsprozess nicht zu stören. Aus diesem Grund sollten 2-Tages-Splits nicht an 6 Tagen pro Woche durchgeführt werden. Es ist nicht so sehr die Anzahl der Einheiten pro Woche, die ein Problem darstellen kann, sondern die allgemeine Trainingshäufigkeit. Viele Menschen machen den Fehler, das Gesamtvolumen für jede Muskelgruppe so hoch zu halten, wie es früher war, als sie einmal pro Woche trainierten, einfach weil sie sich daran gewöhnt haben. An diesem Punkt fangen Sie wahrscheinlich an zu übertrainieren, und Sie werden eher kontraproduktive als positive Ergebnisse feststellen. Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie unabhängig davon, wo die einzelnen Muskelgruppen in Ihrem Trainingssplitt liegen, für jede Muskelgruppe nur die Hälfte des Volumens pro Training aufwenden, als wenn Sie einmal pro Woche trainieren würden. Wer 4 Tage pro Woche trainiert, kann sich aus gesundem Menschenverstand heraus erlauben, mehr Volumen pro Training zu verwenden, während diejenigen, die 6 Tage pro Woche trainieren, vorsichtiger sein müssen. Wenn Sie Körperteile an 2 Tagen pro Woche trainieren, sollte Ihr Gesamttraining eigentlich gleich bleiben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie jeden Körperteil zweimal pro Woche trainieren. 29 insgesamt sollten Sie daran denken, dass es nicht Ihr Ziel ist, die wöchentliche Trainingsmenge zu erhöhen, sondern jeden Muskel häufiger zu trainieren und die damit verbundenen Vorteile zu erleben. Wechselnde Workouts. Wenn Sie dafür sind, mehrere Übungen pro Muskelgruppe zu machen, um Sie von allen Seiten zu beanspruchen, ist es eine gute Idee, zwei verschiedene Trainingseinheiten für jede Muskelgruppe abzuwechseln. Wenn Sie zweimal pro Woche trainieren, bleibt Ihnen nur die Hälfte der Übungen pro Körperteil. Wenn Sie abwechselnd zwei verschiedene Trainingseinheiten pro Woche absolvieren, trainieren Sie genauso abwechslungsreich wie bei einem Trainingstag pro Woche und haben den zusätzlichen Vorteil, dass die Muskelfasern häufiger stimuliert werden. Außerdem können Sie auf diese Weise jede Woche einen anderen Muskelkopf ansprechen, sodass Sie gewissermaßen die ganze Woche Zeit haben, sich zu erholen. Wenn Sie ein solches Training erstellen, gehen Sie davon aus, dass Sie jeden Muskel einmal pro Woche trainieren und teilen Sie die Übungen dann einfach auf zwei Trainingseinheiten auf. Das macht es sehr viel einfacher. Besser oder schlimmer? Wie schneidet das zweimalige Training jeder Muskelgruppe pro Woche im Vergleich zum einmaligen Training jeder Muskelgruppe pro Woche ab? Besser oder schlechter? Und warum? Wenn Sie auf Ihre Ernährung und Ihren Schlaf achten, ist ein zweimaliges Training jeder Muskelgruppe pro Woche aus Sicht des Muskelwachstums weitaus besser. Die Vorteile einer höheren Stimulationsfrequenz sind unbestreitbar. Da Sie zweimal pro Woche trainieren, findet der Prozess des Abbaus und Neuaufbaus zweimal statt, nicht nur einmal pro Woche. Jeder Muskel wird unmittelbar nach seiner Erholung stimuliert, d. h. Sie verschwenden keine Zeit, bevor Sie sich wieder an die Arbeit machen. 30 wird hingegen einmal pro Woche trainiert, verbleiben dem Trainer 2-3 Tage, an denen die Muskeln inaktiv sind. Diese Zeit der Inaktivität könnte genutzt werden, um den Muskel zu trainieren und den gesamten Wachstumsprozess zu beschleunigen. Es hat aber auch Vorteile, nur einmal pro Woche zu trainieren. Erstens schenken Sie jeder Muskelgruppe mehr Aufmerksamkeit. Normalerweise trainiert man Muskelgruppen allein oder nur mit einem anderen, kleineren Muskel, sodass man sich besser auf jeden Muskel konzentrieren kann. Auf diese Weise lernt man, jeden Muskel einzeln zu behandeln, anstatt den Körper als Ganzes zu betrachten, was dazu beiträgt, Muskeln zu isolieren und eine Verbindung zwischen Muskel und Geist herzustellen. Ein Tag pro Woche hat auch den Vorteil, dass Sie mehr Abwechslung in Ihre Routine bringen können. Sie müssen sich keine Gedanken über die Begrenzung des Volumens pro Muskelgruppe machen, um ein Übertraining zu vermeiden, was Ihnen mehr Freiheit bei der Auswahl Ihrer Übungen gibt. Wenn Sie zweimal pro Woche ein Muskeltraining absolvieren, kann es außerdem vorkommen, dass sich Ihr Ziehmuskel vor dem nächsten Training vollständig erholt hat, Ihr Trizeps aber immer noch vom Training schmerzt. Um dem entgegenzuwirken, können Sie ein paar Dinge tun. Erstens ist es ratsam, den Push-Pull-Plex-Split zu befolgen, bei dem alle Ihre relativen Muskelgruppen zusammenarbeiten, um entweder zu drücken oder zu ziehen. Dadurch wird das Problem vermieden, dass ein Training behindert wird, bei dem sich ein oder zwei synergetische Muskeln noch in der Erholungsphase befinden. Zweitens können Sie, um keine Übung zu opfern, zwischen zwei oder sogar drei Trainingseinheiten für jeden Körperteil abwechseln. Und um jedem Körperteil mehr Aufmerksamkeit zu schenken, können Sie Ihr Training in eine Morgen- und eine Nachmittags-Nachtssitzung aufteilen. 31 behalten Sie die eigentlichen Übungen, Sätze und Wiederholungen bei, teilen Sie das Training nur in ein zwei Körperteile am Morgen und das andere am Abend auf. So können Sie sich besser auf die einzelnen Muskeln konzentrieren und die Verbindung zwischen Muskel und Geist herstellen. Abschließend ist zu sagen, dass drei Bindestrich vier Tage Pause zwischen den Trainingseinheiten mehr als genug sind, um den gesamten Reparaturprozess ablaufen zu lassen, insbesondere mit den heutigen Nahrungsergänzungsmitteln und dem heutigen Wissen. Sollten Sie sich dennoch wund fühlen, hören Sie auf Ihre Signale und nehmen Sie sich vor dem nächsten Training einen Tag frei. Die Regeneration der Muskeln hängt davon ab, wie Sie sich außerhalb des Fitnessstudios ernähren. Wenn Sie also für Schlaf, Ruhe, Ernährung und Nahrungsergänzung sorgen, sollten Sie auf dem besten Weg zu Fortschritten sein. Ich hoffe, dieser Artikel hat Ihnen gefallen. Befolgen Sie einige der Hinweise, um sicherzustellen, dass dies Wunder für Sie wirkt und Sie nicht verheizt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. RC26 Was ist das beste Training für Körperteile, die zweimal pro Woche trainiert werden? Seien Sie konkret. Geben Sie Übungen, Sätze, Wiederholungen und so weiter an. Viele Leute fragen, ob Sie einen Körperteil einmal oder zweimal pro Woche trainieren sollten, und die Antworten fallen unterschiedlich aus. Ich habe beides ausprobiert und bin der Meinung, dass es nicht ausreicht, einen Körperteil einmal pro Woche zu trainieren. Ich habe zwei verschiedene Workouts zusammengestellt, eines für Anfänger und eines für fortgeschrittene Bodybuilder. Das beste Training für Körperteile, die zweimal pro Woche trainiert werden, sieht folgendermaßen aus. Anfänger Das Ziel von Anfängern ist es, Muskelmasse aufzubauen. Deshalb sind drei der sechs Tage im Fitnessstudio schwere Tage. Der Sonntag ist ein Ruhetag. Achten Sie also darauf, dass Sie keine Aktivitäten ausüben, die Sie ermüden, denn das führt zu Übertraining. 32 Eine Sache, die die meisten Anfänger tun, wenn Sie ins Fitnessstudio kommen, ist, an Ihrem Oberkörper zu arbeiten und Ihren Unterkörper zu vernachlässigen. Denken Sie daran, dass die Beine die größten und stärksten Muskeln des Körpers sind. Anfänger sollten von Anfang an die Beine trainieren, damit die Isometrie in Zukunft nicht so ein großes Problem darstellt. Ich habe alle wichtigen Muskelgruppen in dieses Programm aufgenommen, um sicherzustellen, dass sie einen proportionalen Körperbau aufbauen. Zu guter Letzt höre ich immer wieder Leute, die sich beschweren, dass sie keine Ergebnisse erzielen, und die sich als Hardgyner bezeichnen. Das sind die Leute, die es im Bodybuilding nie schaffen werden. Sich zu beschweren, führt im Leben zu nichts, und ganz besonders nicht im Bodybuilding. Ein guter Körperbau entsteht nicht über Nacht. Es kann bis zu 10 Jahre dauern, einen guten Körperbau aufzubauen. Dein Körperbau wird von 5 Dingen beeinflusst, und das sind. 1. Training 2. Ernährung 3. Genetik 4. Alter 5. Verstand Du musst hart trainieren, dich richtig ernähren und deinen Verstand einschalten. Das nennt man die Geist-Muskel-Verbindung. Beim Bodybuilding muss man alles planen, sich kurzfristige Ziele setzen und diese auch erreichen. Auch das Alter wirkt sich auf deinen Körperbau aus. Du kannst nicht 15 Jahre alt sein und erwarten, wie ein Mr. Olympia auszusehen. Wenn du jung bist, ist dein Körper noch nicht vollentwickelt, also musst du Geduld haben. Die Genetik kann dir entweder helfen oder schaden, aber in den meisten Fällen kannst du über dein genetisches Potenzial hinausgehen. 33. Der Split. Montag, Brust, Arme Dienstag, Rücken, Schultern, Bauch Mittwoch, Beine, Nacken Donnerstag, Brust, Arme Freitag Rücken, Schultern, Bauch Samstag, Beine, Nacken Sonntag, Ruhetag Montag, Brust, Arme, Schräg Bank Drücken mit Langhantel 4x15, 12, 8, 6 Bank Drücken mit Langhantel 4x15, 12, 8, 6 EZ Bar Kurz im Stehen 4x15, 12, 8, 6 EZ Bar Trizeps Streckung im Liegen 4x15, 12, 8, 6 Langhantel Handgelenkscholz 3x12, 8, 6 Umgekehrte Langhantel Handgelenkscholz 3x12, 8, 6 Dienstagrücken, Schultern, Abs, Wide Grip Lad Pull Downs 4x15, 12, 8, 6 Überextensions 3x15, Seated DB, Shoulder Presses 4x15, 12, 8, 6 Reverse Fly Machine 4x15, 12, 8, 6 Dumbbell Shrugs 4x15, 12, 8, 6 Abs, Krusches 3x25, Mittwochbeine, Nacken, Kniebeugen 4x20, 15, 12, 8 Beinkurz im Stehen 4x20, 15, 12, 8 Wartenheben im Stehen 4x20, 15, 12, 8, 34 Wartenheben im Sitzen 4x20, 15, 12, 8 Nackenwiderstand im Sitzen 3x15, Nackenwiderstand im Stehen 3x15, Donnerstag Brust, Arme, Schweres Langhantel Bankdrücken 4x15, 8, 6, 4 Schweres Kurzhantel Bankdrücken 4x15, 8, 6, 4 Schweres EZ Bar Kurz im Stehen 4x15, 8, 6, 4 Schweres Trizeps Extensions im Liegen 4x15, 8, 6, 4 Schweres Reverse Kurz im Stehen 4x15, 8, 6, 4 Freitagrücken, Schultern, Bauch, Heavy Barbell Rows 4x15, 8, 6, 4 Heavy Deadlifts 4x15, 8, 6, 4 Heavy Clean End Press 4x15, 8, 6, 4 Band Over Heavy Laterals 4x15, 8, 6, 4 Heavy Barbell Shooks 4x15, 8, 6, 4 Krusches 3x25 Samstag Beine, Hals, Schwere Kniebeugen 4x20, 12, 8, 6 Steffleged Deadlifts 4x20, 12, 8, 6 Schwere Stehende Waden Heben 4x20, 12, 8, 6 Schwere Sitzende Waden Heben 4x20, 12, 8, 6 Sitzender Nacken Widerstand 3x15 Stehender Nacken Widerstand 3x15 Der erste Satz ist ein Aufwärmsatz. Es gibt keine Aufwärmsätze. 35 fortgeschrittene Fortgeschrittene Bodybuilder müssen länger und häufiger trainieren. Deshalb habe ich jeden Trainingstag in zwei Teile aufgeteilt, morgens und nachmittags. Ich habe mir Übungen und Supersätze eingebaut. Supersätze beschleunigen Ihr Training und erhöhen Ihre Kraftausdauer. Wenn Sie das fortgeschrittene Niveau erreicht haben, sollten Sie viel Masse haben und Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Muskel voll entwickelt und gestreift ist. Außerdem müssen Sie darauf achten, dass jeder Muskel im richtigen Verhältnis zueinander steht. Beugen Sie nach jedem Satz den Muskel, den Sie trainieren. So kommen die meisten Bänder zum Vorschein und der Muskel bleibt für den nächsten Satz fit. Üben Sie auch, jeden Muskel nach dem Training zu posieren. Solche Kleinigkeiten können Ihnen helfen, bei einem Wettbewerb zu gewinnen. Ich habe an den verschiedenen Trainingstagen verschiedene Trainingsgeräte eingesetzt, darunter Langhandeln, Kurzhandeln, Maschinen und Kabel, um sicherzustellen, dass Sie nicht immer wieder dieselben Trainingseinheiten absolvieren und Ihre Muskeln ständig zu weiterem Wachstum anregen. Fortgeschrittene Bodybuilder sollte sich nach jedem Training dehnen. Dehnen verringert nicht nur die Verletzungsgefahr, sondern erhöht auch Ihre Flexibilität. Je flexibler Sie sind, desto größer wird Ihr Bewegungsspielraum. Das bedeutet, dass mehr Muskelfasern rekrutiert werden und Sie mehr Muskelmasse aufbauen können. 36 Wenn du zu den Fortgeschrittenen gehörst und an Wettkämpfen teilnehmen möchtest, weißt du, wie wichtig Cardio ist. Cardio ist nicht nur gut für Ihr Herz, sondern hält sie auch in Form und kann Ihnen helfen, die letzten Pfunde zu verlieren, damit Sie einen Körper haben, der aussieht, als wäre er aus Stein gemeißelt. Ich habe montags und donnerstags nach dem Training 30 bis 60 Minuten Ausdauertraining eingeplant. Die Aufteilung. Montag Brust, Arme, Cardio Dienstag Rücken, Schultern Mittwoch Beine, Bauch, Nacken Donnerstag Brust, Arme, Cardio Freitag Rücken, Schultern Samstag Beine, Bauch, Nacken Sonntag Ruhrtag Montag Brust, Arme, Cardio. Morgen Workout. Schräges Langhantelbank Drücken 4x15, 12, 8, 6 flaches Langhantelbank Drücken 4x15, 12, 8, 6 flache Kurzhantel Fliegen 4x15, 12, 8, 6 stehende Kabel Crossover 4x15, 12, 8, 6 Nachmittags Workout. Stehende EZ Bar Kurz 4x15, 12, 8, 6 sitzende EZ Bar Trisps extern 4x15, 12, 8, 6 Preacher Kurz 4x15, 12, 8, 6 liegende EZ Bar Trisps extern 4x15, 12, 8, 6 Konzentration Scholz 4x15, 12, 8, 6 37 Triseps Postdowns 4x15, 12, 8, 6 Langhantel Handgelenk Scholz 3x12, 8, 6 Langhantel Rückwärts Handgelenk Scholz 3x12, 8, 6 Führen Sie eine beliebige Art von Ausdauertraining für 30 bis 60 Minuten durch. Dienstag, Rücken, Schultern, Bauch Vormittags Workout Lad Pooldowns mit breitem Griff 4x15, 12, 8, 6 Lad Pooldowns mit engem Griff 4x15, 12, 8, 6 Cable Rolls im Sitzen 4x15, 12, 8, 6 Hyper Extensions 3x15 Nachmittags Workout Sitzende Langhantel Military Presses 4x15, 12, 8, 6 Stehende Lateral Raises 4x15, 12, 8, 6 Reverse Fly Machine 4x15, 12, 8, 6 Dumbbell Schrucks 4x15, 12, 8, 6 Crusches 3x25 Mittwoch, Beine, Nacken Morgen Workout Sitzende Beinstrecker 4x20, 15, 12, 8 Stehende Beinkolz 4x20, 15, 12, 8 Bein Pressen 4x20, 15, 12, 8 Liegende Beinkolz 4x20, 15, 12, 8, 38 Langhantel Kniebeugen 4x20, 15, 12, 8 Wadenheben im Stehen 4x20, 15, 12, 8 Eselzwadenheben 4x20, 15, 12, 8 Wadenheben im Sitzen 4x20, 15, 12, 8 Nachmittags Workout Crusches 3x25 Hanging Leg Raises 3x25 Sitzende Nacken Widerstand 3x15 Stehende Nacken Widerstand 3x15 Donnerstag, Brust, Arme, Cardio Morgen Workout Schräg Bankdrücken mit Kurzhanteln 4x15, 12, 8, 6 Schräg Bankdrücken mit Kurzhanteln 4x15, 12, 8, 6 Fliegen mit Kurzhanteln 4x15, 12, 8, 6 Fliegen an der Maschine 4x15, 12, 8, 6 Nachmittagstraining Kurzhantel Kulz im Stehen 4x15, 12, 8, 6 Trizeps Extension mit Kurzhantel im Sitzen 4x15, 12, 8, 6 Kurzhantel Kulz im Liegen 4x15, 12, 8, 6 Trizeps Extension mit EZ Bar im Liegen 4x15, 12, 8, 6 Überkopfkabel Kulz 4x15, 12, 8, 6 Umgekehrte Trizeps Postdowns 4x15, 12, 8, 6 Umgekehrte Kurzhantel im Stehen 4x15, 12, 8, 6 Führen Sie 30 bis 60 Minuten lang jede Art von Ausdauertraining durch Freitag, Rücken, Schultern, Bauch Vormittags Workout 39 Lad Pooldowns 4x15, 12, 8, 6 Langhantel Rows 4x15, 12, 8, 6 T-Bar Rows 4x15, 12, 8, 6 Deadlifts 4x15, 12, 8, 6 Nachmittags Workout Military Presses mit Langhantel im Sitzen 4x15, 12, 8, 6 Seitliches Heben mit Kabel 4x15, 12, 8, 6 Seitliches Heben mit Langhantel 4x15, 12, 8, 6 Barbelschrucks 4x15, 12, 8, 6 Samstag, Beine, Nacken Morgen Workout Beinsträger im Sitzen 4x20, 15, 12, 8 Beinbeuger im Stehen 4x20, 15, 12, 8 Langhantel Lungs 4x20, 15, 12, 8 Beinbeuger im Sitzen 4x20, 15, 12, 8 Langhantel Kniebeugen 4x20, 15, 12, 8 Wadenheben im Stehen 4x20, 15, 12, 8 Esels Wadenheben 4x20, 15, 12, 8 Zehen Heben an der Beinpresse 4x20, 15, 12, 8 Nachmittags Workout Krusches 3x15 Hängenlieg Raises 3x25 Sitzender Nackenwiderstand 3x15 Stehender Nackenwiderstand 3x15 Der erste Satz ist ein Aufwärmsatz Es gibt keine Aufwärmsätze 40 Trainingseinheiten Wenn jede Muskelgruppe 2x pro Woche trainiert wird Wie viele Krafttrainings Einheiten sollte es pro Woche geben? Wie Sie in der obigen Trainingsaufteilung gesehen haben, gibt es 6 Trainingstage für Anfänger und 6 in 2 Teile aufgeteilte Trainingstage für fortgeschrittene Bodybuilder Der Sonntag ist der Ruhetag Deine Muskeln brauchen zwischen 48 und 72 Stunden, um sich zu erholen, also trainierst du jeden Tag andere Muskelgruppen Besser oder schlechter? Wie schneidet das zweimalige Training jeder Muskelgruppe pro Woche im Vergleich zum einmaligen Training jeder Muskelgruppe pro Woche ab? Besser oder schlechter? Und warum? Ich glaube, dass es nicht ausreicht, eine Muskelgruppe einmal pro Woche zu trainieren Ihre Muskeln brauchen keine 6 Tage, um sich zu erholen Eine Muskelgruppe zweimal pro Woche zu trainieren ist viel besser als einmal pro Woche, weil sich die Muskeln an das Training anpassen und schneller wachsen Stone Cold Truth mit der richtigen Ernährung, Ruhe und Nahrungsergänzungsmitteln ist es möglich, sich ausreichend zu erholen, sodass Sie jeden Muskel zweimal pro Woche trainieren können Jede Muskelgruppe zweimal pro Woche zu trainieren hat viele potenzielle Vorteile, ist aber auch ein riskantes Unterfangen Über Training ist in der Welt des Bodybuildings eine allzu häufige Erscheinung 41 ohne die richtige Erholung, Ernährung und Nahrungsergänzung werden unsere Muskeln nicht wachsen Im Grunde genommen ist es das, was wir alle wollen, oder? Wir wollen den perfekten Körper, und wir denken natürlich, dass es der beste Weg ist, eine Muskelgruppe häufiger zu trainieren Das Wachstum, das Sie anstreben, findet jedoch in erster Linie in der Ruhe- und Erholungsphase nach Ihrem Training statt Also nein, Sie wachsen nicht im Fitnessstudio Ihr Wachstum findet in den 3696 Stunden nach dem Training statt, je nach Intensität Wenn wir jedoch Muskelgruppen mehrmals in der Woche trainieren wollen, müssen wir diese Erholungszeit verlängern Bevor wir uns also mit dem eigentlichen Training befassen, sollten wir andere Möglichkeiten analysieren, wie wir unsere Regeneration verbessern können Erhöhung der Regeneration Nahrungsergänzungsmittel Es gibt viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die angeblich die Erholung der Muskeln unterstützen Nachfolgend sind die bekanntesten aufgeführt, wobei es ratsam ist, sich vor dem Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln eingehend zu informieren Ernährung Die richtige Ernährung nach dem Training kann den Erholungsprozess erheblich unterstützen Nach dem Training wollen wir den Muskelabbau stoppen und die Heilungs- und Wachstumsprozesse beginnen lassen In dieser unmittelbaren Zeit nach dem Training ist Ihr Körper im Grunde ein Vogelbaby, das darauf wartet, dass Sie, die Vogelmutter, es füttern Mit weit aufgerissenem Maul nimmt er alles auf, was wir ihm geben Wie können wir unseren Körper also am besten wieder auftanken? Nun, beim Sport verbrauchen wir einen Großteil der Glykogenvorräte unserer Muskeln 42, da dies die Hauptenergiequelle während des Trainings ist, wollen wir diese Energiequelle wieder auffüllen Dazu nehmen wir unmittelbar nach dem Training ein schnell wirkendes Kohlenhydrat zu uns Die beliebteste Art von Kohlenhydraten für diesen Zweck ist Dextrose-Maltodextrin Kohlenhydrate allein führen jedoch nicht zu einer Proteinsynthese, die die Erholung erleichtert Hierfür müssen wir unseren Körper mit Aminosäuren und Eiweiß versorgen Die schnellste Methode dafür ist ein schnell wirkendes Protein, wie zum Beispiel Molkenprotein In diesem Fall sollten wir die langsamer wirkenden Proteine sowie alle Fette, die die Verdauung verlangsamen könnten, vermeiden Flüssigkeitszufuhr Die Flüssigkeitszufuhr ist vor, während und nach dem Training ein wichtiges Thema Die richtige Flüssigkeitszufuhr vor und während des Trainings trägt dazu bei, dass Sie mit der richtigen Intensität trainieren können Nach dem Training ist die Flüssigkeitszufuhr ebenso wichtig, um Krümpfe zu vermeiden und den Erholungsprozess zu unterstützen Für die unten beschriebenen Trainingseinheiten wird empfohlen, während des gesamten Trainings ein Liter Wasser zu trinken Darüber hinaus ist eine zusätzliche Flüssigkeitszufuhr an den Tagen erforderlich, an denen Sie nach dem Krafttraining aus Dauersport betreiben Workout Welches ist das beste Training für Körperteile, die zweimal pro Woche trainiert werden? Seien Sie genau Geben Sie Übungen, Sätze, Wiederholungen und so weiter an 43 Wenn Sie Ihre Körperteile zweimal pro Woche trainieren, müssen Sie bei Ihrem Training erfinderisch werden, denn wir wollen das Beste aus dem Training herausholen, ohne uns zu überanstrengen Viele Leute raten zu einem 4-Binde-Strich-Tage-Programm mit einem Push-Pull oder einem Ober-Unterkörper-Training, was jedoch auf dem schmalen Grad des Übertrainings liegt Wenn wir jedoch über den Tellerrand hinaus schauen, können wir diese Routinen zu einem 3-Tage-Split kombinieren, der Ihnen alle Ergebnisse liefert, ohne dass Sie übertrainiert werden Der Split-Tag 1, Brust, Schultern, Arme, Cardio-Tag 2, Beine, Rücken, Bauch-Tag 3, nur Cardio-Tag 4, Pause-Tag 5, The Big 3 Tag 6, nur Cardio-Tag 7, Pause Bevor wir die Übungen im Einzelnen beschreiben, ist es wichtig, die Intensität dieser Übungen zu erläutern Da es sich um ein Training mit höherer Frequenz handelt, ist es nicht unser Ziel, unser zentrales Nervensystem komplett zu zerstören, wie es bei einigen anderen Workouts der Fall ist 44 das Workout-Tag 1, Brust, Schultern, Arme, Kurzhantelbankdrücken, 3 Sätze X6-8 Wiederholungen, Parallele Dips, 3 Sätze X10-12 Wiederholungen Sitzender Military Press, 3 Sätze X6-8 Wiederholungen, Kurzhantelseitenheben, 2 Sätze X10-12 Wiederholungen Tag 2, Beine, Rücken in Bauch, Legpress, 3 Sätze X6-8 Wiederholungen Die 90-sekündige Pause zwischen den einzelnen Sätzen wird genutzt, um 15 Kursches durchzuführen Dies verkürzt die Trainingszeit und bereitet ihren Kern auf die kommenden Kreuzheben vor Tag 5, die großen 3 schräges Langhantelbankdrücken, 4 Sätze X4-6 Wiederholungen Langhantelkniebeugen, 4 Sätze X4-6 Wiederholungen, Kreuzheben, 4 Sätze X4-6 Wiederholungen Mit diesen 3 Übungen trainieren Sie alle wichtigen Muskelgruppen Auch wenn Sie die einzelnen Gruppen nicht isoliert trainieren, so werden Sie doch alle richtig trainiert 45 Wenn Sie die obige Methode ausprobieren und feststellen, dass Sie mehr Häufigkeit wünschen, empfehle ich Ihnen dringend, sich mit der Waterbury-Methode zu beschäftigen Die Waterbury-Methode wird nur für fortgeschrittene Kraftsportler empfohlen Cardio bei einem Training mit höherer Frequenz werden Sie feststellen, dass Sie mehr Energie für das Cardio-Training haben, als Sie es normalerweise bei einigen anderen Programmen hätten, die Sie ausprobiert haben. Aus diesem Grund haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Arten von Ausdauertraining zu nutzen. Aus persönlicher Erfahrung empfehle ich entweder Heat oder Lilt. Jede dieser beiden Arten von Ausdauertraining bringt unterschiedliche Vorteile mit sich, aber nur wenn Sie mit beiden experimentieren, können Sie herausfinden, was für Sie am besten funktioniert. Trainingssitzungen Wenn Sie jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainieren, wie viele Krafttrainingssitzungen sollten Sie dann pro Woche absolvieren? Bei einem Training mit höherer Frequenz wie diesem ist es wichtig, dem Körper die Zeit zu geben, die er zur Erholung braucht. In diesem Sinne werden für diese Art von Training drei Bindestrich vier Tage empfohlen. Wenn man bedenkt, dass das Wachstum in der Ruhephase stattfindet, ist es nur sinnvoll, die Trainingseinheiten auf diese Weise zu begrenzen. Wenn Sie sich für einen Viertagesplit entscheiden, gibt es viele Push-Pull- und Upper-Dower-Programme, die Sie nutzen können. Für optimales Training und Erholung ist jedoch ein Drei-Tagesplit die beste Option. 46 Wenn Sie ein fortgeschrittener Hieber sind, können Sie zusätzlich von der Waterbury-Methode profitieren. Diese Methode basiert auf einer viel höheren Frequenz, verwendet aber spezifische Wiederholungssatzbereiche, um sicherzustellen, dass Sie nicht falsch übertrainieren. Besser oder schlechter? Wie schneidet das zweimalige Training jeder Muskelgruppe pro Woche im Vergleich zum einmaligen Training jeder Muskelgruppe pro Woche ab? Besser oder schlechter? Und warum? Ein häufigeres Training der Muskeln hat Vorteile gegenüber einem einmaligen Training pro Woche. Z. B. Verbesserung der Formkontrolle, ein altes Sprichwort besagt, Übung macht den Meister, und das gilt auch hier. Durch die häufigere Anwendung bestimmter Übungen, insbesondere der Verbundübungen, können wir lernen, unsere Bewegungen besser zu kontrollieren. Erhöhte Ausdauer, Training mit höherer Frequenz ist für das zentrale Nervensystem anstrengend. Der Schlüssel dazu ist, das Training nicht zu übertreiben, da sich der Körper nicht gut an ein Übertraining anpassen kann. Durchbrechen von Plateaus, wenn wir die Muskeln zweimal pro Woche trainieren, können wir unsere bisherigen Obergrenzen oder Plateaus durchbrechen. Die meisten Menschen werden hier widersprechen, aber das liegt daran, dass sie sich am Ende dieser Trainingseinheiten mit höherer Frequenz nicht tot fühlen. Um den Cat-Lebel-Experten und Krafttrainer Mike Mahler zu zitieren. Das Ziel, das wir anstreben, ist maximale Leistung und Effizienz, um das Beste aus unserem Training herauszuholen. Die Arnold-Verbindung Arnold Schwarzenegger war schon immer ein großer Verfechter der Verbindung zwischen Geist und Muskeln. Indem wir die Fähigkeit unseres Geistes nutzen, uns wirklich auf die Muskeln zu konzentrieren, die wir beanspruchen, können wir unsere Hochfrequenz-Workouts noch besser gestalten. Turniert jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainierend für eine maximale Hypertrophie ist es erwiesen, dass eine hohe Trainingsfrequenz der beste Weg ist, um ihr Ziel zu erreichen. Einige Leute, wie Chad Wartaburi und Christian Thibaudo, empfehlen sogar, zweimal täglich zu trainieren. Schauen Sie sich zum Beispiel Fußballspieler an. Sie haben eine unglaubliche Wadenentwicklung, aber machen Sie jemals Wadenheben als Teil Ihres Trainings? Wahrscheinlich nicht. Sie bekommen riesige Waden durch Ihren Sport, bei dem Sie so viel laufen und auf diese Weise Ihre Waden ständig trainieren. Hochfrequenz- Training ist zwar wahrscheinlich nicht die Lösung für unglaubliche Kraftzuwächse, aber im Hinblick auf Hypertrophie oder Muskelwachstum ist es den meisten anderen Trainingsprotokollen weit überlegen. Für die Zwecke dieses Artikels, bedeutet Hochfrequenz-Training, dass jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainiert wird. Erholung mit der richtigen Ernährung, Ruhepausen und Nahrungsergänzungsmitteln ist es möglich, sich so weit zu erholen, dass Sie jeden Muskel zweimal pro Woche trainieren können. Einer der größten Kritikpunkte an einem Hochfrequenz-Trainingsprogramm ist die Ruhezeit zwischen den Trainingseinheiten. Dieses Problem lässt sich jedoch leicht lösen. Bei Hochfrequenzprotokollen dürfen Sie auf keinen Fall bis zum Versagen trainieren, und jede Sitzung muss ein relativ geringes bis mittleres Volumen haben. 48 nur so können Sie sich zwischen den Trainingseinheiten erholen, unabhängig davon, wie gut Ihre Ernährung und Ihre Nahrungsergänzung sind. Um das größtmögliche Wachstum zu erzielen, müssen sich Ihre Muskeln zwischen den Trainingseinheiten erholen. Schlaf. Eine tägliche Schlafdauer von 8 Stunden ist definitiv hilfreich. Es ist erwiesen, dass das meiste Wachstum im Schlaf stattfindet, also sollten Sie dieses Trainingsgeheimnis maximieren, um groß zu werden. Multivitaminpräparate. Wenn Sie Muskeln aufbauen wollen, ist ein Multivitaminpräparat eine gute Investition, um sicherzustellen, dass Sie alle benötigten Nährstoffe und Vitamine zu sich nehmen. Viele Menschen wären überrascht, wie gut ein Multivitaminpräparat beim Muskelaufbau helfen kann. Wenn Sie auf ein Plateau stoßen, nehmen Sie etwa 250 Binde-500 Kalorien mehr pro Tag zu sich und Sie werden erstaunt sein, was dies für die Erholung und das Wachstum bedeutet. Flüssigkeitszufuhr. Es ist auch sehr wichtig, dass Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Selbst eine leichte Dehydrierung kann die Leistung beeinträchtigen und die Regeneration erschweren, daher sollten Sie Ihrem Körper über den Tag verteilt immer ausreichend Flüssigkeit zuführen. 49 Nahrungsergänzung. Zusätzlich können Sie einige Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, um die Regeneration zu beschleunigen und die Leistung während des Trainings zu maximieren. Denken Sie jedoch daran, dass Nahrungsergänzungsmittel eine schlechte Ernährung nicht ersetzen oder ausgleichen können. Achten Sie also auf eine gute Ernährung, bevor Sie an die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln denken. Molkenprotein das Grundnahrungsmittel, das wahrscheinlich jeder Bodybuilder bereits einnimmt. Die zahlreichen Vorteile, die Molke bietet, müssen eigentlich nicht mehr erklärt werden. Der Hauptnutzen ist der Anabolismus. Kreatinethylester, eine neue Form von Kreatin, die wirklich viel effektiver ist als Kreatinmonohydrat, weil die Absorption so viel besser ist und es viel leistungsfähiger ist. Die Einnahme einer Portion vor dem Training und einer Portion nach dem Training hilft wirklich bei der Erholung. ZMA hilft Ihnen, besser zu schlafen, was zu einer besseren Erholung führt, und kann die Produktion von freiem Testosteron auf natürliche Weise erhöhen, je nachdem, ob Sie einen Mangel an Zink und oder Magnesium haben. Es sollte wegen der Vorteile für den Schlaf eingenommen werden, da das meiste Wachstum im Schlaf stattfindet. Workoutwochen 1-3, 5-7. Montag, Max-Effert-Upperbankdrücken-7-Sätze-X-3-5-Wiederholungen-Schreckbankdrücken-4-Sätze-X-8-10-Wiederholungen-Klimmzüger-4-Sätze-X-8-10-Wiederholungen-Ton-Glay-Rose-4-Sätze-X-8-10-Wiederholungen-Suppersatz-Hammacool-School-Kruschers-3-Sätze-X-10-Wiederholungen-Dienstag-Max-Effert-Lower-Falls-Quatsch-4-Sätze-X-8-10-Wiederholungen-Suppersatz-Hammacool-School-Kruschers-3-Sätze-X-10-Wiederholungen-Dienst Minus 7-Sätze-X-3-5-Wiederholungen-Splitz-Quats-3-Sätze-X-6-8-Wiederholungen-Romanian-Dead-Lifts-3-Sätze-X-8-10-Wiederholungen-Suppersit-Wähle-2-Bauchmuskelübungen-4-Sätze-X-8-10-Wiederholungen-Donnerstag-Wiederholung-Kraft-Oberes-Bankdrücken-3-Sätze-X-Max-E-Max-E-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-Ax-M-A 12-Wiederholungen-Suppersit-Handgelenk-Schulz-Schrucks-4-Sätze-X-10-Binde-Strich-12-Wiederholungen-Suppersit-Langhandel-Schulz-Riceps-Extensions-4-Sätze-X-10-Binde-Strich-12-Wiederholungen-51-Freitag-Dynamic-Effert-Lower-Explosive-Box-Squats-8-Sätze-X-2-Wiederholungen-Add-50%-Glute-Ham-Raises-4-Sätze-X-10-Binde-Strich-15-Wiederholungen-Reverse-Überextensions-3-Sätze-X-15-Binde-20-Wiederholungen-Suppersit- Wählen Sie 2 Bauchmuskelübungen-4-Sätze-X-12-Binde-Strich-15-Wiederholungen-Kraft-Routine-Wer-Mehrwert-Auf-Kraft-Legt, kann das sehr effektive und gängige 5x5-Protokoll anwenden. Wochen 1-Binde-Strich-4 Montag Power-Cleans-5-Sätze-X-3-Wiederholungen-Kniebeugen-5-Sätze-X-5-Wiederholungen-Bankdrücken-5-Sätze-X-5-Wiederholungen-Assistenzübungen-3-Binde-Strich-4-Sätze-X-8-Binde-Strich-12-Wiederholungen-Mittwoch Explosive Box-Squads-5-Sätze-X-3-Wiederholungen-Dead-Lifts-5-Sätze-X-5-Wiederholungen-Military-Press-5-Sätze-X-5-Wiederholungen-Assistenzübungen-3-Binde-Strich-4-Sätze-X-8-Binde-Strich-12-Wiederholungen-52-Freitag-Hank-Leans-5-Sätze-X-3-Wiederholungen-Kniebeugen-5-Sätze-X-5-Wiederholungen-Bankdrücken-5-Sätze-X-5-Wiederholungen-Hilfsübungen-3-Binde-Strich-4-Sätze-X-8-Binde-Strich-12-Wiederholungen-Bei diesem Programmwerten- Zwar nicht alle Muskelgruppen trainiert, aber es ist dennoch effektiv für den Aufbau einer funktionellen Basis für Größe und Kraft. Trainingseinheiten Wenn jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainiert wird, wie viele Krafttraining-Sitzungen sollten pro Woche stattfinden? Wenn Sie jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainieren, sollten Sie vier Krafttraining-Sitzungen pro Woche absolvieren. Das heißt, Sie trainieren am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Dies ist eine beliebte Aufteilung, die viele Sportler verwenden. In der Regel bestehen Montag und Donnerstag aus Oberkörpertraining, während Dienstag und Freitag für das Unterkörpertraining genutzt werden. Mit dieser Methode können Sie einen Tag mit maximaler Anstrengung für den Ober- und Unterkörper durchführen, um die Muskelfasern mit höherer Schwelle zu stimulieren und funktionelle Hypertrophie zu erzeugen, und einen Tag mit Wiederholungen und dynamischer Anstrengung für den Ober- und Unterkörper, um die neurofibrilläre Hypertrophie zu steigern. Mit dieser Methode erhalten Sie das Beste aus beiden Welten, d. h. Ein schweres Krafttraining mit Schwerpunkt auf zusammengesetzten Bewegungen und ein Krafttraining mit maximalen Wiederholungen. Fortgeschrittene Trainierende mit überdurchschnittlicher Regenerationsfähigkeit können irgendwann zweimal am Tag trainieren, aber diese Parameter variieren je nach Sportler sehr stark. 53 Besser oder Schlechter Wie schneidet das zweimalige Training jede Muskelgruppe pro Woche im Vergleich zum einmaligen Training jede Muskelgruppe pro Woche ab? Besser oder schlechter? Und warum? Jede Muskelgruppe zweimal pro Woche zu trainieren ist im Allgemeinen eine viel bessere Trainingsmethode, als jede Muskelgruppe einmal pro Woche zu trainieren. Das liegt daran, dass jede Muskelgruppe häufiger trainiert wird, was letztlich zu mehr Hypertrophie führt. Es gibt jedoch Fälle, in denen das Training jeder Muskelgruppe einmal pro Woche besser ist. Nehmen wir z.B. an, dass Sie versuchen, Ihre hintere Kette für einen kurzen Zyklus vorrangig zu trainieren, um Ihre sportliche Leistung zu maximieren. Am besten wäre es, wenn Sie in einer Trainingswoche eine Einheit mit maximaler Belastung einbauen würden, damit Sie genügend Zeit haben, sich für das nächste Training zu erholen. Ein Beispiel für ein Training könnte wie folgt aussehen. In Ihrer Prioritätenliste für die hintere Kette würden Sie also dreimal pro Woche trainieren, wobei Sie sich montags und freitags auf den Oberkörper konzentrieren und dieses Training am Mittwoch durchführen würden. Wenn Sie sich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren, den Sie stärken möchten, ist es im Allgemeinen besser, ein Training wie das oben beschriebene einmal pro Woche durchzuführen. Für ein Höchstmaß an Hypertrophie sollten Sie jedoch jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainieren. 54 dieser Workouts sind nur Beispiele, die Sie verwenden können. Die Credits für diese Workouts gehen an Bodybuilding.com. Ich selbst könnte es nicht besser erklären. Die AID In diesem Zeitraum werden Sie nicht viele Muskeln aufbauen, da Sie sich in einem Kaloriendefizit befinden, aber Sie versuchen, maximale Muskelhärte und Definition zu erreichen, wofür diese Zeiträume und Trainingsspezifikationen verwendet werden. Hier halten Sie die Trainingseinheiten kurz und trainieren Körperteile nur einmal pro Woche, weil Sie nur versuchen, die Muskeln zu erhalten, die Sie bereits haben. 4. Leichte Aufrechterhaltung des Splits zu Beginn der Diät Sie sollten 4-5 Tage pro Woche trainieren, wobei Sie Körperteile nur einmal trainieren. Ex. Tag 1. Brust und Trizeps Tag 2. Rücken und Bizeps Tag 3. Pause Tag 4. Schultern und Traps Tag 5. Arme Tag 6. Pause Tag 7. Weine Tag 8. Brust und Trizeps 5. Fünfter härtere Aufteilung, um maximalen Fettabbau und Muskeldefinition zu gewährleisten wie der Muskelgruppe einmal pro Woche und Sie trainieren 6-7 Mal pro Woche und Sie sollten entweder Fasten-Kardio oder 30 Minuten-Kardio nach dem Training hinzufügen. Ex. Tag 1. Brust Tag 2. Rücken Tag 3. Schultern und Traps Tag 4. Quadrizeps Tag 5. Bizeps Trizeps Tag 6. Hamstring Tag 7. Auf 6. Reine Wettkampfvorbereitung 1-2 Monate Hier würde ich die Workouts auf 4 reduzieren und nur tonnenweise Kardio an 7 Tagen in der Woche machen, denn hier soll man das meiste Fett verlieren und in eine tolle Form kommen. Viele Workouts würden deine Regeneration nur zerstören. 30 Minuten direkt nach dem Aufwachen und 30 Minuten am Nachmittag. Die Aufteilung kann wie folgt aussehen. Tag 1. Brust und Trizeps Tag 2. Rücken und Brust Bizeps Tag 3. Aus Tag 4. Beine Waden Tag 5. Schultern Bauchmuskeln Tag 6. Aus Tag 7. Aus 7. Superkompensationsprogramm 1-2 Wochen vor der Show Hierbei handelt es sich um ein spezielles Programm, mit dem Sie versuchen, Ihre Muskeln eine oder zwei Wochen vor der Show voller und größer aussehen zu lassen. 56 am besten ist es, dies zwei Wochen hintereinander vor der Show zu tun. Im Grunde genommen werden Sie den Muskeln das gesamte Glykogen entziehen und sie dann auffüllen. Auf diese Weise können Sie Ihre Muskeln in einer Woche um etwa 5% größer aussehen lassen. In den ersten drei Tagen machst du also zwei Workouts pro Tag, aber du nimmst nur Eiweiß zu dir. Null Kohlenhydrate und Null Fette. Tag 1 Vormittag. Brustmuskeln nachmittags. Bizeps Tag 2 Vormittag. Rücken nachmittags. Trizeps Tag 3 Morgens. Beine, Waden, Bauchmuskeln nachmittags. Schultern. Die nächsten vier Tage essen Sie viel Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Indem du deinen Muskeln Glykogen entziehst, kannst du ihnen beibringen, für kurze Zeit mehr auszuhalten. Dann machst du es wieder. Konfazit. Ich hoffe, dass Sie die grundlegenden Trainingsprinzipien und die Periodisierung verstanden haben. Um im Training ohne Planung und System flexibel zu sein, muss man jahrelange Erfahrung haben, um Ergebnisse zu erzielen. Am Anfang ist es besser, einem Programm zu folgen. Gehen wir also zum nächsten Buch und schauen wir uns an, wie man seinen Körper durch den spezifischen Prozess verändern kann, wenn man die Grundlagen des Trainings und der Ernährung bereits verstanden hat. Kapitel 6 Denkweise ist alles. Ich habe beschlossen, die letzten fünf Kapitel zusammenzufassen, da sie alle miteinander verbunden sind. Sie werden nicht viele praktische Informationen darüber finden, wie man etwas macht, sondern eher den psychologischen Aspekt des Sports, der wichtiger ist als das Wissen. In der Theorie weiß fast jeder, wie die Dinge sein sollten, aber sie auszuführen ist etwas ganz anderes. Schauen Sie sich zum Beispiel Conor McGregor an. Glauben Sie, er hat angefangen und wusste alles? Natürlich nicht, er wusste einen Scheißdreck, aber er hatte diese Einstellung, sich nie mit weniger zufrieden zu geben, als er es verdient hat. Er hat sich den Arsch aufgerissen, bis er es an die Spitze geschafft hat, und das ist die Einstellung, die du auch haben musst. Schaffung einer richtigen Einstellung in diesem Teil möchte ich einige meiner Gedanken und Beobachtungen mitteilen, die ich in meinem kurzen Leben machen konnte. Vielleicht geht es in diesem Teil nicht ausschließlich um Fitness, aber dennoch ist es der wichtigste Teil in diesem Buch. Denn nehmen wir zum Beispiel zwei Menschen. Einer von ihnen kennt jedes Stück Theorie, aber er handelt nicht und setzt es nie um. Auf der anderen Seite weiß der zweite Typ einen Scheißdreck. Er ist einfach verloren und versucht alles, was er kann, aber tief in seinem Inneren will er alles und weiß, dass er es eines Tages bekommen wird. Was glaubst du, wer wird weiter zum Ziel kommen? Stellen Sie sich drei Männer als Beispiel vor. Paul ist unzufrieden mit seinem Leben, unternimmt aber nie etwas, um sein Leben positiv zu verändern. Er lebt immer wieder den gleichen Tag und ist seit Jahren unzufrieden. Das wirkt sich auf sein ganzes Leben aus, auf seine Gesundheit und seine Beziehungen. Schließlich scheitert er in jedem einzelnen Aspekt seines Lebens, weil er nur etwas wollte, aber nie wirklich etwas getan hat, um seine Ziele zu erreichen. John war ein Star in der Highschool. Jedes Mädchen, Auto, Wann, Eltern gekauft, teure Kleidung. Voller Charisma und Selbstvertrauen. Er trieb sich jeden Tag an, um Großes zu erreichen. Gute Noten in der Schule, sein eigenes Geschäft seit 18, trainiert ein- bis zweimal am Tag. Schließlich brennt er schon in jungen Jahren aus und hat das Gefühl, nicht zu wissen, wer er ist und nur ein von der Gesellschaft geschaffenes Bild zu sein. Er gibt alles auf und es dauert Jahre, bis er wieder zu sich selbst findet. Christian. Ein stiller, bescheidener, intelligenter Mann, der seit seiner Kindheit gute Gewohnheiten entwickelt hat. Jeden Tag ein paar Seiten Bücher lesen, jeden Tag 15 Minuten Fremdsprachen lernen, 2-3 Mal pro Woche ins Fitnessstudio gehen, sich gesund ernähren, seine Finanzen im Griff haben, sehr wertvolle Fähigkeiten erlernen, etwas über Menschen und Beziehungen lernen. All diese kleinen Handlungen wurden im Laufe der Jahre zu tausenden von Stunden der Selbstverbesserung, die sich zusammensetzten und Disziplin, harte Arbeit und Demut in ihm aufbauten. Am Ende reist er mit der Liebe seines Lebens um die Welt, hat einen schönen Körper und spricht mehrere Sprachen. Er lebt ein glückliches, erfülltes Leben, weil er gute Gewohnheiten entwickelt hat und diese im Laufe seines Lebens immer weiter verbessert hat. Er wollte nicht alles auf einmal, weil er wusste, dass man für Dinge, die es wert sind, sie zu haben, arbeiten muss. All diese Fähigkeiten zur Selbstentwicklung, die du brauchst, um ein wertvoller Mensch zu sein, kann dir Fitness vermitteln, wenn man es richtig macht. Es bringt dich zum Nachdenken? Was habe ich heute getan, um meine Träume zu verwirklichen? Und war es genug? Ich arbeite in zwei Jobs, investiere 80% meines Einkommens, gehe fast jeden Tag ins Fitnessstudio, lerne jeden Tag etwas Neues und treffe mich mit Leuten, um mich zu verbessern. Seit ich angefangen habe, mich zu fragen, ob Fitness genug ist? Wie Party machen, Netflix schauen und Junkfood essen. Du musst deine Gewohnheiten ersetzen und neue bilden und sie jeden Tag für den Rest deines Lebens beibehalten. Bro, ich werde dich nicht anlügen, es ist schwer. Es ist verdammt schwer, jeden Tag aufzuwachen und zu wissen, dass du dich selbst pushen willst, dass du besser sein willst und tatsächlich die Arbeit an dir selbst vollbringen willst. Wenn du das schaffst, Bruder, wenn du dich selbst ändern kannst, kannst du alles in deinem Leben ändern. Daran glaube ich wirklich. Sobald du dich in den Prozess der Arbeit an dir selbst verliebst, wirst du stolz auf dich sein. Dein Umfeld wird stolz auf dich sein. Alles in deinem Leben wird anfangen, sich in bessere Tage zu verwandeln. Du wirst wirklich anfangen, Lösungen für viele verschiedene Probleme in deinem Leben zu sehen. Werde Teil der knallharten Fitness-Muttis, die nicht über Dinge meckern, die sie nicht haben, sondern einfach die Arbeit machen und sie mitnehmen. Die Fitness-Community ist voll von motivierten, fähigen Menschen. Sie wachen jeden Tag auf und wissen, dass sie drei Ziele und eine gemeinsame Leidenschaft haben. Im Ernst, es ist so kraftvoll, Fitness-Leute um sich zu haben. Einige der erstaunlichsten motivierenden Menschen, die ich je getroffen habe und die einen positiven Einfluss auf mich hatten, waren Menschen aus dem Fitness-Bereich. Jeder hat eine ähnliche Geschichte. Schüchterne Kinder, die gemobbt wurden oder sehr unsicher waren und eines Tages sagten, scheiß drauf und begannen, ins Fitness-Studio zu gehen. Dann hat sich alles verändert. Fitness hat mich gemacht. Ohne diese Leidenschaft zu entdecken, wäre ich heute ein anderer. Es hat mich zu einer starken, hart arbeitenden Person gemacht, die hier ist, um andere zu unterstützen und zu motivieren. So wie buchstäblich jeder, der neu in mein Leben tritt, daran interessiert ist, Gewichte zu heben. Es ist so kraftvoll. Das Fitness-Studio kann wie deine Kirche sein. Ein Ort, an den man gehen kann, um der Welt zu sagen, sie soll die Klappe halten. Einfach Musik hören und Gewichte stemmen wie ein Tier. Die Leute werden dich im Stich lassen, du wirst dein Geld oder deinen Job verlieren oder viele Male im Leben in schwierige Situationen geraten, aber diese eine Sache kann dich für immer begleiten. Es hat mir geholfen, als ich harte Zeiten durchlebte. Zum Beispiel im Streit mit den Eltern, bei der Überwindung einer Trennung, beim Verlust von Freunden. Ich war zum Beispiel pleite und obdachlos, aber ich bin trotzdem ins Fitness-Studio gegangen, weil ich immer wusste, dass ich das Richtige tue, egal wie die Umstände sind. Ich war ein fettes, dummes, ekelhaftes Kind, das niemand mochte. Dann fand ich Krafttraining und absolut alles änderte sich. Ich fing an, Erfolg zu haben mit Mädchen mit sozialem Leben mit Geld verdienen, echt. Und es kann das gleiche für sie tun. Die Einhaltung einer Diät und das Heben von Gewichten haben das Potenzial, erstaunliche neue Menschen zu schaffen. Aber natürlich geht es nicht nur darum, aber es ist ein guter Startpunkt. Sieht ihr das an? Glaubst du, ihr Leben ist besser oder schlechter geworden? Natürlich besser, Bruder. Diese fitte Person zu werden, die gerne harte Dinge tut, ist so stark. Diese Person würde verdammt nochmal sterben, wenn sie sich nicht ändern würde. Ich möchte dir wirklich versichern, dass du deinen Körper verändern kannst. Du musst eine Mentalität entwickeln, die sich an Dreck um die Meinung anderer Leute schert. Denn sie werden dich verprügeln und sich über dich lustig machen, weil sie ihre Komplexe an dir auslassen und neidisch sind, dass du es überhaupt versuchst. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. In meiner Highschool wurde ich zum Beispiel täglich von Lehrern schikaniert, die sich über meine gesunde Ernährung lustig machten. Sie waren einfach nur neidisch, dass ich etwas mit mir anstellte und nicht nur Sex aufschiebte. Also scheiß auf kleingeistige Leute, wenn jemand nicht versteht, was du tust, dann verabschiede dich von ihm und sag ihm, er soll sich verpissen und zusehen. Dann mach dich an die Arbeit und mach es fertig, Bruder. Ich glaube an dich. Du kannst das schaffen, lass mich nicht im Stich. Die Einstellung ist alles, du musst an dich glauben. Du musst jeden verdammten Tag hungrig sein, um Veränderungen in deinem Leben zu erreichen. Es spielt keine Rolle, wie klein die Schritte sind, die du unternimmst, solange du dich vorwärts bewächst, kommst du tatsächlich weiter, auch wenn es lange dauern wird. Machen sie einfach ihre Arbeit. Seien sie geduldig und konsequent und die Ergebnisse werden kommen. Wollen sie nicht alles auf einmal, machen sie nur kleine Schritte und warten sie ab. Lernen sie immer dazu und bilden sie sich weiter. Hören sie nicht nur auf mich. Einer von tausenden von Menschen in der Fitness-Community. Jeder hat eine andere Geschichte, unterschiedliche Erfahrungen aus unterschiedlichen Umgebungen. Niemand weiß alles, also denke immer über andere Meinungen nach. Du wirst auf deiner Fitnessreise wirklich viel ausprobieren müssen, um herauszufinden, was für dich am besten funktioniert. Welches Training, welche Nahrungsergänzungsmittel, welche Diäten. Aber am wichtigsten ist, dass du dich in den kontinuierlichen Prozess der Selbstverbesserung verliebst, denn es geht nicht nur um Ergebnisse. Es geht um eine Reise. In diesem Buch spreche ich über all die kleinen Dinge, die sie betreffen und ihnen auf ihrer Fitnessreise helfen können. Am Ende des Buches findest du einen Plan, mit dem du, wenn du dich auf dein Gewicht einstellst, in eine verdammt gute Form kommen kannst. Ich möchte, dass du es tust. Moderne Männer sind alle ein Haufen Weicheier. Hört auf, euch über Dinge zu beschweren, die ihr nicht umsonst bekommen habt, und fangt an, für alles zu arbeiten, was ihr jemals wolltet. Erkenne, dass der Wert eines Mannes in der Gesellschaft durch die Dinge bestimmt wird, die er erreicht hat und die er besitzt. Deshalb haben Frauen bereits einen Wert, wenn sie nun hübsch aussehen. Wenn eine Frau jedoch unansehnlich geboren wird, kann sie nicht viel dagegen tun. Aber bei Männern ist das Aussehen nicht so wichtig, nur die Ergebnisse zählen. Als Mann muss man ein Kämpfer und eine Führungspersönlichkeit sein. Selbst Top-Geschäftsleute werden weniger beachtet als Durchschnittsfrauen, glaub mir. Um jemand zu werden, muss man an sich selbst arbeiten, und das ist nicht nur Motivationsscheiße, sondern es ist wirklich so. Du magst deine Situation, dein Leben nicht? Toll, geh und ändere sie, tu etwas dagegen. Du magst es nicht, dick oder dünn zu sein? Mit diesem Buch haben sie keine Ausreden mehr. Gehen sie ins Fitnessstudio und essen sie gesund. Es ist ganz einfach. Essen kann wie Medizin sein, aber es kann auch Gift sein. Ich habe begonnen, diese Informationen zusammenzustellen und dieses Buch zu schreiben, weil ich wünschte, ich hätte das früher gewusst, und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass einige Leute nicht die gleichen Fehler machen wie ich. Und zum Abschluss dieses Teils möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen. Wenn es buchstäblich tausende von Menschen gibt, die in Indien in einem verdammt armen, kaputten Ghetto geboren wurden, die seit ihrer Kindheit Müll essen und sich jeden Tag für ein besseres Morgen abrackern und schließlich das Land verlassen und sich irgendwo im Ausland ein tolles Leben aufbauen, warum kannst du nicht das Leben haben, das du hast? Was hält dich davon ab? Ich kenne Dutzende von Lebensgeschichten dieser Menschen, die einfach gearbeitet und sich angestrengt haben und es geschafft haben, aus dem nichts etwas zu schaffen, und genau das kann man auch im Fitnessbereich tun. Ich werde nicht ein oder zwei Trainingseinheiten nehmen. Es wird Jahre dauern, aber wenn sie konsequent bleiben, werden sie die Ergebnisse sehen. Kapitel 7 Regeneration Elastisch wie eine Ballerina Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Verletzungsprophylaxe. Sie müssen hart trainieren, um Ergebnisse zu erzielen, aber sie müssen ihrem Körper auch eine angemessene Regeneration ermöglichen. In diesem Teil geht es mehr darum, wie sie ihre Muskeln auf andere Weise als nur durch Training pflegen können. Es geht um Dehnungsübungen und aktive Regeneration. Aktive Regeneration ist etwas, das du freiwillig tust, um deinem Körper zu helfen, die durch den Sport verursachten Schäden zu beheben. Sie können zu Massagen und Saunagängen gehen oder lernen, wie sie das zu Hause machen können. Eines der wirksamsten Dinge, die ich ausprobiert habe, um meine Schmerzen zu Hause zu lindern, waren diese. Man kann sie für ein paar Euro kaufen und sie können wirklich helfen. Roller oder Massagepistole Andere Möglichkeiten der aktiven Regeneration könnten Schwimmen oder Radfahren sein, da es je nach Zustand nicht schwer ist, aber alle Muskelgruppen im Körper beansprucht. Kalte oder heiße Duschen sind ebenfalls gute Beispiele. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, finden Sie hier einen sehr guten Artikel, der Ihnen helfen kann zu verstehen, was weiter zu tun ist. Dehnungsübungen sehr wichtig, um eine progressive Überlastung wie beim Muskelaufbau zu erreichen. Flexibilität kann Ihnen in vielerlei Hinsicht helfen, Ihre sportliche Leistung zu steigern. Mach dich nicht darüber lustig. Gehen Sie einfach ein paar Mal pro Woche über Videos auf YouTube und machen diese Yoga-Übungen. Ich trainiere mindestens zweimal pro Woche mit diesem kleinen Mädchen. Sie ist wirklich klug und kann normalen Menschen erklären, wie sie sich dehnen können. Du kannst durch ihren Kanal gehen und sehen, welche Anleitungen für dich geeignet sind. Unterschätzen Sie es nicht, denn es ist ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Wenn du es nicht tust, wirst du später Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, wenn du älter wirst, wie die meisten Leute es tun. Sieh dir das an, denkst du, wenn es nicht wichtig wäre, würdest du denken, dass die besten Bodybuilder, die je gelebt haben, Zeit darauf verschwenden? Kapitel 8, diese Stimmen sind nur in deinem Kopf. Töte diese verdammten Dämonen, auch bekannt als Essstörungen. Ein sehr wichtiges Thema, über das niemand spricht, weil wir uns in unserer flexiblen Instagram-Kultur vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen mit anderen vergleichen. Und wisst ihr was? Scheiß auf gutes Aussehen, wenn deine psychische Gesundheit und deine Beziehungen nicht in Ordnung sind. Bringen Sie zuerst Ihren Geist in Ordnung, dann Ihren Körper. Ich habe viele, viele Athleten gesehen und mit ihnen gesprochen, die wegen ihrer Fitness irgendwelche psychischen Probleme entwickelt haben. Erst eine Diät machen, dann zunehmen und so weiter. Diese Dinge sind sehr ernst und niemand spricht darüber. 10. Ein guter Trainer muss ein Psychologe, Kinesiologe, Athlet, Bodybuilder, Motivationsberater sein. Er muss von allem etwas wissen, wenn es um Sport geht. Dabei ist es völlig egal, wie er aussieht. Du gehst zu ihm, damit er dir hilft. Trainiere nicht nach dem Aussehen. Diese Leute in den sozialen Medien sind meist völlig durchgeknallt. Wähle sorgfältig, wem du vertraust. Du kannst mich jederzeit als Coach wählen und sicher sein, dass ich deine Hand halten werde, während wir gemeinsam durch die Hölle gehen, kontaktiere mich einfach. Die häufigsten psychischen Krankheiten, die durch Fitness verursacht oder entwickelt werden können und behandelt werden müssen, sind folgende. Obwohl der Begriff Essen im Namen steckt, geht es bei Essstörungen um mehr als nur um Essen. Es handelt sich um komplexe psychische Erkrankungen, die auf das Eingreifen von medizinischen und psychologischen Experten erfordern, um ihren Verlauf zu ändern. Diese Störungen werden im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Ausgabe der American Psychiatric Association beschrieben. Allein in den Vereinigten Staaten leiden oder litten schätzungsweise 20 Millionen Frauen und 10 Millionen Männer irgendwann in ihrem Leben an einer Essstörung. Was sind Essstörungen? Essstörungen sind eine Reihe von psychischen Störungen, die zu ungesunden Essgewohnheiten führen. Sie können mit einer Besessenheit vom Essen, dem Körpergewicht oder der Körperform beginnen. In schweren Fällen können Essstörungen ernste gesundheitliche Folgen haben und sogar zum Tod führen, wenn sie nicht behandelt werden. Elf Menschen mit Essstörungen können eine Vielzahl von Symptomen aufweisen. In den meisten Fällen kommt es jedoch zu einer starken Einschränkung der Nahrungsaufnahme, zu Fressattacken oder zu reinigenden Verhaltensweisen wie Erbrechen oder übermäßigen Sporttreiben. Obwohl Essstörungen Menschen jeden Geschlechts- und in jeder Lebensphase betreffen können, treten sie am häufigsten bei Jugendlichen und jungen Frauen auf. Tatsächlich leiden bis zu 13% der Jugendlichen bis zum Alter von 20 Jahren an mindestens einer Essstörung. Zusammenfassung Essstörungen sind psychische Erkrankungen, die durch eine Besessenheit vom Essen oder von der Körperform gekennzeichnet sind. Sie können jeden treffen, sind aber am häufigsten bei jungen Frauen anzutreffen. Was sind die Ursachen? Experten gehen davon aus, dass Essstörungen durch eine Reihe von Faktoren verursacht werden können. Einer dieser Faktoren ist die Genetik. Zwillings- und Adoptionsstudien mit Zwillingen, die bei der Geburt getrennt und von verschiedenen Familien adoptiert wurden, liefern einige Hinweise darauf, dass Essstörungen erblich bedingt sein können. Diese Art von Forschung hat im Allgemeinen gezeigt, dass, wenn ein Zwilling eine Essstörung entwickelt, der andere mit einer Wahrscheinlichkeit von durchschnittlich 50% ebenfalls eine Essstörung entwickelt. Persönlichkeitsmerkmale sind eine weitere Ursache. Insbesondere Neurotizismus, Perfektionismus und Impulsivität sind drei Persönlichkeitsmerkmale, die häufig mit einem höheren Risiko für die Entwicklung einer Essstörung in Verbindung gebracht werden. Weitere mögliche Ursachen sind der empfundene Druck, dünn sein zu müssen, kulturelle Vorlieben für Schlankheit und der Kontakt mit Medien, die solche Ideale fördern. Tatsächlich scheinen bestimmte Essstörungen in Kulturen, die nicht mit westlichen Schlankheitsidealen in Berührung gekommen sind, so gut wie nicht aufzutreten. Zwölf kulturell akzeptierte Schlankheitsideale sind jedoch in vielen Regionen der Welt sehr präsent. Dennoch entwickeln in einigen Ländern nur wenige Menschen eine Essstörung. Die Ursachen liegen also wahrscheinlich in einem Mix von Faktoren. In jüngerer Zeit haben Experten vorgeschlagen, dass auch Unterschiede in der Gehirnstruktur und der Biologie eine Rolle bei der Entwicklung von Essstörungen spielen könnten. Insbesondere der Gehalt an den Hirnbotenstoffen Serotonin und Dopamin könnte ein Faktor sein. Bevor jedoch eindeutige Schlussfolgerungen bezogen werden können, sind weitere Studien erforderlich. Zusammenfassung Essstörungen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Dazu gehören Genetik, Hirnbiologie, Persönlichkeitsmerkmale und kulturelle Ideale. Erste Anorexia nervosa Anorexia nervosa ist wahrscheinlich die bekannteste Essstörung. Sie entwickelt sich in der Regel in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter und betrifft eher Frauen als Männer. Menschen mit Magersucht halten sich im Allgemeinen für übergewichtig, auch wenn sie gefährlich untergewichtig sind. Sie neigen dazu, ihr Gewicht ständig zu kontrollieren, bestimmte Nahrungsmittel zu meiden und ihre Kalorienzufuhr stark einzuschränken. Häufige Symptome der Anorexia nervosa sind 13 Erhebliches Untergewicht im Vergleich zu menschenähnlichen Alters und ähnlicher Größe Sehr eingeschränkte Essgewohnheiten Viele Magersüchtige sind beispielsweise ständig mit Gedanken an Essen beschäftigt und man Manche sammeln zwanghaft Rezepte oder horten Lebensmittel. Diese Menschen haben möglicherweise auch Schwierigkeiten, in der Öffentlichkeit zu essen und zeigen ein starkes Verlangen, ihre Umgebung zu kontrollieren, was ihre Fähigkeit, spontan zu sein, einschränkt. Die Magersucht wird offiziell in zwei Subtypen eingeteilt. Den restriktiven Typ und den Typ mit Essanfällen und Essensverweigerung Menschen mit dem restriktiven Typus nehmen ausschließlich durch Diäten, Fasten oder exzessiven Sport ab. Personen mit dem Binge-Eating- und Purging-Typ können große Mengen an Nahrungsmitteln zu sich nehmen oder sehr wenig essen. In beiden Fällen wird nach dem Essen durch Aktivitäten wie Erbrechen, die Einnahme von Abführmitteln oder Diuretika oder durch übermäßige körperliche Betätigung abgenommen. Magersucht kann für den Körper sehr schädlich sein. 14 Im Laufe der Zeit kann es bei den Betroffenen zu einer Ausdünnung der Knochen, Unfruchtbarkeit, brüchigen Haaren und Nägeln, sowie zum Wachstum einer Schicht feiner Haare am ganzen Körper kommen. In schweren Fällen kann Anoexie zu Herz-, Gehirn- oder Multiorganversagen und zum Tod führen. Zusammenfassung Menschen mit Magersucht können ihre Nahrungsaufnahme einschränken oder durch verschiedene Entleerungsverhaltensweisen kompensieren. Sie haben große Angst vor einer Gewichtszunahme, selbst wenn sie stark untergewichtig sind. Zweiter Bulimia nervosa Bulimia nervosa ist eine weitere bekannte Essstörung. Wie die Magersucht entwickelt sich auch die Bulimie in der Regel im Jugend- und frühen Erwachsenenalter und scheint bei Männern weniger verbreitet zu sein als bei Frauen. Menschen mit Bulimie essen häufig ungewöhnlich große Mengen an Nahrungsmitteln in einem bestimmten Zeitraum. Jeder Essanfall dauert in der Regel so lange, bis die Person schmerzhaft satt ist. Während eines Essanfalls haben die Betroffenen das Gefühl, dass sie nicht aufhören können zu essen oder nicht kontrollieren können, wie viel sie essen. Binge-Yating-Episode können mit jeder Art von Nahrungsmitteln auftreten, am häufigsten jedoch mit Nahrungsmitteln, die die Betroffenen normalerweise meiden würden. Bulimie-Kranke versuchen dann, sich zu entleeren, um die aufgenommenen Kalorien zu kompensieren und das Unbehagen im Bauch zu lindern. Zu den üblichen Entleerung-Methoden gehören erzwungenes Erbrechen, Fasten, Apfelmittel, Diuretika, Einläufe und übermäßiger Sport. 15. Die Symptome können denen der Binge-Yating oder Pugging-Subtypen der Anorexia nervosa sehr ähnlich sein. Menschen mit Bulimie behalten jedoch in der Regel ein relativ normales Gewicht bei, anstatt untergewichtig zu werden. Zu den häufigen Symptomen der Bulimia nervosa gehören Wiederkehrende Essanfälle mit dem Gefühl mangelnder Kontrolle Wiederkehrende Episoden unangemessenen Abwehrverhaltens, um eine Gewichtszunahme zu verhindern Ein von Körperform und Gewicht übermäßig beeinflusstes Selbstwertgefühl Angst vor Gewichtszunahme Trotz Normalgewicht zu den Nebenwirkungen der Bulimie gehören ein entzündeter und schmerzender Hals, Geschwollene Speicheldrüsen, abgenutzter Zahnschmelz, Karies, saurer Reflux, Reizung des Darms, starke Dehydrierung und hormonelle Störungen In schweren Fällen kann Bulimie auch zu einem Ungleichgewicht der Elektrolytwerte, wie Natrium, Kalium und Kalzium, führen Dies kann zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen Zusammenfassung Menschen mit Bulimia nervosa nehmen in kurzen Zeiträumen große Mengen an Nahrung zu sich und erbrechen sie dann Sie befürchten, an Gewicht zuzunehmen, obwohl sie ein normales Gewicht haben Dritter Binge-Eating-Störung Die Binge-Eating-Störung gilt als eine der häufigsten Essstörungen, insbesondere in den Vereinigten Staaten Sie beginnt in der Regel in der Jugend und im frühen Erwachsenenalter, kann sich aber auch später entwickeln Personen mit dieser Störung haben ähnliche Symptome wie Bulimie oder die Binge-Eating unter Form der Magersucht 16. So essen sie in der Regel ungewöhnlich große Mengen an Nahrungsmitteln in relativ kurzen Zeiträumen und haben das Gefühl, sich während der Essanfälle nicht unter Kontrolle zu haben Menschen mit einer Binge-Eating-Störung schränken ihre Kalorienzufuhr nicht ein und wenden auch keine reinigenden Verhaltensweisen an, wie Z B. Erbrechen oder exzessives Sporttreiben, um ihre Essanfälle zu kompensieren Häufige Symptome der Binge-Eating-Störung sind Schnelles, heimliches Verzehren großer Mengen von Lebensmitteln, bis sie unangenehm voll sind, obwohl man keinen Hunger verspürt Gefühlt der mangelnden Kontrolle während der Essanfälle Gefühle der Belastung, wie Scham, Ekel oder Schuldgefühle, wenn man an das Essanfallverhalten denkt Keine Anwendung von reinigenden Verhaltensweisen, wie z.B. Kalorienbeschränkung, Erbrechen, übermäßige körperliche Betätigung oder die Einnahme von Abführmitteln oder Diuretika, um das Essanfallverhalten zu kompensieren Menschen mit Essanfallstörung haben oft Übergewicht oder Fettleibigkeit Dies kann ihr Risiko für medizinische Komplikationen erhöhen, die mit Übergewicht zusammenhängen, wie z.B. Herzerkrankungen, Schlaganfall und Typ 2 Diabetes Zusammenfassung Menschen mit einer Binge-Eating-Störung Nehmen regelmäßig und unkontrolliert große Mengen an Nahrung in kurzen Zeiträumen zu sich Im Gegensatz zu Menschen mit anderen Essstörungen erbrechen sie sich nicht Vierter Pika Pika ist eine weitere Essstörung, bei der Dinge gegessen werden, die nicht als Nahrung gelten Menschen mit Pika sehnen sich nach Substanzen, die nicht als Nahrung gelten, wie Eis, Schmutt, Erde, Kreide, Seife, Papier, Haare, Stoffe, Wolle, Kieselsteine, Waschmittel oder Maisstärke 17 Pika kann sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern unter Anwachsenden auftreten Am häufigsten wird diese Störung jedoch bei Kindern, schwangeren Frauen und Menschen mit geistigen Behinderungen beobachtet Menschen mit Pika haben ein erhöhtes Risiko für Vergiftungen, Infektionen, Darmverletzungen und Nährstoffmängel Je nach den eingenommenen Substanzen kann Pika tödlich sein Um als Pika zu gelten, darf der Verzehr von Nichtnahrungsmitteln jedoch kein normaler Bestandteil der Kultur oder Religion einer Person sein Außerdem darf es von Gleichaltrigen nicht als gesellschaftlich akzeptierte Praxis angesehen werden Zusammenfassung Menschen mit Pika neigen zu Halshunger und dem Verzehr von Non-Food-Substanzen Von dieser Störung können insbesondere Kinder, schwangere Frauen und Menschen mit geistigen Behinderungen betroffen sein Fünfter Ruminationsstörung Die Ruminationsstörung ist eine weitere neu anerkannte Essstörung Sie beschreibt einen Zustand, in dem eine Person Nahrung, die sie zuvor gekaut und geschluckt hat, wieder erbricht, erneut kaut und dann entweder erneut schluckt oder ausspuckt Dieses Wiederkäuen tritt normalerweise innerhalb der ersten 30 Minuten nach einer Mahlzeit auf Im Gegensatz zu medizinischen Erkrankungen, wie Reflux ist es freiwillig Diese Störung kann sich im Säuglings-, Kindes- oder Erwachsenenalter entwickeln Bei Säuglingen tritt sie in der Regel zwischen dem dritten und zwölften Lebensmonat auf und verschwindet oft von selbst wieder Kinder und Erwachsene mit dieser Erkrankung benötigen in der Regel eine Therapie, um sie zu beheben 18. Wenn die Wiederkäuangststörung bei Säuglingen nicht behoben wird, kann sie zu Gewichtsverlust und schwerer Unterernährung führen, die tödlich sein kann Erwachsene, die an dieser Störung leiden, schränken möglicherweise die Menge der Nahrung ein, die sie zu sich nehmen, insbesondere in der Öffentlichkeit Dies kann dazu führen, dass sie an Gewicht verlieren und untergewichtig werden Zusammenfassung Die Wiederkäuerkrankheit kann Menschen in allen Lebensabschnitten betreffen Betroffene erbrechen in der Regel die Nahrung, die sie gerade verschluckt haben Dann kauen sie es erneut und schlucken es entweder herunter oder spucken es aus 6. Vermeidende restriktive Nahrungsmittelaufnahmestörung Vermeidende restriktive Nahrungsmittelaufnahmestörung ist ein neuer Name für eine alte Störung Der Begriff ersetzt die sogenannte Fütterungsstörung des Säuglings- und Kleinkindalters, eine Diagnose, die früher Kindern unter 7 Jahren vorbehalten war Obwohl sich Arfit im Allgemeinen im Säuglings- oder Kleinkindalter entwickelt, kann sie bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben Außerdem ist sie bei Männern und Frauen gleichermaßen verbreitet Menschen mit dieser Störung leiden unter Essstörungen, die entweder auf mangelndes Interesse am Essen oder auf eine Abneigung gegen bestimmte Gerüche, Geschmäcker, Farben, Texturen oder Temperaturen zurückzuführen sind Häufige Symptome von Arfit sind Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme, die verhindert, dass die Person genügend Kalorien oder Nährstoffe zu sich nimmt 19 Essgewohnheiten, die normale soziale Funktionen beeinträchtigen, wie zum Beispiel das Essen mit anderen Gewichtsverlust oder schlechte Entwicklung für das Alter und die Körpergröße, Nährstoffmangel oder Abhängigkeit von Nahrungsergänzungsmitteln oder Sondennahrung Es ist wichtig zu beachten, dass Arfit über normale Verhaltensweisen hinausgeht, wie Z B. Wählerisches Essen bei Kleinkindern oder geringere Nahrungsaufnahme bei älteren Erwachsenen Außerdem umfasst es nicht die Vermeidung oder Einschränkung von Lebensmitteln aufgrund mangelnder Verfügbarkeit oder religiöser oder kultureller Praktiken Zusammenfassung Arfit ist eine Essstörung, die dazu führt, dass Menschen zu wenig essen Dies ist entweder auf ein mangelndes Interesse am Essen oder auf eine starke Abneigung gegen das Aussehen, den Geruch oder den Geschmack bestimmter Lebensmittel zurückzuführen Andere Essstörungen neben den sechs oben genannten Essstörungen, gibt es auch weniger bekannte oder weniger häufige Essstörungen Diese lassen sich im Allgemeinen in drei Kategorien einteilen Entleerungsstörung Personen, die an einer Pugingstörung leiden, wenden häufig Pugingverhaltensweisen wie Erbrechen, Abführmittel, Diuretika oder exzessives Training an, um ihr Gewicht oder ihre Figur zu kontrollieren Sie haben jedoch keine Essanfälle Nachtessyndrom Personen mit diesem Syndrom essen häufig übermäßig viel, oft nach dem Aufwachen aus dem Schlaf Andere spezifizierte Ernährungs- oder Essstörungen Diese Kategorie ist zwar nicht im DSM-5 enthalten, umfasst aber alle anderen Erkrankungen, die ähnliche Symptome wie Essstörungen aufweisen, aber nicht in eine der oben genannten Kategorien passen Eine Störung, die derzeit möglicherweise unter Ausfett fällt, ist Autorexie Obwohl sie in den Medien und in wissenschaftlichen Studien immer häufiger erwähnt wird, wurde die Autorexie im aktuellen DSM noch nicht als eigenständige Essstörung anerkannt Menschen mit Autorexie neigen dazu, sich zwanghaft auf eine gesunde Ernährung zu konzentrieren, und zwar in einem Ausmaß, das ihr tägliches Leben stört 20 So kann es beispielsweise vorkommen, dass die Betroffenen ganze Lebensmittelgruppen weglassen, weil sie befürchten, dass sie ungesund sind Dies kann zu unter Ernährung, starkem Gewichtsverlust, Schwierigkeiten beim Essen außerhalb des Hauses und emotionalen Problemen führen Menschen mit Autorexie konzentrieren sich selten darauf, Gewicht zu verlieren Stattdessen hängen ihr Selbstwertgefühl, ihre Identität oder ihre Zufriedenheit davon ab, wie gut sie ihre selbst auferlegten Diätregeln einhalten Zusammenfassung Die Puging-Störung und das Night-Eating-Syndrom sind zwei weitere Essstörungen, die derzeit noch nicht gut beschrieben sind Die Kategorie Osfett umfasst alle Essstörungen wie Autorexie, die nicht in eine andere Kategorie passen Fazit Die oben genannten Kategorien sollen ein besseres Verständnis der häufigsten Essstörungen vermitteln und mit den Mythen über sie aufräumen Essstörungen sind psychische Erkrankungen, die in der Regel behandelt werden müssen Wenn sie nicht behandelt werden, können sie auch dem Körper schaden Wenn du eine Essstörung hast oder jemanden kennst, der eine haben könnte, solltest du dich an einen Arzt wenden, der sich auf Essstörungen spezialisiert hat Mann, das ist eine sehr ernste Sache Ich hatte sie alle, und ich habe mir die Hölle heiß gemacht Aber ich habe es geschafft, diese Dämonen mithilfe anderer Menschen mit ähnlichen Problemen zu besiegen Ich weiß, wie man sie behandelt und spreche mit Menschen, die unter diesen Störungen leiden Wenn sie glauben, dass sie oder ihre Freunde unter einer dieser Störungen leiden, schreiben sie mir einfach und ich werde versuchen zu helfen Das sind die Essstörungen, aber wir sind noch nicht am Ende, es gibt noch andere, reine Fitnessstörungen Es ist wichtig, dass du darüber Bescheid weißt, damit du keines dieser Symptome entwickelt Sie sind wirklich wie Leichen im Keller, je mehr man sie füttert, desto mehr wachsen sie Für mich ist es wichtig, Menschen zu helfen und einen positiven Unterschied zu machen und ihnen zu helfen, aus meinen Fehlern zu lernen Deshalb weiß ich, dass es sehr wichtig ist, dieses Thema zu diskutieren Kapitel 9, Gestalt aus einer anderen Welt Das heißt, jetzt etwas, auf das sie wahrscheinlich seit dem Beginn der Lektüre dieser Bücher gewartet haben Wie genau verändert man den Körper, um den gewünschten Körperbau zu bekommen? Jeder weiß, dass jeder Körper einige genetische Grenzen hat, die man nicht ohne die Einnahme von leistungssteigernden Mitteln überwinden kann Im Grunde genommen müssen sie diese Sache jeden Tag wiederholen Teilen sie das Jahr in Monate auf, wobei jeder Monat andere Fitnessziele hat Am besten ist es, wenn ich dir das nach dem Sommer erkläre, damit du im Sommer, wenn du dich der Welt im Badeanzug zeigt, die besten Körpermerkmale anstreben kannst 22 nehmen wir also an, der Sommer endet im August Schritt 1. September, Ende Dezember dritten Monate Diet In diesem Zeitraum arbeiten sie an der maximalen Kraftentwicklung Sie können eine kleine Pause von der Diät einlegen Das ist gut für ihren Körper und ihre körperliche Gesundheit Essen sie einfach, bis sie sich satt und zufrieden fühlen Sie sollten einen Kalorienüberschuss haben, aber nicht zu viel Behandeln sie sich wie ein normaler Mensch, aber achten sie darauf, genügend Eiweiß zu Essen, aber nicht zu viel Training Trainieren sie 2-3 Mal pro Woche und versuchen sie, bei jedem Training ein bisschen mehr zu heben Machen sie 2-3 Mal pro Woche aus Dauertraining Sie können ein beliebiges Krafttrainingsprogramm aus Train Like A Champion wählen Lassen sie es ruhig angehen und konzentrieren sie sich auf andere Bereiche des Lebens als das Heben Z. B. Eine neue Sprache lernen, mehr Geld verdienen und so weiter Schritt 2. Januar, Ende März dritten Monate Diet Konzentrieren sie sich auf saubere, gesunde Lebensmittel und senken sie ihre Kalorienzufuhr etwas, damit sie langsam Fett verlieren Essen sie aber immer noch genug und ernähren sie sich Eiweiß und ballaststoffreich, aber erlauben sie sich ab und zu ein Schummleressen Training Trainieren sie 4-6 Mal pro Woche im Fitnessstudio, aber nur sehr wenig Cardio Trainieren sie für Hypertrophie Wählen sie ein Trainingsprogramm, das die Muskelgruppen mindestens 2 Mal pro Woche trainiert Verwenden sie immer eine schwere Übung mit niedrigen Wiederholungen und dann andere mit geringerem Gewicht, aber hohen Wiederholungen Hier konzentrieren sie sich auf den maximal möglichen Muskelaufbau Ich glaube, sie können hier jedes Jahr etwa 2 Kilogramm an Muskeln zulegen, aber es ist nicht möglich, nur nonstop Fortschritte zu machen, deshalb haben sie mit einer leichten Phase begonnen Trainieren sie hart, aber vor allem sollten sie ihr Training genießen und Spaß haben 23 Schritt 3. März, Ende Juni dritten Monate Diet Du solltest sehr streng mit deiner Ernährung sein, um die zusätzlichen Kilos zu verlieren, die du über den Winter zugenommen hast, damit jeder deinen schönen Körper sehen kann Suchen sie sich einfach eine Diät aus, als ob ihr Leben davon abhänge, und halten sie sich die ganze Zeit über daran Verringern sie langsam die Kalorienzufuhr, damit sie bis zum Sommer etwa 5-10 Kilogramm abnehmen können Training Du konzentrierst dich hauptsächlich auf den Muskelerhalt Achten sie dabei aber darauf, dass sie immer zusammengesetzte Bewegungen mit schweren Gewichten und der richtigen Technik ausführen Trainieren sie einmal pro Woche 5-6 Mal pro Körperteil und konzentrieren sie sich auf Ausdauertraining, mit dem sie zusätzliche Kalorien verbrennen können Dies ist wahrscheinlich der schwierigste Teil des Jahres, da sie sich sehr streng an ihrer Ernährung halten müssen Es kann sein, dass sie sich etwas müde fühlen, ohne Motivation und ohne Energie, aber das ist in Ordnung, denken sie einfach daran, warum sie angefangen haben, wenn sie das Gefühl haben, aufzuhören Schritt 3. Juni, Ende August 3. Monate Diät-Training Sie wählen, was für sie nachhaltig ist Legen sie Kalorien fest, die sie beibehalten wollen, und genießen sie den Sommer mit Freunden und Familie Gehen sie auf Partys, trinken sie ab und zu, reisen sie, genießen sie einfach den Körper, den sie über den Winter aufgebaut haben Konzentrieren sie sich nicht auf den Fortschritt, sondern darauf, das beste Leben zu führen Nun, da das gesagt ist, bleiben sie nicht in einem bestimmten Zeitraum stecken Wenn sie dies tun, werden sie niemals mentale oder gesundheitliche Probleme haben In jeder Periode des Jahres, konzentrieren sie sich auf andere Aspekte der Fitness und andere Aspekte des Lebens Natürlich können diese Perioden in verschiedenen Monaten und in unterschiedlicher Länge durchgeführt werden, aber sie verstehen, worauf ich hinaus will Ich habe dies über die Jahre hinweg versucht, und es funktioniert am besten Ein paar Worte von mir Bruder, wenn du den ganzen Weg bis hierher gekommen bist, danke fürs Lesen Ich schätze es wirklich Ich wollte nur meine Geschichte und mein Wissen zeigen, dass ich im Laufe der Jahre im Fitnessbereich erworben habe Ich glaube wirklich, dass Fitness das Potenzial hat, das Leben eines jeden Menschen zu verbessern Mit all diesen Informationen sollten sie alles wissen, was sie brauchen, um effektiv Fortschritte zu machen Sie brauchen keine teuren Trainer zu bezahlen, recherchieren sie einfach selbst und bilden sie sich weiter Und wenn sie es wirklich ernst meinen, dann nehmen sie doch einfach ein Coaching bei mir in Anspruch Ich bin immer gerne bereit, ihnen zu helfen, und wir können gemeinsam ein paar verdammte Fortschritte machen Zögern sie nicht, mich auf Instagram zu kontaktieren, wenn sie Fragen zu den Büchern oder zur Fitness haben Dein AdBuddy William Wenn du interessiert bist, hier ist, was ich als 1 on 1 Body Transformation Coach anbiete Komplette Körper Transformation Über 4 Monate werden wir zusammen durch die Hölle und zurück gehen Ich werde dein Freund, deine Unterstützung, dein Psychologe, aber vor allem dein Coach sein Du erhältst meine persönliche Nummer, und wir kommunizieren ausschließlich über WhatsApp Einmal pro Woche können wir einen Anruf vereinbaren, damit du mir über deine Gefühle und Fortschritte berichten kannst Jede Woche werden wir Kontrollformen und Gewichtsmessungen durchführen Auf der Grundlage dieser Ergebnisse werden wir ihre Ernährung und ihr Training anpassen Mit jeder Woche, die sie ihrem Ziel näher kommen, werden sie ein stärkerer Mensch, denn es wird härter werden Dieser Service ist für Menschen, die einen brennenden Wunsch in sich tragen, sich zum Besseren zu verändern Mit Menschen, die es nicht so sehr wollen, arbeite ich nicht Wir werden gemeinsam an deinem Ziel arbeiten, verdammt gut auszusehen Bei diesem Programm handelt es sich um eine totale Körperverjüngung, bei der du stärker wirst, Muskeln aufbaust und Fett verlierst Wenn sie es schaffen, das Ende zu erreichen, werden sie alle meine Kenntnisse, die ich im Laufe der Jahre erworben, wie man Bodybuilding zu tun wissen Ich mache keine kürzeren Perioden von 1 zu 1, weil 4 Monate eine Periode ist, in der sich der Körper komplett verändern kann Ich werde alle meine Bemühungen und Energie, um sie gehen zu halten setzen Wenn sie wie einer dieser Menschen sein wollen, die sie auf Instagram vor nachsehen, ist dies für sie Es gilt auch für Menschen, die in Bodybuilding oder Lifting konkurrieren wollen Ich teile keine Fotos von anderen Kunden wegen der Privatsphäre Ich wünschte, mein 13-jähriges Ich könnte die Person sehen, die ich geworden bin und das Leben sehen, das ich lebe Ich wünschte, mein jetziges Ich könnte den Mann sehen, der ich in 10 Jahren sein werde Diese beiden Jungs sind die einzigen Menschen, die ich stolz machen muss, Bruder Das gilt auch für dich Versuche nicht, jemanden zu beeindrucken Arbeite einfach an dir selbst, mach dich stolz und mach es verdammt nochmal in allen Bereichen des Lebens Denn darum geht es in diesem Buch Die Leute mögen dich vielleicht nicht, sie werden dich treten, wenn du am Boden bist Und wenn sie dich dann gewinnen sehen, werden sie so tun, als wär dir die ganze Zeit Freunde gewesen Kümmere dich um niemanden Kümmere dich nur um eine Sache Ob du jedes Jahr besser wirst und ob du Fortschritte machst Fitness ist ein Kampf mit dir gegen dich, vergiss das nie Ein Ziel, eine Vision, eine Leidenschaft Große Gemeinschaft seien sie der erste in ihrem sozialen Umfeld, der die Ketten von Elend, Depression und Armut durchbricht Andere wollen dem Anführer folgen Ehrgeizige Menschen ziehen es vor, allein zu sein Sie drängen, lernen, rackern, arbeiten, kämpfen, weinen allein, weil es niemanden interessiert, bis man es geschafft hat lashidig ist ein Job, wenn man es schreibt und er sich in den nächsten Jahren Wenn ihr bewältigt oder von einem Gesetz erstellt, Kalier ist ein Kampf mit dir gegen dichus Vielleicht's zu주는 Ketten, wenn man es nicht genauer geht, nicht einfach eigentlich ist ein Kampf mit dir, wenn ihr hier in einem anderen Nothing is more powerful and capable of changing things than man with purpose. 21 century men going to battle. We fight invisible wars on multiple fronts every day. We have it harder than ever before. But on the other hand men are becoming soft and weak so it's easier for us hungry men to beat them and take what we want. Over centuries killing weapons changed to social skills. A lot has changed but not the reason. We still fight for freedom and better tomorrow. Each day we dress up for work which we are forced to do and think about this. It's one step closer to escape modern slavery. Each man has a warrior inside capable of doing all necessary things. Find him and never lose him again. Peace out bro. Peace out bro.